Ja, fang an, aktiviere deinen Verstand Dein Glaube an Gott ist rational Komm ran, debattiere mit ihm an Bring deine Beweise, wenn du es kannst Du sagst, dass Gott dir gekreuzigt Starr behaben ist er, über was sie es sagt Der Glaube ist leicht, dein Gott, deine Botschaft Schau dir den Weg der Propheten an Schau auf die Trennung von den zwei Meeren Und die Konstellation der Sterne Schau auf die Stabilität der Berge Stabilisieren die ganze Erde Begreife die Fähigkeit, alles zu lernen Sechs Millionen Kilometer lange Nerven Im Körper von jedem einzelnen Menschen Wie viele Gaben soll er uns schenken? Wirst du verstehen? Wirst du verstehen? Wenn es wirklich kein Schöpfer gibt Dann erklär mir die Welt Schau auf die Schöpfung der Galaxien Wenn es wirklich kein Schöpfer gibt Dann erklär mir den Wechsel von Tag und Nacht Ist das nicht alles, aber aus allem Acht Wenn die Zeichen dich verneint Und die Wahrheit dich erreicht Jede Zelle in deinem Körper lebt Und dient dir als Beweis Du schließt die Augen ohne Grund Sag, hast du keine Vernunft? Du mein Zusprung, all der Wunder Ist für dich Mutter Natur So wie jeder Herz schlagt deine Seele um ab Du denkst, du bestärkert auch diese Leere Auch deine Kraft Iman ist ein Fernglas, also weise deinen Horizont Und lass die Zweifel, denn die Schöpfung ist klar Wenn es wirklich kein Schöpfer gibt Dann erklär mir die Welt Schau auf die Schöpfung der Galaxien Wenn es wirklich kein Schöpfer gibt Dann erklär mir die Wechsel von Tag und Nacht Ist das nicht alles, Allah sei Macht Stelle mit Wissen fest, dass es nur einen einzigen Schöpfer gibt Stelle mit Wissen fest, dass es nur einen einzigen Schöpfer gibt Du wurdest geboren Nur um ihm zu dienen Noch ist nichts verloren Folge seinem Dien Du wurdest geboren Nur um ihm zu dienen Noch ist nichts verloren Folge seinem Dien Wenn es wirklich kein Schöpfer gibt Dann erklär mir die Welt Schau auf die Schöpfung der Galaxien Wenn es wirklich kein Schöpfer gibt Dann erklär mir den Wechsel von Tag und Nacht Ist das nicht alles, Allah sei Macht Du wurdest geboren Nur um ihm zu dienen Noch ist nichts verloren Folge seinem Dien Oh, 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 oh 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 As-salamu alaykum Und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode Überzeuge uns vom Gegenteil, dem Debattenformat hier auf imman.tv. Herzlich willkommen, geehrte Geschwister. Herzlich willkommen, herzlich willkommen, herzlich willkommen. Liebe nichtmuslimische, atheistischen, agnostischen Zuseher, heute Abend haben wir wieder vier volle Stunden vorbereitet, wo du als nichtmuslimischer Gast geehrt im Diskurs mit unseren muslimischen Speakern in einen tollen, aber fruchtvollen Diskurs treten kannst. Mein Name ist Amir, Moderator der heutigen Sendung, und ich begrüße dich, lieber Zuschauer, egal woher du kommst, aus Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz, egal ob du selbst am Neptun wohnst und heute im Man-Stream live schaust, du hast heute die Chance, eine einzigartige Dauer, Dialog und natürlich Debattensendung zu sehen, hier natürlich kostenfrei auf unserem YouTube-Channel. Daher abonniere den YouTube-Channel und partizipiere im Livestream. Und geehrte Geschwister, ich brauche von euch gleich mal zur Motivation des heutigen Abends, bevor unsere Speaker kommen, nichts anderes als 1000 blaue Herzen. pusht jetzt die blauen Herzen, geehrte Geschwister, ich möchte, dass der Chat eskaliert. Ihr könnt kostenfrei dabei sein, haut euch voll aufs Ohr, gebt Vollgas, nehmt euer Tablet, nehmt euer Handy, teilt den Stream, motiviert euch selbst. Ich werde gleich den Live-Chat einblenden, geehrte Geschwister. Pusht die blauen Herzen. Ich sehe das hier auf dem kleinen Bildschirm. Ich werde gleich alle blauen Herzen einblenden. Alle Motivationschöre, unsere Speaker sind am Start. Und geehrte Geschwister, ihr seid heute an der Macht, teilt den Stream und werdet aktiv. Gehrte Geschwister, Live-Chat kommt. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Herzlich willkommen, lieber Live-Chat. Und da schauen wir uns mal gleich an, wer heute die blauen Herzen rauspusht. Sucuk mit Ei, herzlich willkommen, Sucuk mit Ei. Das Team Salihis springt rein. Die Merte springt rein. Sandalesa springt rein. Die Anfa, der Mithi Pelivan springt rein. Der Mohamed springt rein. Jetzt kommen die blauen Herzen und die roten Herzen, kommen jetzt gemischt. Das ist eine Mischung, eine Melange der Herzen. Melange der Chöre ist heute am Start. Hulk Hogan, Allahu Akbar, Hulk Hogan ist am Start. Sucuk mit Ei, doppelt gemoppelt. Und natürlich sehr viele weitere. Die Anonyme macht mit. Islam Love macht mit. Niemand macht mit. Okay, der Kanal heißt Niemand. Nicht, dass da niemand mitmacht. Die Neptun macht mit. Der Mohamed macht mit. Allahu Akbar, ich komme da gar nicht nach, Chat. Um Ilyas gibt Vollgas. Der Sasa, der Sabri, der Madison, der Dennis, der Metea. Allahu Akbar. Die blauen Herzen kommen raus. So viele blauen Herzen. Ich will die eigentlich immer einblenden. Allahu Akbar, was passiert hier? Chat. Chat, 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 chat. Da muss man mal. Aber was ist heute hier los, Chat? Die blauen Herzen sind aber absolut am Start. Gerte Geschwister, ich komme nicht nach. Warum wird das bei YouTube nicht angezeigt? Ich möchte, dass die blauen Herzen kommen, ohne dass ich sie anzeigen muss. Masha Allah. Ich sehe schon, wir sind... Oh, wir haben heute Gäste mit Greenscreen. Wir haben Gäste mit Greenscreen. Wann war das letzte Mal ein Gast mit Greenscreen da? Lieber... Alter, was ist das für ein Name? Starli Salor. Du bist in der Lobby. Bleib drinnen. Norbert, du bist in der Lobby. Bleib drinnen. Gerte, live chat. Ich möchte, dass das heute eskaliert. Blaue Herzen. Okay, ich muss sagen, ihr habt das richtig gut gemacht. Muss ich sagen. Ihr habt das richtig gut gemacht. Möge Allah euch richtig, richtig segnen. Sandaleska und alle... Ich komme nicht nach. Leute, möge Allah euch alles segnen. Und alle, die jetzt im Live-Chap dabei waren, möge Allah euch segnen. So krass. Top-Leistung. Gerte Geschwister, heute Abend möchte ich aber euch wirklich daran erinnern, wir brauchen euren Support. Bevor die Speaker kommen, möchte ich euch daran erinnern. Wir suchen heute Abend zehn Dauer-Supporter. Wir haben bereits zwei Dauer-Supporter. Es fehlen noch acht. Imman.ngo.com. Da kannst du die Dauer langfristig partizipieren. Und ich würde sagen, es ist an der Zeit. Den ersten Speaker reinzuholen. Gerte Live-Chat. Ich möchte euch einen einzigartigen jungen Mann, einen kölschen Jung vorstellen. Ein Mann, der aus dem Iran stammend, heute Abend bei uns hier, im Mainstream Live, die muslimische Position vertritt. Und die Gärtengäste sind schon in der Lobby. Und ich zögere nicht länger und hole ihn direkt rein. Gerte Geschwister. Tausend blaue Herzen für unseren einzigartigen muslimischen Speaker, Kamerad, Freund und Departant des heutigen Abends. Herzlich Willkommen. Er von El-Ferrisi. Wie geht's dir, lieber Bruder? Assalamu alaikum. Friede sei auf euch. Herzlich Willkommen. Und Alhamdulillah, Bruder. Mir geht's gut. Alles Lob gebührt Gott. Und Bruder, wenn Sucuk mit euch schon dabei ist im Chat, wie soll es mir dann noch gehen, Bruder? Besten. Bruder, schau das an. Das ist dein Live-Chat. Dies im blauen Herzen gehören alleine dir. Alhamdulillah. Ich freue mich sehr. Alle begrüßen dich, Bruder. 500 Kommentare. Bruder, in einer Minute 500 Kommentare. Alter, Leute. Abu Sujuk, Abu Umar, Walon, Anfi, an alle, die da sind. Das ist auch schön. Blau-Weiß gemischte Herzen. Auch schön. Die Herzen-Molage ist wirklich sehr, sehr gut. Erfan, meine Frage an dich. Freust du dich auf den heutigen Abend? Denn heute haben wir ein tolles Statement gemacht. Atheisten beten Wissenschaftler an. Überzeuge uns vom Gegenteil. Beziehungsweise Wissenschaft, Götze der Atheisten. Krasses Statement. Wie willst du dich heute in dieser Sendung schlagen? Kannst du den Zuschauern vielleicht schon ein paar Einblicke geben, worauf wir uns heute vorbereiten? Ja, Bruder, was mir am heutigen Thema gefällt, ist, dass es für viele Menschen greifbar ist. Also es ist kein Geheimnis, dass die Wissenschaft sehr relevant ist. Also dagegen haben wir auch nichts. Aber auch, dass Atheisten sich immer mit Wissenschaft präsentieren. Dass sie die eigentlichen Leute sind, die diese Wissenschaft tragen und voranbringen. Und dass Religion Wissenschaft zurückhält und irgendwie Religion anti-wissenschaftlich ist. Und ich denke, das hat jeder schon mal gehört. Also von daher ist dieses Thema sehr greifbar für jeden oder die meisten der Zuschauer. Und darum freue ich mich umso mehr und denke, dass die Diskussion auch dementsprechend spannend sein wird. Und ich bin auch sehr gespannt auf die atheistischen Zuschauer, die kommen werden und ihre Position verteidigen werden. Und was sie zu sagen haben. Ich freue mich auch, Bruder. Ich freue mich auch. Ich freue mich auch. Wir lassen nicht lange warten. Wir holen den zweiten Speaker des heutigen Abends rein. Der zweite Kölsche Bub ist live im Stream. Okay, der Mann. Wenn Mustafa in den Stream reintritt, ist es ein Mann. Der positioniert sich hart, ist barmherzig und er ist sein primären Auftritt bei Staffel 3. Heute hier bei Iman Stream Live. Wir überzeugen uns vom Gegenteil. Gehrte Geschwister, tausend blaue Herzen an den nächsten islamischen Speaker, auch aus Köln. Herzlich willkommen, gehrter Bruder Mustafa. Salamu alaikum, Bruder. Wie geht's dir? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, mir geht's gut. Schaut mal, geht's dir auch gut, Achim. Bruder, dein Nur ist aber übertrieben dominant. Was hast du dir bitte für Sucuk mit I heute vor dem Stream gegeben? Also es schaut wirklich wunderbar aus. Abu Sucuk ist auch da. Abu Sucuk? Du hast beide vorgelesen, Bruder. Beide sind da. Es gibt Abu Sucuk und Ibi Sucuk. Okay, wir müssen uns Gott entdeckern. Sucuk ist nice, aber ich sag euch, Norbert ist in der Lobby. Hadi ist in der Lobby. Jens from the United States of America from Minnesota. Participants of the first stream. Welcome. Wir haben international stream guests today. Herzlich willkommen, Leute. Wir beginnen direkt mit den einleitenden Worten unserer Speaker. Machen wir's ratzfatz, geehrte Geschwister. Bevor wir den Stream starten mit den Gästen, ich habe noch eine kleine Bitte. Ihr habt alle ein sogenanntes Mobiltelefon. Das sieht so aus. Oder wenn ihr richtig gut verdient, ist das bei euch ein iPhone oder zwei iPhones oder sowas. Nehmt jetzt bitte euer Mobiltelefon raus. Liebe Schwester, lieber Bruder, macht jetzt vom Screen, wo du schaust, ein Screenshot oder fotografier den Fernseher oder fotografier den Laptop und markiere uns auf Instagram und Facebook. Tag uns und wir sharen das und machen daraus die größte Watchparty, die es gibt. Und freue mich wirklich, wenn ihr dabei seid. Gebt's Vollgas, geehrte Geschwister, 60 Sekunden lasse ich euch nochmal Zeit. Holt das Handy raus, partizipiert im Stream, nehmt teil, so wie unsere drei geehrten Gäste Daniel, Jens, Hadi, Norbert, alle schon in der Lobby. Wir gehen 60 Sekunden in die Werbung, denn wir suchen, und jetzt kommt auch noch der Klaus. Alter, wir haben viel zu tun heute, Chat. Wir haben viel zu tun. Leute, 60 Sekunden, um herauszufinden, wie man die Dawa unterstützen kann mit einer Einmalspende unter immein.ngo. Oder indem ihr einen Dawa-Supporter werdet. Wir suchen noch insgesamt acht Dawa-Supporter für den heutigen Abend. Und dann haben wir auch eine schöne Zahl erreicht. Lasst uns nicht hängen, gebt Vollgas, werdet Supporter und teilt den Stream. Bismillah, nach nur einem Spot geht's direkt weiter. Das ist der Werbespot. Hast du dich schon mal gefragt, wie du vor Allah stehen kannst, mit wenigen Taten, aber einem Berg voller Belohnung? Ganz einfach. Unterstütze unsere Arbeit von zu Hause aus mit einer regelmäßigen Spende und lass uns für dein Ziel hinarbeiten. Mit deiner Spende und unserer Arbeit können wir Bildungsprogramme, Infostände, Verteilmaterialien, Betreuung neuer Muslime, Podcasts sowie Livestreams realisieren und die Botschaft des Islam mit unseren Mitmenschen teilen. Nun, wie erreichen wir dieses Ziel? Gehe hierfür auf unsere Webseite iman.ngo.supporter und werde heute noch eine Stütze für diese wertvolle Arbeit. Möchtest du eine beliebig hohe Einzelspende tätigen? Dann findest du unter iman.ngo.slash Einzelspende oder auch iman.ngo.slash Paypal die Möglichkeit, Teil dieser prophetischen Mission zu werden. Du hast auch die Option, uns mit Amazon Sachspenden zu helfen. Unter iman.ngo.slash Amazon kannst du für unsere Arbeit Technik, Equipment und andere Utensilien bestellen, die direkt an uns geliefert werden. Lass dir die Chance nicht entgehen und lass uns diesen Berg voller Belohnung zur Realität machen. Geheirte Geschwister, unterstützt die Dauer iman.ngo.slash Einmalspende für eine Einmalspende oder iman.ngo.slash Supporter für den notwendigen Dauer-Supporter. Und wir suchen noch acht Geschwister. Ich schaue mal kurz, ob ein neuer Dauer-Supporter in der Zwischenzeit reingekommen ist. Nein, aber eine Einmalspende möge erlaubt sich segnen. Jetzt die Dauer finanzieren und unterstützen, damit dieses Format weiter vielleicht sogar mal in die Vereinigten Staaten kommt. Das wäre natürlich sehr, sehr cool. Geheirte Geschwister, es beginnt die Präsentation. Ich bin direkt neidisch und glücklich, dass Sie hier heute das wieder drinnen haben. Geheirte Geschwister, jetzt geht die Präsentation los. Bismillah, eure einleitenden Worte, geehrte Brüder. Ja, Assalamu alaikum. Bismillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Wir haben uns heute ein sehr interessantes Thema ausgesucht. Und zwar, Atheisten beten Wissenschaftler an. Beziehungsweise Wissenschaft, die Götze der Atheisten. Und ja, das ist ein provokanter Titel. Das ist uns bewusst. Aber wir werden das Ganze jetzt ein bisschen aufdröseln, damit ihr euch nicht fragt, was soll das Ganze, was soll dieser Titel? Ich bin Atheist und ich bete keine Wissenschaftler an. Dazu kommen wir mal zur ersten Folie. Und wir haben uns das Ganze so überlegt, dass wir euch erstmal Definitionen liefern, damit wir einen Common Ground haben in der Diskussion mit unseren atheistischen Mitdebatanten und unseren Zuschauern. Was meinen wir mit den einzelnen Wörtern, die wir beispielsweise auch, was meinen wir mit den einzelnen Wörtern, die wir auch im Titel und im Thumbnail geliefert haben. Anbetung. Definition laut Duden. Viel Liebe oder Bewunderung für eine bestimmte Sache oder Person, oft, wenn dies als zu viel empfunden wird. Das ist laut Duden die Definition für den Begriff Anbetung. Und wenn man sich ein paar Atheisten, die man so kennt, vor Augen führt, mit denen man vielleicht mal sich unterhalten hat, mit denen man vielleicht auch mal debattiert hat, in Anführungszeichen, dann wird einem dieses Muster, diese Definition höchstwahrscheinlich sehr bekannt vorkommen. Ich denke, bei dem einen oder anderen Gast, den wir bis jetzt in den E-Main-Streams hatten, trifft diese Definition von Anbetung eigentlich auch recht gut so. Und dann können wir auch direkt anschließen mit der nächsten Definition, nämlich Götze. Auch laut Duden ist die Definition des Begriffs Götze Person oder Sache, die zu jemandem Lebensinhalt wird, von der sich jemand sklavisch abhängig macht, obwohl sie es nicht wert ist. So. Obwohl sie es nicht wert ist, was meinen wir damit? Die Wissenschaft, damit ist nicht gemeint, dass wir die Wissenschaft auf irgendeine Art und Weise herabsetzen wollen, dass wir den Wert der Wissenschaft nicht anerkennen, dass wir den Wert von wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht anerkennen, sondern es geht vielmehr um die Art und Weise, wie die Wissenschaft angesehen wird, wie die Wissenschaft präsentiert wird. Denn es gibt einen Unterschied zwischen dem, wie die Wissenschaft akademisch betrachtet wird und angesehen wird und einen Unterschied zwischen dem, wie manche Laien die Wissenschaft ansehen und wie manche Laien, was für einen Blickwinkel manche Laien auf die Wissenschaft haben. Und da gibt es auf jeden Fall eine große Diskrepanz. Und aus diesem Grund haben wir den Begriff Götze gewählt, weil der Wissenschaft wird ein Wert beigemessen oder über die Wissenschaft werden Dinge behauptet, die die Wissenschaft nicht mal von sich selbst behauptet. Und deswegen haben wir den Begriff Götze platziert. Kommen wir zur nächsten Definition. Und zwar die Definition des Wortes Wissenschaft. Diese Definition liefert uns das Wörterbuch, also die Dictionary von Cambridge. Die Quelle ist unten, könnt ihr nachschauen. Das sorgfältige Studium der Struktur und des Verhaltens der physikalischen Welt, insbesondere durch Beobachtung, Messung und Durchführung von Experimenten und der Entwicklung von Theorien zur Beschreibung der Ergebnisse dieser Aktivitäten. Diese Definition ist sehr wichtig, da diese Definition die Vorgehensweise der Wissenschaft darlegt und beschreibt. Und als Gegenstück zu der Wissenschaft oder zu der Naturwissenschaft und die wissenschaftliche Methode möchte ich euch jetzt etwas präsentieren, wo wir der Meinung sind, dass viele unserer atheistischen Mitmenschen, auch derjenigen, die an unseren Streams teilnehmen, die mit uns reden, die mit uns mitlebertieren, in diese Kategorie fallen. Kommen wir zur nächsten Folie. Das ist nämlich der Scientismus. Der Scientismus wird so definiert, die Überzeugung, dass die Methoden der Naturwissenschaften die einzig richtigen Ergebnisse in jeder philosophischen oder anderen Untersuchung liefern. Das heißt, ich gebe euch mal ein Beispiel. Person A behauptet XY, bereitet eine Argumentation vor, die in sich schlüssig ist und logisch ist. Dann kommt Person B, Person B ist ein Atheist und sagt, wie willst du mir das jetzt empirisch beweisen? Was haben wir hier? Das ist ein klassischer Fall von jemandem, der, auch wenn er, wenn du ihn fragst, und er sagt von sich aus nicht aktiv, ich bin, ich folge dem Scientismus oder ich würde mich dem Scientismus zuschreiben. Und ganz kurz als Anmerkung vielleicht, nicht verwechseln mit Scientology, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das muss ich nur mal kurz erwähnen. Gute Anmerkung, Bruder. Genau. Auch wenn ein Atheist das nicht von sich aktiv behauptet, die Art und Weise, wie er die Wissenschaft bewertet und wie er die Wissenschaft versteht und anwendet, lässt darauf schließen, ob diese Person dem Scientismus zuzuordnen ist oder nicht. Denn wenn jemand, denn wenn wir beispielsweise eine Argumentation liefern und diese Person auf diese Argumentation, auf die logische Argumentation antwortet mit, das lässt sich empirisch nicht beweisen, ist das ein sehr starkes Indiz dafür, dass diese Person den Grundgedanken des Scientismus folgt. Und das der Unterschied zwischen Wissenschaft und Scientismus. Haltet das im Kopf. Ich bin mir sicher, wir werden dieses Verhaltensmuster im Laufe des Streams heute noch beobachten können. Und dann würde ich für die nächsten Folien an den Bruder Erfan abgeben. Genau. Ich bedanke mich erstmal vielmals, Herrn Bruder Mustafa, für den schönen Start. Und ja, ich denke, was ich ja so in den nächsten Folien jetzt präsentieren möchte, ist, dass wir nicht nur weit herholen und über Atheisten hinterherziehen und bestimmte Sachen über sie behaupten, die nicht stimmen, sondern möchte ich einige Beispiele geben. Und ich habe mich, alle guten Dinge sind drei, sagt man, ich habe mich auf drei Atheisten fokussiert, von denen ich Beispiele geben werde, dass sie das auch praktizieren. Das heißt jetzt nicht, dass jeder einzelne Atheist das vielleicht praktiziert, aber in der Regel, die modernen Atheisten machen das, wie wir auch in den kommenden Folien sehen und auch bestimmte Figuren des Atheismus, die als Vorreiter gesehen werden. Einer von ihnen sogar, einer der vier Horsemen of Atheism, wie er im englischen Raum genannt wird, oder Reiter des Atheismus, Vorreiter des Atheismus. Und genau, das möchten wir jetzt zeigen, dass dies nicht nur ein Märchen ist, was wir uns ausgesagt haben, sondern, dass diese Atheisten das auch von sich geben. Dass die diese übertriebene Position und diesen übertriebenen Glauben an die Wissenschaft angeben, also von sich präsentieren. Und keineswegs wollen wir die Wissenschaft kleinreden, aber wir wollen sie auch nicht vergöttern. Und damit beginne ich mein erstes Zitat und das ist von keinem anderen als Bertrand Russell und er ist der Scherch der Atheisten, der Gelehrte, der Großgelehrte der Atheisten. Also Richard Dawkins, über den wir auch sprechen werden, ist ein kleiner Fisch gegenüber Bertrand Russell. Und er ist einer der Atheisten, der auch Ahnung in der Philosophie hatte zu einem bestimmten Grad und nicht nur, wie Dawkins gesagt hat, lass die Philosophie beiseite, was eigentlich kompletter Schwachsinn ist, wie wir sehen werden. Was hat Bertrand Russell gesagt? Unter anderem, er war Philosoph und Mathematiker und einer der berühmtesten Atheisten, also der nicht zu weit entfernten Zeit. Und er hat gesagt, was immer an Wissen erlangt werden kann, muss mit wissenschaftlichen Methoden erlangt werden. Und was die Wissenschaft nicht entdecken kann, kann die Menschheit nicht wissen. Okay? Warum das eine übertriebene Aussage ist, das werden wir noch weiter sehen, wenn wir auch noch in die anderen Themen dieser Präsentation gehen. Aber hier sieht man, wie mit der Wissenschaft schon übertrieben wird. Und achtet auf den letzten Satz. Was immer die Wissenschaft nicht entdecken kann, kann die Menschheit nicht wissen. Und wir werden im Laufe der Präsentation sehen, was für Sachen, die notwendigerweise wichtig für uns sind und die die eigentlich jeder anerkennt, darunter fallen werden unter der Kategorie, was die wissenschaftlich nicht bewiesen werden kann. Und dass es, dass sowas drastische Folgen haben würde. Die nächste Folie ist Peter Atkins. Er ist ein Chemiker aus der Oxford University. Und ich habe auch noch einige andere Zitate von ihm, aber dies passt sehr gut zu dieser Sache, um zu zeigen, also um den Scientismus zu zeigen. Und zwar sagt er, es gibt keinen Grund anzunehmen, dass sich die Wissenschaft nicht mit jedem Aspekt der Existenz befassen kann. Okay? Dazu muss ich auch noch anmerken, dass er damit, wie wir auch sehen werden, limitiert, dass alle Existenz physisch ist. Denn mit etwas nicht physischem Materiellen kann sich die Wissenschaft ja nicht auseinandersetzen. Man kann etwas Unphysisches nicht unter das Mikroskop setzen. Also damit sagte er, dass die Wissenschaft sich mit alles, was existiert, auseinandersetzen kann. Und wenn wir den Satz umdrehen, damit, womit die Wissenschaft sich nicht auseinandersetzen kann, das fällt nicht unter die Kategorie Existenz. Wir werden auch weiter sehen, warum das drastische Folgen hat, so eine Aussage zu bringen und so einen übertreibenden Glauben an die Wissenschaft zu haben. Einen fanatischen Glauben, den eigentlich viele Atheisten religiösen Menschen vorwerfen. Und dann sehen wir sowas. Die nächste Aussage ist von unserem Lieblings Atheisten, Richard Dawkins, der Vorreiter des neuen Atheismus. Ich weiß, einige Leute, ich denke auch einige unter den Gästen behaupten sich ja auch als neue Atheisten. Und Richard Dawkins ist halt der Vorreiter von ihnen. Also, ja, ob man ihn Prophet nennen will, er wurde Prophet des neuen Atheismus genannt, unter anderem. Und er ist Evolutionsbiologe. Für die, die jetzt sehr interessiert an Evolution sind, ist auch Dawkins ein Vorbild wahrscheinlich in diesem Gebiet. Und Dawkins sagt eine interessante Aussage, die in sich selbst problematisch ist, wie wir sehen werden, aber lassen wir uns erstmal die Aussage lesen. Es gibt nur einen Weg zu wissen. Nur einen Weg. Wissenschaft. Okay? Wenn das nicht übertrieben ist, aber vielleicht ist den Gästen noch nicht so deutlich geworden, warum das alles so problematisch ist. Warum ist es so problematisch, dass man sagt, man kann nur durch Wissenschaft Sachen wissen. Wissenschaft kann doch alles herausfinden. Die Wissenschaft ist auch sehr besonders. Die Wissenschaft hat uns viele Sachen geboten, die uns andere Felder nicht bieten konnten. Und ob das wirklich stimmt oder nicht und ob die Wissenschaft wirklich alles herausfinden kann, was relevant für uns ist, werden wir jetzt sehen in den nächsten Folien, wo wir über die Limitationen der Wissenschaft reden. Und erstmal übergebe ich den Bruder Mustafa, der die ersten Folien zu diesem Themenbereich besprechen wird mit euch. Bruder, du bist gemutet glaube ich. habe ich gemerkt, ja. Genau, kommen wir zu den Limitationen der Wissenschaft. Was meinen wir mit Limitationen? Das werden wir euch jetzt in ein paar Folien versuchen darzulegen. Beispielsweise die Wissenschaft basiert auf Annahmen, die nicht empirisch bewiesen werden können. Als Beispiel dazu die Kausalität oder die Einheitlichkeit der Natur. Das heißt, das, womit die Wissenschaft sich auf den Weg macht, sind Annahmen. Und diese Annahmen können nicht empirisch bewiesen werden. Und dann können wir zur nächsten Folie. Die Wissenschaft basiert auf Induktion. Und ich weiß nicht, vielleicht waren manche in dem Stream dabei, da ist von einem Wissenschaftler eine gewisse Aussage gefallen, aber vielleicht kommt das ja heute noch im Laufe des Streams. Wissenschaft basiert auf Induktion. Es werden limitierte Beobachtungen durchgeführt, um nicht absolute Schlussfolgerungen aufzustellen. Dazu vielleicht ein kleines Beispiel, wenn du eine Folie zurückgehst oder einfach nur ein kleines Beispiel. Oder doch, das können wir eigentlich nicht direkt mit der nächsten Folie verbinden, du kannst doch eine Folie weitergehen. Denn hier stellen wir jetzt, um im Vorhinein schon Missverständnisse aus dem Weg zu wollen, nehmen wir das mal jetzt vorweg und stellen die Deduktion und die Induktion gegenüber. Ein kleiner Exkurs. Also erstmal, die Deduktion und Induktion sind zwei Grundmechanismen der wissenschaftlichen Erkenntnis. Also Methoden, wie man zu einer Erkenntnis gelangen kann. Auf der einen Seite haben wir die Deduktion, die Deduktion arbeitet sich, hat die Stoßrichtung sozusagen vom Allgemeinen zum Spezifischen. Die Verwendung dieser Methode oder dieser Vorgehensweise findet meistens Verwendung in der Logik oder in der Philosophie. Es ist, also das Ergebnis einer Deruktion ist ein gültiges und stichhaltiges Argument und bietet hundertprozentige Gewissheit. Natürlich muss, damit das der Fall ist, müssen dafür bestimmte Kriterien erfüllt sein. Das heißt, es muss, die Prämissen müssen wahr sein und die Schlussfolgerung ergibt sich sowieso aus den Prämissen. Aber die Prämissen müssen wahr sein, damit es eine gültige Schlussfolgerung ist, eine gültige Deduktion ist. Und die Deduktion ist nicht falsifizierbar, wenn alle Prämissen wahr sind, weil sich die Schlussfolgerung aus den Prämissen ergibt. Vielleicht ein kleines Beispiel. Prämisse 1. Alle Menschen sind sterblich. Ich denke, jeder im Chat stimmt mir dazu, dass alle Menschen sterblich sind. Ist diese Aussage wahr? Ist diese Prämisse wahr? Sie ist wahr. Prämisse 2 ist, Mustafa ist ein Mensch. Ich hoffe, da stimmt ihr mir auch alle zu, dass ich ein Mensch bin. Und daraus ergibt sich jetzt die Schlussfolgerung automatisch aus diesen zwei Prämissen. Die Schlussfolgerung aus diesen zwei Prämissen ist, Mustafa ist sterblich. Das ist eine unumstößliche Schlussfolgerung, die sich aus den Prämissen, die wir aufgestellt haben, die wahr sind, worauf wir uns einigen können, die sich aus diesen Prämissen ergibt. Das heißt, die Schlussfolgerung ist nicht falsifizierbar. Das Argument ist gültig und stichhaltig und bietet eine hundertprozentige Gewissheit. Ich hoffe, das kann man an diesem Beispiel gut nachvollziehen. Kommen wir auf der anderen Seite zur Induktion. Die Induktion hat die Stoßrichtung, geht den Weg von spezifisch zu allgemein. Sie findet Anwendung in den Naturwissenschaften und bietet im besten Fall eine hohe Wahrscheinlichkeit. Aber keine Gewissheit. Denn die Induktion, also etwas, was aus einer Induktion resultiert, kann jederzeit falsifiziert werden und kann jederzeit umgeschlossen werden. Ein kleines Beispiel. Das Beispiel kennt wahrscheinlich auch jeder. Das sind so die klassischen Beispiele, die man mit der Deduktion und der Induktion mitliefert. Schwäne. Ein Wissenschaftler beobachtet Schwäne. Er reist umher um die Welt, ist in verschiedenen Ländern unterwegs, sieht dort Schwäne, hier Schwäne, überall Schwäne und sind alle weiß. Er war in verschiedensten Ländern, in den verschiedensten Kontinenten und überall waren die Schwäne weiß. Und so stellt er vom Spezifischen, von seiner Beobachtung eine allgemeingültige Regel auf und sagt, alle Schwäne sind weiß. So, was ist jetzt das Problem der Induktion? Das Problem der Induktion ist, sobald irgendjemand irgendwo auf der Welt einen Schwan entdeckt, der nicht weiß ist, sondern eine andere Farbe hat, zum Beispiel einen schwarzen Schwan, ist das Ergebnis dieser Induktion und dieser allgemeingültige Grundsatz hinfällig und fällt in sich zusammen. Das ist das, was die Induktion mit sich bringt. Und die Wissenschaft, die Naturwissenschaft arbeitet nun mal induktiv. Das zu diesen beiden Grundmechanismen, die zu einer Erkenntnis führen können. Und dann können wir auch zur nächsten Folie kommen und ab hier gebe ich dann mal wieder an dich weiter, Bruder Erfan. Genau. Danke dir, Bruder. Und ja, ich werde jetzt über einige weitere Limitationen der Wissenschaft sprechen, die relevant für uns sind. Und wir sind Menschen, wir sind soziale Wesen. Ohne soziale Kontakte können wir nicht überleben. Das haben viele Studien gezeigt. Und um zu wissen, wie wir soziale Beziehungen zueinander aufrechterhalten können, auf korrekte Art und Weise, brauchen wir etwas, was sich Moral nennt. Moral ist für uns sehr wichtig. Und darum sehen wir, dass es seit der Existenz des Menschen immer Diskussionen gibt, wie man moralisch korrekt sein kann. Dem Menschen ist es wichtig, zu wissen, was die richtige Moral ist und wie er sich zu verhalten hat. Das Problem ist, dass die Wissenschaft keine Mittel bietet, um Moralen zu untersuchen, um Moralen zu erkunden. Die Wissenschaft ist einfach nicht das richtige Werkzeug dafür. Das heißt, wenn man sagt, wie Dawkins gesagt hat, es gibt nur einen Weg zu wissen, die Wissenschaft, oder wie Bertrand Russell gesagt hat, oder Peter Atkins, oder Sam Harris, oder Daniel Dennett, oder nennen sie alle, wie du willst. Dann haben wir ein Problem, dass wir nicht Moralen beweisen können. Das heißt, ja, wir können sie annehmen, wir können einfach diese Sachen sagen, aber wir können sie nicht wissen. Sie sind nicht sicher. Und damit das also nicht falsch verstanden wird, wir sagen nicht, dass Atheisten deswegen moralisch verwerfliche Menschen sind. Das sagen wir nicht. Nicht, dass einer jetzt uns ein Strohman-Argument vorwirft. Nein, das sagen wir nicht. Wir sagen, Atheisten können moralisch gute Menschen sein und gute Sachen tun. Sie können aber ihre Moralen nicht wissenschaftlich begründen. Und sie müssen ihre Moral anders begründen. Sie haben sich aber eingegrenzt in dem, die gesagt haben, dass Wissen nur von Wissenschaft kommen kann. Und daher müssen sie sagen, dass ihre Moralen kein Wissen sind und einfach nur Sachen sind, die auf ihrer subjektiven Annahme basieren. Das ist auf jeden Fall ein Problemthema. Die andere Sache ist, dass Wissenschaft keine Warum-Fragen beantworten kann. Da finde ich es auch lustig, dass Richard Dawkins zur Warum-Frage gesagt hat, die Frage warum, dazu sage ich, warum hast du das Recht, sie zu stellen? Es ist keine bedeutsame Frage. Warum? Warum sagt er das? Weil das die Konsequenz seiner Aussage ist, dass der einzige Weg zu wissen Wissenschaft ist. Und Wissenschaft kann Warum-Fragen nicht beantworten. Wissenschaft erklärt dir wie. Wie ein Mechanismus funktioniert. Aber warum dieser Mechanismus da ist, erklärt dir die Wissenschaft nicht. Und ich bin gerne bereit, meinen atheistischen Mitmenschen Beispiele zu liefern, wenn es zur Diskussion kommt, um diesen Punkt näher zu erdeuten. Und die nächste Limitation ist, dass Wissenschaft Rationalität und Überlieferung benötigt, sie jedoch nicht beweisen kann. Was meinen wir mit Rationalität und Überlieferung? Erstmal Rationalität. Das ist bekannt. Um die Ergebnisse der Wissenschaft auszuwerten. Um überhaupt Wissenschaft machen zu können. Wie Bruder Mustafa schon gesagt hat, dass Wissenschaft auf bestimmten Annahmen basiert, die auch mit unserer Rationalität zu tun haben. Braucht Wissenschaft überhaupt Rationalität? Oder warum sollten wir überhaupt Nachwahrheiten suchen? Warum sollten wir überhaupt Wissenschaft treiben? Und wie werten wir diese Funde, die wir finden, aus? Wenn nicht mit unserer Rationalität. Die Sache ist, Wissenschaft kann nicht beweisen, warum unsere Rationalität da ist und warum sie wahr ist. Und so weiter und so fort. Die andere Sache ist Überlieferung. Denn viele Wissenschaftler und ich denke, alle Atheisten, die heute hier sein werden, sind keine Wissenschaftler. Und darum auch Atheisten beten Wissenschaftler an. Denn ich denke nicht, dass einer von euch, der hier da ist, Experimente durchgeführt hat und Theorien wie die Gravitationstheorie, die Relativitätstheorie, die Evolutionstheorie, die Urknalltheorie selber aufgestellt hat. Ihr beruht euch auf Überlieferungen von Wissenschaftlern, die diese Experimente durchgeführt haben. Denkt ihr, jeder Wissenschaftler, der Wissenschaft studieren geht, experimentiert und findet jede Theorie einzeln für sich aus? Nein. Die Annahme dieser Theorien basiert darauf, dass sie die Überlieferung von anderen Wissenschaftlern, Vorgängern akzeptieren. Und dieser Weg, dass durch Überlieferung Wahrheiten, also Wissen erlangt werden kann, kann wissenschaftlich nicht bewiesen werden. Das heißt, wenn wir sagen, nur durch Wissenschaft kann man Wissen erlangen, dann müsste jeder Atheist für sich selber diese Experimente durchführen und für sich selber diese Fakten aufstellen. Ansonsten hat er kein Recht zu reden, indem er sich auf andere Wissenschaftler beruht. Genau, Bruder Mustafa. Machst du weiter? Ja, ich war wieder auf Sturm. Und zwar haben wir jetzt, weil, warum wir jetzt auf den Islam eingehen? Wir wollen auf den Islam eingehen aus dem Grund, dass, wie Bruder Erfan am Anfang schon ein bisschen eingeleitet hat, hört man ja oft die Behauptung, oder sagen wir so, Atheisten beanspruchen die Wissenschaft für sich, als ob die Wissenschaft ihnen alleine gehört und sie den Anspruch darauf hätten. Als ob die Wissenschaft sie einzig und allein bewahrheitet, befürwortet, beziehungsweise sie bestätigt. Und dass diejenigen, die religiös sind und gläubig sind, vielleicht sogar auch strenggläubig sind, dass die unwissenschaftlich sind, dass sie die Wissenschaft nicht verstehen und so weiter und so fort. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, dass wir in diesen kommenden Folien zeigen wollen, wie der Islam eigentlich dazu steht und was der Islam zu Themen sagt, wie Wissen aneignet. Und dazu, aus dem Koran, Kapitel 16, Vers 78, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, er hat euch Gehör, Augenlicht und Verstand gegeben, auf das ihr dankbar sein möchtet. Bruder Erfan, wie würdest du diese Ayah, diesen Vers aus dem Koran, im Kontext dieses Streams und dieses Themas einordnen? Was würdest du dazu sagen? Genau, Bruder. Und das ist ganz einfach, warum wir diesen Vers ausgesucht haben. Und zwar wollen wir den Zuschauern zeigen, dass wir eine viel balanzierende Position haben, was Wissenschaft ist und wie Wissenschaft eingeordnet werden soll. Und zwar sagen wir im Islam nicht, dass alles Wissen nur vom Empirischen kommen kann, sondern gibt es verschiedene Wege. Und Gott sagt, er hat uns Gehör, Augenlicht und Verstand gegeben. Und viele Gelehrten des Islams, die haben diesen Vers so ausgelegt, dass sie gesagt haben, Gehör, dass er Informationen durch sein Gehör aufnehmen kann, wie auch unsere Atheisten machen, wenn sie Theorien anderer Wissenschaftler annehmen, ohne die Experimente selbst gemacht zu haben. Augenlicht, um Beobachtung zu machen und Wissenschaft zu treiben und Verstand, um das auszuwerten oder auch um zu deduktiven Schlussfolgerungen zu kommen, die keine Observation benötigen. Das heißt, das sind alles Mittel, die uns Gott gegeben hat, um zu Wissen zu gelangen. Der nächste Vers. In Kapitel 16, Vers 78 sagt Allah im Koran, sag, reist auf der Erde umher und schaut, wie er die Schöpfung am Anfang gemacht hat. Hierauf lässt Allah die letzte Schöpfung entstehen. Gewiss, Allah hat zu allem die Macht. Auch hier würden mich gerne deine Kommentare im Lichte dieses Themas, dieses Streams interessieren. Genau. Mit diesem Vers wollen wir zeigen, dass der Islam, wie einige Atheisten behaupten, sich nicht davor scheut, also dass wir uns nicht dafür scheuen, rauszugehen und Wissenschaft zu treiben und herauszufinden, wie die Natur funktioniert. Denn, wie gesagt, Wissenschaft handelt mit dem Wie und nicht mit dem Warum. Wir haben die Warum-Fragen, können wir durch unsere Religion beantworten, welche wir auf rationalen Grundlagen gegründet haben. Und die Wie-Fragen, die Mechanismen, die Gott in Kraft gesetzt hat, die können wir durch Werkzeuge wie die Wissenschaft beantworten. Und das machen wir nicht trotz des Korans, sondern aufgrund des Korans. Denn der Koran spornt uns dazu an, rauszugehen und unsere Natur anzuschauen und uns die Schöpfung anzuschauen und zu schauen, wie die Mechanismen funktionieren. Und dies stellt in keiner Weise die Existenz Gottes infrage. Es ist kein Problem, wenn wir den Kosmos untersuchen, die Erde untersuchen und so weiter und so fort. Es sind, wie gesagt, das sind Mechanismen, die Gott in Kraft gesetzt hat. Und die Warum-Frage bleibt der Religion überlassen, denn Wissenschaft kann diese nicht beantworten. Und im Folgenden ein sehr interessantes Zitat von einem muslimischen Wissenschaftler und Mitgründer der wissenschaftlichen Methode. Er sagt, ich suchte ständig nach Wissen und Wahrheit und es wurde meine Überzeugung, dass es keinen besseren Weg gibt, um Zugang zum Glanz und zur Nähe Gottes zu erlangen, als die Suche nach Wahrheit und Wissen. Auch hier, Bruder Erfan, würden mich mal deine Kommentare und deine Gedanken zu diesem Zitat dieses Gelehrten interessieren. Ja. Und dieser Gelehrte ist sehr interessant, weil, wie du auch schon angedeutet hast, war er einer der Mitgründer der wissenschaftlichen Methode. Unter anderem ist er einer der Gründer, warum wir diese Wissenschaft heute haben, so wie wir sie haben. Also mit dieser wissenschaftlichen Methode. Und er wird auch im Arabischen Al-Hasan ibn al-Haytham genannt. Und was wir mit diesem Zitat zeigen wollen, schaut mal, was er sagt. Er sagt, dass er Wissenschaft getrieben hat, um näher zu Gott zu kommen. Okay? Das heißt, wir scheuen uns nicht. Also schaut mal, es gibt ein Problem in der westlichen Welt leider. Es gab ein Problem in der westlichen Welt, dass eine Zeit lang Leute, also Laien, die sich in Wissenschaft beschäftigt haben und bestimmte Sachen herausgefunden haben, vielleicht verbrannt wurden und verfolgt wurden und so weiter und so fort. In der islamischen Welt war es nicht so. In der islamischen Welt, es gab das goldene Zeitalter des Islams. Das ist ein anderes Thema. Informiert euch darüber. Es gab das wissenschaftliche Zentrum in Baghdad, das derzeitige Irak. Und die Riesenbüchereien und viele Sachen, die von da entstanden sind. Das heißt, der Islam hat kein Problem damit, dass der Mensch rausgeht und die Mechanismen der Natur herausfindet und sich Gottes Werke anschaut und Wissenschaft treibt. Und er ist sogar durch seine Religion dazu gefördert. Darum gibt es in unserer Religion keinen Konflikt. Wir erkennen Wissenschaft als das an, was es ist. Ein Werkzeug, um die Natur zu untersuchen, wie etwas funktioniert und auch natürlich dadurch zu profitieren. Wie viele Sachen haben wir der Wissenschaft zu verdanken? Ich meine, auch die Evolutionstheorie. Wir sind keine Feinde der Evolutionstheorie. Wir ordnen sie nur richtig ein. Wie viele medizinische Vorteile haben wir durch die Evolutionstheorie erlangt? Wie Impfungen und andere Sachen. Und das, wo wir unseren atheistischen Mitmenschen widersprechen würden, ist der übertriebene Glauben an die Wissenschaft. Nicht das Benutzen der Wissenschaft als ein Werkzeug. Damit wären wir durch mit der Präsentation. Maschallah, geehrte Geschwister, das waren die einleitenden Worte unserer Speaker. Und ich freue mich immer wieder, diesen Informationsinput gemeinsam mit euch aufzusorgen. Aber, geehrte Geschwister, ihr habt das richtig gut gemacht. Nicht vergessen, teilt den Stream und ihr könnt unter imman.ngo.gast auch natürlich an der Diskussion teilnehmen. Und ich würde sagen, liebe Speaker, wenn das für euch passt, hole ich direkt den ersten Gast rein. Mach das. Ich hole mal kurz was zu schreiben. Ich habe meinen Teams-Block und meinen Geschwister vergessen. Sehr gut. Also, während wir uns noch optimal auf den ersten Gast vorbereiten, möchte ich zum ersten Mal in Season 3 einen, ich würde jetzt sagen, interkontinentalen Gast haben. Heute schaltet jemand aus den Vereinigten Staaten von Amerika ein. Genauer gesagt, aus Minnesota, soweit ich mich erinnern kann. Es ist ein Atheist mit der US-Flagge. Herzlich willkommen, Jens, der Atheist. Herzlich willkommen. Hallo. Hi. Grüß dich, Jens. Wie geht's dir? Guten Abend dir auch. Mir geht's gut. Ich bin nebenbei ein bisschen am Arbeiten. Also, das heißt, wenn ich irgendwie reingezogen werde in ein Arbeitsmeeting, dann bitte ich, das zu entschuldigen. Ich kann auch gleich wieder zurückkommen. Alles gut. Hi, Jens. Hallo. Von mir. Herzlichen Glückwunsch. Wir freuen uns, dass du da bist. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Jens, wir wollen dir auf jeden Fall ausgiebig die Worte geben. Ich bitte dich auch um dein Statement natürlich, welche Positionen du vertrittst, was du zur Präsentation der Speaker sagst. Aber geehrte Geschwister, es muss eine Breaking News kommen. Eine Einmalspende wurde getätigt vom Bruder Musab in Höhe von 299 Euro. Möge Allah Musab segnen. Danke, lieber Bruder. Vielen Dank für dein Vertrauen. Und wir gehen direkt weiter in Jens. Jens, bitteschön, dein Statement. Die Zuschauer haben die Möglichkeit, dein Statement jetzt zu hören. Okay. Wo ich sehr interessiert war, war, was ganz am Anfang präsentiert worden ist. Dann ist es ein bisschen in eine Richtung gegangen, die ich nicht irgendwie vorhergesehen habe. Also die wissenschaftliche Methode, das war, glaube ich, das Erste, was ihr gezeigt habt. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Eine angewandte Prozedur, die man durchführt, um Wissen zu erlangen. Das heißt also, und diese Methode bezieht sich auf die natürlich reale Welt und die Wissenschaft hat nur diese Möglichkeit, diese reale Welt zu erfahren, weil die Möglichkeiten, die Werkzeuge nur in dieser realen, natürlichen Welt liegen. Jetzt ist natürlich die Frage, könnte man irgendwas erfahren, was außerhalb dieser natürlichen Welt liegt. Die Wissenschaft an sich macht da keine Aussage, eigentlich im Moment nicht. Aber wenn es irgendwie möglich wäre, das Unentklärliche erklärbar zu machen oder irgendwie hinter die natürliche Welt zu schauen oder wenn es irgendwelche, ich weiß nicht, wie es aussehen könnte oder es würde, dann würde die Wissenschaft wahrscheinlich da expandieren und da auch versuchen, diese Sachen herauszufinden. Aber im Moment ist es halt so, dass das nicht möglich ist. Also die Wissenschaft an sich ist im Moment bezogen auf den Philosoph, auf den materialistischen Naturalismus. Das heißt also, nur was in der natürlichen Welt gibt und erscheint, kann auch irgendwie erkundet werden. Und das heißt aber nicht, dass das in der Zukunft so limitiert sein muss. Das heißt also, vielleicht kann sich das irgendwann mal ändern und wir können da hinter den Horizont schauen. Okay. Danke für dein Statement. Jens, danke vielmals für dein Statement. Sehr spannend. Ich würde die Diskussion beginnen. Jetzt geht's in die Diskussion rein. Bitteschön. Ich würde erstmal was anmerken wollen. Erstmal, wie gesagt, nochmal ein herzliches Willkommen von mir, Jens. Es freut mich, dass du heute Abend dabei bist und dass wir auf schöne Art und Weise miteinander reden können und uns austauschen können. Und ich finde es auch sehr cool, dass du aus den USA zuschaltest. Wie viel Uhr ist es dort eigentlich, wenn ich fragen darf? Warum ist es jetzt zehn vor zwei? Mittags? Ja, klar. Mittags, okay. Ich bin mittlere Westen. Das heißt also, sieben Stunden verschieben. Go, Vike. Also, Event TV goes international, Leute, ihr seht. Auf jeden Fall, Jens, finde ich dein Statement, deine Stellungnahme sehr interessant. Ich finde sie außerdem sehr interessant mit Hinblick darauf, dass wir später Gäste bekommen werden, höchstwahrscheinlich, die in manchen Punkten dir nicht zustimmen werden. Und ich finde, du hast eine sehr ausgeglichene Sichtweise auf das Ganze. Würde ich aber gerne mal fragen, konkret zum Titel des Streams, was du zu diesem, also was deine Meinung zu unserer Behauptung ist. Also, wir sagen ja, überzeuge uns vom Gegenteil. Was denkst du denn darüber, was wir behaupten? Was sagst du zu unserer Behauptung, das wird mich mal interessieren. Dass die Wissenschaft die Götze der Atheisten ist? Dass die Wissenschaft die Götze der Atheisten ist, dass Atheisten Wissenschaftler anbeten. Hast du die Präsentation gesehen? Ja, ja, klar, habe ich gesehen. Und mit Hinblick auf die Definition der Wörter, Anbetung und Götze, die wir angeführt haben? Ja, gut, sehe ich nicht so, weil ich es nicht so sehe, dass es die Wissenschaft gibt. Ich beziehe mich da mehr auf die wissenschaftliche Methode, das wissenschaftliche Arbeiten. Und dadurch kann man Wissen erlangen. Wie gesagt, was sich da natürlich bezieht auf die realistisch-natürliche Welt. Ich bin nicht der Meinung, dass das Wissenschaft atheistisch ist oder religiös oder in irgendeiner Weise da eine Aussage macht. Sie ist einfach da. Es ist eine Methode, die man aufgreift, benutzt, um Sachen, Möglichkeiten, alles mögliche Fragen zu beantworten, die sich in der realen Welt stellen. Ja, ich würde gerne eine Frage zurückstellen. Also wir haben ja drei Aussagen von bekannten Atheisten präsentiert. Und diese Atheisten haben klar und deutlich gesagt, dass wissenschaftlich nur eine Methode ist, um Wissen zu erlangen. Sondern dass es die einzige Methode ist, Wissen zu erlangen. Würdest du da zustimmen oder würdest du da? Teilweise. Also zum Beispiel, man kann ja auch sagen, ich weiß, dass ich hungrig bin. Gut, wo kommt das jetzt her? Ich benutze, um diese Erfahrung zu machen, benutze ich ja auch das Gehirn, ein Werkzeug, was mich zu was bringen kann. Dieser Hunger ist ein Gefühl, dass es ja auch eine Brain State ist. Also das heißt, es passiert was im Gehirn. Man kann es auch nachvollziehen. Man kann es wissenschaftlich nicht belegen. Aber wir wissen schon sehr viel über das Gehirn. Man könnte zum Beispiel sagen, im CAT-Scan sieht man, welche Region des Gehirns beansprucht wird, wenn man dieses Gefühl hat. Das heißt also, ja, die eine Sache, die aufgenommen worden ist, dieses Warum oder in Sachen von Moral. Ich glaube nicht. Und ich glaube, David Hume ist ein Philosoph, der das aufgegriffen hat, versucht zu beweisen. Also man kann nicht schlussfolgern, wie man sich verhalten soll, einfach von dem, was ist in der Welt. Also das heißt, verschiedene Philosophen haben das versucht. Da würde ich zustimmen. Die, die nicht beantworten kann, die nicht von der Wissenschaft beantwortet werden kann. Und wo Leute an sich sich schwer tun, diese zu beantworten. Und es ist einfach so, dass das nicht geht. Ich würde da zustimmen, wo ich halt hinzufügen würde es, wo ich nicht zustimmen würde. Ich würde sagen, Wissenschaft ist ein Werkzeug, um zu Wahrheiten zu kommen. Bestimmten Wahrheiten, nicht absoluten Wahrheiten, probabilistischen Wahrheiten. Aber darüber können wir später reden. Aber was ich sagen möchte, ist, dass es andere Wege gibt. Also du hast jetzt zum Beispiel eine Andeutung auf den Verstand gemacht. Weil ich denke, in deinem alltäglichen Leben, Jens, kommst du oft zu Schlussfolgerungen nur dadurch, dass du deinen Verstand benutzt. Du musst dich nicht immer auf Beobachtung, also auf das Empirische beruhen, um dir über etwas sicher zu sein. Also ich kann dir auch Beispiele geben. Zum Beispiel, wenn ich dir sage, ich habe einen Apfel auf meinem Tisch. Und ich teile diesen Apfel in vier Teile. Okay? Du kannst ihn aber nicht sehen. Ich habe hier einen Apfel. Und dann frage ich dich, ist ein Teil größer oder der ganze Apfel? Was wäre deine Antwort? Ein Teil größer oder der Apfel? Genau. Ja, gut. Der Apfel war größer. Jetzt hast du ihn geteilt. Nein, nein. Es ist einer dieser vier Teile größer als der gesamte Apfel. Nein. Also alle vier. Genau. Das hast du. Aber du musst, was ich damit andeuten möchte, ist, du musst den Apfel nicht untersuchen und alle vier Teile messen, um zu dieser Schlussfolgerung zu kommen. Du kannst rein auf deine Rationalität eine sichere Schlussfolgerung machen, dass der Teil kleiner ist als das Ganze. Und du hast dich da nicht auf die Wissenschaft beruht. Das heißt, Wissenschaft wäre nicht der einzige Weg, also in dem Sinne. Das heißt, wir können auch zu rationalen Schlussfolgerungen kommen. Es muss nicht wissenschaftlich sein. Ja, Wissenschaft ist sehr nützlich. Ich habe auch ein bisschen über die Nutzen der Wissenschaft gesprochen und dass es auch islamisch gefördert ist, Wissenschaft zu treiben. Und alleine die Motivation für uns Muslime, zum Beispiel Wissenschaft zu treiben, sollte sein, dass wer ein Leben rettet, er ist so, als ob er die ganze Menschheit gerettet hat. Und wenn wir durch die Wissenschaft zu bestimmten medizinischen Erkenntnissen kommen, die Leben retten und dadurch Menschenleben retten können, und wir im Islam, wir glauben auch an das Konzept von Sadarajari, nennt man das, dass die Belohnung, wer eine Tat macht, wovon die Menschen weiterführen, profitieren, der bekommt diese ganze Belohnung bis zum jüngsten Tag. Das heißt, wir haben eine starke Motivation, das zu machen. Der einzige Unterschied zwischen uns und Dawkins und den anderen in Bezug der Wissenschaft ist, wir sagen, nein, es ist nicht der einzige Weg zur Wahrheit. Es gibt auch andere Wege. Und ich denke, du hast uns gerade auch demonstriert, dass du da eigentlich auch zustimmst, dass du sagst, ich kann auch mit meiner Rationalität zur Schlussfolgerung kommen. Es ist nicht nur die Wissenschaft. Ja, aber Rationalität gehört ja, wenn wir sagen, wissenschaftliche Methode, besteht die ja aus verschiedenen Schritten. Also, manche sagen fünf, manche sieben. Es gehört immer dazu, erster Schritt, man stellt sich eine Frage, die man beantwortet haben möchte. Richtig? Man fragt sich, wie ist das? Man definiert das Problem. Dann forschen. Forschen kann sein, sammeln von Daten, rational über etwas nachdenken, sonst irgendwas, eine Hypothese erstellen, diese mit einem Experiment dann beweisen oder versuchen zu beweisen, noch mehr Ergebnisse zu sammeln. Daten sammeln. Genau, die Hypothese, dann hat man irgendwie eine These, das versucht man zu zerstören, es geht nicht, dann sagt man, okay, jetzt ist es dann halt eine Theorie, die ich aufgestellt habe, die wird peer-reviewed und dann kann man die veröffentlichen. Das mit dem Apfel war jetzt ein Beispiel, das war jetzt ein Teil, ich habe drüber nachgedacht, ich weiß, was ein Apfel ist, ein Apfel ist Teil der realen Welt, ich habe schon mal einen Apfel gesehen, ich habe schon mal einen Apfel geteilt, ich weiß ganz genau, dass durch meine Erfahrung, dass ein Teil, wenn ich einen Apfel teile, nicht größer sein kann als der ganze Apfel. Das ist ja Teil von dem, eine Zwischenfrage, eine Zwischenfrage jetzt vielleicht, Jens, stimmst du also grundsätzlich den muslimischen Speakern zu, wenn sie die Aussage bringen, dass Wissenschaft nicht der einzige Weg zur erkenntnistheoretischen Wahrheit ist? Was ist erkenntnistheoretische Wahrheit? Na, was ist normativ richtig und falsch? Nein, zu wissen, was richtig und falsch ist, ähm, das... Nicht moralisch, sondern normativ, gesetzlich, richtig. Also stimmst du dem zu, was die Speakers sagen, weil die Speakers sagen, es gibt außerhalb der Wissenschaft etwas. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Beziehungsweise, um das zu korrigieren, nicht, es gibt etwas außerhalb der Wissenschaft. Nicht, es gibt etwas außerhalb der Wissenschaft. Also nicht unbedingt, wir verweisen nicht unbedingt jetzt auf das Metaphysische, sondern es gibt in der realen Welt, in der wir uns befinden, in unserem, mit dem, was uns zur Verfügung steht, gibt es weitere Mittel, mit denen wir zu einer Erkenntnis gelangen können. Und das mit dem Apfel beispielsweise, Benz, da hast du gerade angemerkt, ich habe es gesagt, und hast gesagt, dass das, was du als Antwort geliefert hast, dass das jetzt nur ein Teil war der wissenschaftlichen Methode. Du hast ja die wissenschaftliche Methode dargelegt. Aber muss man jetzt wirklich, um zu einer Erkenntnis zu gelangen, diesen gesamten Weg mit all seinen Schritten durchlaufen, um zu dieser Erkenntnis zu gelangen? Nein, muss man nicht. Und das ist das, was wir sagen. Das ist Konsens. Nein, muss man nicht. Ich habe mal, und vielleicht ist das schon ein Jahr her, da hat ein Kollege von euch, hat ein Handy hochgehalten, hat gesagt, ha, du kannst mir nicht empirisch erklären, dass eine Person dieses Handy hergestellt hat. Ich kann mit dem Handy verschiedene Sachen machen. Ich kann messen, ich kann die Dichte messen, ich kann dies und das machen. Aber ich kann nicht empirisch beweisen, wer das Handy hergestellt hat. Nein, aber man kann, das heißt also, wenn ich nur die Dichte irgendwas, die Materialien untersuchen, kann ich das nicht. Aber das sind ja auch nicht die richtigen Werkzeuge, um diese Frage zu beantworten. Die richtigen Werkzeuge wären, gibt es Telefone? Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, es gibt iPhones, ich weiß, dass es Apple gibt. Ich drehe das Telefon um, ich sehe eine Seriennummer. Ich weiß, ich könnte jetzt nachvollziehen und nachforschen, wo ist das hergestellt worden? In China, okay. Wann ist es hergestellt worden? Und so weiter und so weiter. Ich könnte mit einer Methode herausfinden, wer das Handy gemacht hat. Ich nehme die Methoden, die ich wähle, sind alle in dieser natürlichen realen Welt. Die benutze ich. Wenn ihr jetzt sagt, ich habe jetzt nicht die wissenschaftliche Methode benutzt, um diese Frage zu beantworten, von A nach B, Schritt 1, 2, verstehe ich, sage ich ja, ich bin da bei euch, aber ich habe trotzdem geforscht. Ich habe eine Frage, wer hat dieses Handy hergestellt? Nicht einfach nur durch Daten oder sonst irgendwas, sondern auch durch anderes forschen, habe ich diese Frage beantwortet. Ja, ich würde da gerne einhaken. Und zwar, hast du eigentlich gerade einen weiteren Weg, den wir benutzen können, um zu wissen gelang präsentiert, den wir auch in der Präsentation erwähnt haben. Und wir haben gesagt, wir können auch durch Überlieferung, also durch mündliche Überlieferung oder schriftliche Überlieferung, Dokumentation zu Wissen gelangen. Darum musst du ja auch nicht, oder ich, alle wissenschaftlichen Theorien selbst ausgeführt haben in Praxis, um zu wissen, dass sie da sind. Wir beruhen uns auf Wissenschaftler, die diese Theorien gemacht haben. Aber das in sich, das ist keine Wissenschaft, das ist ein anderer Weg. Nein, aber das Problem ist, war nicht das Problem, diese Sachen, uns drauf verlassen, was andere Wissenschaftler, das sind kopierbare Sachen. Das heißt also nicht, dass ich mich jetzt, dass ich jetzt sagen würde, ich könnte jetzt das nachvollziehen und genauso machen wie der Wissenschaftler. Dafür fehlt mir einfach die Erfahrung, dafür fehlt mir das Wissen. aber es kann gemacht werden, weil es einfach, es wurde schon gemacht, es kann wieder gemacht werden, es ist wiederholbar. Das ist ja ein Teil, es ist demonstrierbar, wiederholbar und ich kann es kopieren. Also ich möchte kurz einen Kommentar dazu geben und dann habe ich noch eine Frage. Und dann holen wir auch noch einen weiteren Gast. Ja genau, eine Frage noch zu der Apfelgeschichte, okay? Also ich spreche mich kurz aus und dann kannst du darüber nachdenken. Erst einmal, wir haben, genau, wir haben über Überlieferungen gesprochen. Ja, du hast gesagt, es kann wiederholt werden, richtig. Aber dafür, dass du akzeptierst, dass diese Theorien existieren und diese Theorien schlüssig sind, musst du sie nicht selbst wiederholen. Das heißt, du sagst jetzt nicht, ich bin mir nicht sicher, dass eine Theorie richtig ist, Evolution, Urknall oder so, bis ich sie selbst wiederholt habe. Das sagst du nicht. Du berufst dich immer noch auf andere Wissenschaftler. Erster Punkt. Zweiter Punkt, bezüglich dem Apfel, weil du hast was Interessantes zum Schluss gesagt. Du hast gesagt, du kennst den Apfel aus deiner Erfahrung. Du hast schon mal einen Apfel geteilt. Darum hat das irgendwie was mit Erfahrung zu tun, dass du weißt, dass ein Teil des Apfels kleiner als ein Ganzes ist. Ich würde da gerne eine Gegenfrage stellen. Du musst ja auch nicht jetzt beantworten. Oder Amir will auch einen Gast reinbringen. Aber vielleicht bringt dich das zu nachdenken. Und die Frage ist, kann es etwas geben, dessen Teil größer ist als sein Ganzes? Okay? Und genau diese Frage kannst du... Spannende Frage. Würde ich jetzt mal so einfach in die Diskussion werfen. Die Zuschauer können hier ein Bild machen. Ist auf jeden Fall gut. Jens, please stay in the Lobby. Ja, wir würden gerne mit dir weiter diskutieren, aber wir würden dir gerne Support bringen. Okay? Lieber Live-Chat, ihr seid wieder am Start und ich komme zum nächsten Gast. Das ist zum ersten Mal heute ein agnostischer Mit-Streamer. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Gerta-Chat, bitte auch schon tausend blaue Herzen für den nächsten Stream-Gast reinholen. Bevor wir ihn reinholen, sein Name ist Hadi. Hadi, wenn du mich hörst, Daumen hoch, dann geht's los. Du hast einen tollen Hintergrund. Ich hole dich jetzt direkt rein. Herzlich willkommen, Hadi. Hallo. So, hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Wunderschöner Hintergrund. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Ich bin auch froh, dass ich hier sein kann. Also, ich bin ja das erste Mal, glaube ich, beim Iman-TV-Steam dabei und es ist mir eine Ehre, muss ich sagen. Das ist unsererseits. Freut mich auch sehr, dass du heute da bist, Hadi. Freut mich wirklich sehr und wie dein Vorgänger das auch gemacht hat, würde ich mich sehr dafür interessieren, was du sozusagen glaubst beziehungsweise was dein Statement ist. Deswegen bitte ich dich um dein Statement, lieber Hadi. Okay. Also, erstmal habe ich ein grundsätzliches Problem mit dem Titel vom Stream. Also, grundsätzlich. Es ist ja so, dass gesagt wird, dass, ja, Atheisten Götzendiener anbeten würden. Da werden eigentlich zwei Fehler gemacht, meiner Meinung nach. Also, der erste Fehler ist, dass angenommen wird, dass der Atheismus ein Glaube ist. Aber das ist im Grunde genommen völlig falsch, aus meiner Sicht, weil ein Glaube, also man kann ja nur an etwas glauben, was man nicht weiß. Wissenschaft funktioniert allerdings so, dass es nur auf Wissen beruht und auf Information. So, das heißt, man kann nicht an etwas glauben, was man weiß. Das ist ein logischer Widerspruch. So, und das andere ist, ein Glaube hat Glaubensanhänger. Ja, und ein Glaubensanhänger, ja, die verfolgen auch immer dogmatische Grundsätze, also unveränderliche Grundsätze. Das trifft auch nicht auf Atheisten zu oder auf Agnostiker, weil nämlich in der Wissenschaft keine Dogmen vorhanden sind. Wissenschaft ist etwas, was sich ständig erneuert. Das heißt, man glaubt etwas, das heißt, okay, man findet was heraus, man findet Informationen heraus, erforscht sie, dann kommt jemand, widerlegt diese Informationen und dann erneuert sich das wieder. Ja, das heißt, daran sieht man, dass Wissenschaft im Grunde genommen etwas ist, was sich ständig erneuert, was ständig im Wandel ist. Bitte schön. Hardy, du warst gerade weg. Achso, das kann ich nicht. Ja, mein Internet. Kannst du vielleicht ein bisschen vorspulen? Manchmal. Bitte? Kannst du ein bisschen zurückspulen und nochmal ein bisschen von weiter hinten deine Aussage nochmal wiederholen, weil da warst du kurz weg. Achso, okay, okay. Ja, es ist so, Glaubensanhänger, das merkt man bei Religionen, die glauben an unveränderliche Dogmen. Das heißt, Grundsätze, die sich nie verändern. Das ist aber bei Wissenschaftlern, bei Atheisten, bei Agnostikern nicht so. Die glauben an nichts, sondern die, ja, wie soll ich sagen, die halten sich an Informationen fest, solange wie diese wahr sind. Und wenn jemand diese Informationen falsifizieren kann, so dass es logisch verständlich ist, dann lassen sie davon los und erneuern ihr Weltbild. So, und das ist dieser ständige Wandel, das ist etwas, was nichts mit Glauben oder Dogmen zu tun hat, sondern das ist wirklich etwas, was völlig dynamisch ist. So, und jetzt wurde auch noch gesagt von, es ist ja, glaube ich, aus dem Stream raus. Ja, von? Genau. Oder wir sagen, dass Wissenschaft, ja, das ist auch quasi unveränderlich oder, oder dass die Dinge, die Wissenschaftler behaupten, ja, ja, das ist eigentlich, dass Leute wie ich oder zum Beispiel Leute, die im Studium sind oder normale Leute, dass sie ja ständig nachprüfen müssen, sage ich mal. Also nachprüfen, dass die Relativitätstheorie stimmt, dass die newtonschen Axiome stimmen, das ist aber auch etwas, was meiner Meinung nach völlig aus der Luft gegriffen ist, denn wieso, ich meine, wir sehen ja überall um uns herum, dass die Naturgesetze stimmen, ja, man muss sie nicht nachprüfen. Wenn sie nicht stimmen würden, dann würde sich doch keiner trauen, über eine Brücke zu fahren, weil sie dann sofort zusammenrechen würde oder es würde sich keiner trauen, äh, ein Flugzeug zu steigen, weil die Thermodynamik ja vielleicht falsch sein könnte. Wir steigen alle in ein Flugzeug. Das heißt, keiner von uns muss, bevor er in ein Flugzeug steigt, erstmal wieder die Thermodynamik beweisen. Macht keiner. Und keiner von uns muss, bevor er in einen Zug steigt und über eine Brücke fährt, erstmal beweisen, dass diese ganzen Ingenieursformeln, mit denen die Brücke gebaut wurde, dass die stimmen. Das macht, das ist, das macht kein normaler Mensch, aber das wurde hier von Erfan als Argument benutzt und deswegen finde ich das so ein bisschen, ja, also ich finde das so ein bisschen aus der Luft gegriffen und was Erfan auch gesagt hat, dass, dass Atheisten keine Moral ableiten können und auch das finde ich, ja, dass das überhaupt nicht zutrifft, denn wenn man sich mal einfach geschichtlich auseinandersetzt mit diesem Thema, dann merkt man, dass unser ganzes demokratisches System in ganz Europa, in ganz Europa, die ganzen Demokratien und die Grundrechte und die Menschenrechte, die basieren auf Überlegungen von Philosophen. Welche Philosophen waren das? Das waren Descartes, Kant, Rousseau, ja, Lessing, Goethe, all diese Menschen, all diese großen Denker, ja, die sind nicht in, die haben nicht irgendwie Formeln entwickelt, sondern die haben einfach ihren Verstand benutzt, haben daraus Wissenschaft gemacht, Philosophie, haben das in Bücher geschrieben, in Gedichte, alles mögliche und diese Menschen haben Politiker inspiriert, Menschen in ganz Europa ganze Monarchien zusammenbrechen zu lassen, ja, dadurch ist unsere Demokratie entstanden und unser Grundgesetz, was uns erlaubt, dass wir hier alle miteinander reden können, ne, und das ist im Grunde genommen etwas, was zeigt, dass auch Wissenschaftler und Atheisten oder Menschen, die keine Glaubenseinhänger sind, eine sehr gute Moral ableiten können und ich meine, wenn wir mal ein bisschen zurückgehen, also vor der Aufklärung, da waren ja die Geistigen noch an der Macht, also die Christen und keiner muss sagen, keiner muss erklären, was, wie, mit was für Problemen wir es da zu tun hatten, mit Hexenverfolgung, mit der Interpretation. Okay, bevor wir ins Mittelalter gehen, bevor wir ins Mittelalter gehen und zu Hexenprogrammen, würde ich sehr gern die Diskussion einbinden, weil bei allem Respekt, bitte bleiben wir konkret beim Thema und vor allem auch im Jahrtausend, wo wir gerade sind. Genau. Es ist klar geworden, was du meinst, Hadi, also wenn ich dann... Ich würde gerne nur, ich würde eine Sache nur kommentieren und dann gebe ich das Wort Mustafa, ich glaube, er hat etwas Interessantes zu sagen, aber ich möchte erstmal Hadi danken, weil er hat gerade die ganzen Punkte, die ich in der Präsentation weiterleiten wollte, er hat sie gerade, also er hat meine Position sozusagen bewiesen, denn erstens, also ich habe nicht alles gehört, aber zwei Sachen habe ich gut rausgehört, weil das genau das ist, weil ich, was ich den Menschen, den Zuschauern heute klar machen will, und zwar, dass wir auch durch Überlieferung Wissen erlangen können und das ist der Grund, Hadi, warum nicht jeder Mensch die Relativitätstheorie oder die Schwerkrafttheorie oder die thermodynamische Theorie selber herausfindet. Ich sage ja nicht, dass jeder das machen soll, ich sage, keiner macht das, ich sage dasselbe, was du sagst, und ich sage, der Grund, warum das keiner macht, ist, weil keiner eigentlich denkt, dass Wissenschaft der einzige Weg ist, um sich über etwas Wissen zu sein. Dawkins mag es sagen, Bertrand Russell mag es sagen, die ganzen Pseudo-Atheisten mögen es sagen, aber in der Praxis macht es keiner, weil es Unsinn ist. Ich bin der Meinung, dass wir uns durch Überlieferung als das, was zu uns kommt von vertrauenswürdigen Wissenschaftlern beruhen können. Ich sage nicht, wir sollen jede Theorie wiederholen und dadurch, dass du das bestätigt hast, hast du mir gezeigt, dass wir auch durch Überlieferung zu Wissen erlang kommen. Das ist ein Punkt, den ich eigentlich zeigen wollte. Du hast es nochmal ausdrücklich erklärt. Die zweite Sache ist mit den Moralen und da hast du wieder einen Weg zur Wahrheit erklärt, den ich mit meiner Präsentation erklären wollte. Ich danke dir nochmal, dass du es nochmal veranschaulicht hast. Denn du hast gesagt, der Westen hatte Philosophen und diese Philosophen haben moralische Konzepte durch ihren Verstand errichtet und den Menschen diese Moralkonzepte gegeben. Ich habe nicht gesagt, dass Atheisten ohne Moral sind. Ich habe gesagt, dass Atheisten die Wissenschaft verherrlichen zu einem Punkt, dass sie sagen, dass die Wissenschaft der einzige Weg zur Wahrheit ist, aber die Wissenschaft kann Moral nicht begründen. Moral muss philosophisch, rational begründet werden und du hast gezeigt, dass das auch ein Weg zum Wissen ist, Philosophie und Rationalität. Also ich kann dir nur danken, Hadi, und ich schaue mal, was Mustafa dazu zu sagen hat. Darf ich noch dazu eine Sache sagen? Ja. Also es wird gerade so getan, es wird da gerade irgendwie, glaube ich, Natur, Wissenschaft von Wissenschaft oder, nee, ich glaube, hier wird der Fehler gemacht, dass Philosophie nicht als Wissenschaft gesehen wird, aber Wissenschaft bedeutet doch einfach nur die Erschaffung von Wissen und die Wege, die durch das passieren kann, sind ja vielfältig. Das ist einmal, ich kann immer in die Natur gehen und Dinge beobachten mit meinem Sinn, dadurch kann ich Wissen erlangen. Ich kann auch denken, Dinge sehen, daraus logische Schlussfolgerungen ziehen und daraus Wissen erlangen. Ich kann aber auch selber philosophisch denken und daraus Wissen erlangen. Das ist auch Wissenschaft, das nennt sich Philosophieren. Das ist das, was zum Beispiel Kant etc. gemacht haben. Das heißt, all das ist alles, was alle Prozesse, ja, die Wissen generieren. Egal, ob das jetzt ein Experiment ist oder eine bloße Sinneswahrnehmung oder, ne, also, you name it. wir haben es in der Präsentation klar gemacht, dass wir über die Naturwissenschaften sprechen, die auf Induktion basiert sind und nicht auf deduktive Schlussfolgerungen. Also, wir haben wirklich klar gemacht, dass wir uns, weil man kann immer, es gibt Definitionen, die kann man ausweiten und eingrenzen und wir haben klar gemacht, was wir mit Wissenschaft meinen. Und wir haben gesagt, wir reden über die Wissenschaft, die durch Deduktion geführt wird, über die wissenschaftliche Methode und das Empirische. Ich habe es immer wieder wiederholt und genau, also, ich sehe nicht, warum das nicht klar sein sollte. Ein Punkt dazu, wenn ich darf. Das finde ich ehrlich gesagt nicht fair, dass du, also, dass ihr sozusagen nur über die Wissen, also im Zusammenhang mit Atheisten, nur über die Naturwissenschaft redet, denn Atheisten sind ja nicht nur Anhänger der Naturwissenschaft, sondern auch der Geisteswissenschaft, zum Beispiel Philosophie, Sprachwissenschaft, etc., etc., das heißt, wenn du sagst, dass wir nur über Naturwissenschaft reden, dann nimmst du mir quasi mein Schild, dann habe ich nur noch mein Schwert in der Hand sozusagen, aber ich als Agnostiker habe ja nicht nur Naturwissenschaft als Erklärungsbasis, sondern auch Geisteswissenschaft. Ja, das heißt, das heißt, du würdest den, warte, eine Sache nur, das heißt, du würdest den Atheisten, die wir in der Präsentation gezeigt haben, Bertrand Russell, Richard Dawkins, Peter Atkins, die gesagt haben, der einzige Weg ist durch, weil Bertrand Russell im selben Zitat, im selben Zitat sagt er, dass Moralen nicht herausgefunden werden können. Das sind die Vorworte zu dem Zitat und er sagt, was die Wissenschaft und damit meint er, die wissenschaftliche Methode nicht erkennen kann, das existiert nicht. Richard Dawkins sagt, er redet auch im Kontext der wissenschaftlichen Methode. Er sagt, es gibt nur einen Weg zu wissen, Wissenschaft und er meint nicht philosophische Wissenschaft. Er hat im Vortrag gesagt, er wurde gefragt, sollen wir auch Philosophie studieren, die Philosophie der Wissenschaft oder nur Wissenschaft machen? Er hat gesagt, lasst die Philosophie und macht Wissenschaft. Okay? Das heißt, wir reden über Atheisten, die das machen. Wenn du sagst, aber ich bin nicht so, okay, früher gab es ja auch Atheisten, es gibt immer noch Atheisten, die ehrlich sind, wie Michael Ruse zum Beispiel, ist atheistischer Philosoph. Er sagt diese Aussagen nicht. Er sagt, Richard Dawkins gibt mir Scham, dass ich ein Atheist bin. Er sagt, er ist wie einer, der im ersten Jahr in seinem Studium ist an der Uni. Und wenn du nicht zu dieser Kategorie gehörst, zu der wir reden, dann natürlich kann ich verstehen, dass du genau das nicht nachvollziehen kannst. Wir reden über Atheisten, die übertreiben mit der wissenschaftlichen Methode, die sagen, die empirische wissenschaftliche Methode ist der einzige Weg zur Wahrheit. und diese Atheisten, die machen diese Anbetung. Die haben Wissenschaft vergöttert in dem Sinne, dass sie Philosophie aus dem Raum geschmissen haben, dass sie Überlieferung aus dem Raum geschmissen haben. Und das tust du eigentlich nicht. Darum denke ich, dass du nicht dazu gehörst. Eine kurze Anmerkung. Der Jens wollte dann auch was sagen. Ich erfahne, in meiner, also, das ist ein bisschen untergegangen, aber ich glaube, du hast da gerade vorhin einen Trick angewandt. Das heißt also, was ich meine mit Wissen Erlangen ist, das heißt, für die Menschheit. Das heißt also, irgendwas wird herausgefunden und darauf berufen sich jetzt andere Menschen. Darauf berufe ich mich. Das heißt also, ich weiß das, weil die das wissen. Das heißt also, ich berufe mich auf Wissen, das erlangt worden ist. Das heißt also nicht, dass ich, dass es nicht überliefertet Wissen, das ich habe von denen, das ist von denen herausgefunden für die Menschheit zur Verfügung gestellt, das ist das Wissen, das ist, wie ich das meine. Ja, wenn du das so siehst, dann sehe ich das auch. Ja, wenn du, wenn du das so erweiterst, dann ist die Wissenschaft nicht das Einzige, was Wissen herausbringt, weil ich weiß, weil die wissen. Das heißt also, ja, das ist die Überlieferung. Eine andere Sache, die ich sagen wollte, Deutsch ist eine schöne Sprache. Finde ich besser als Englisch. Aber ein Problem hat Deutsch und zwar das Wort Glaube. Wir in den USA oder in Englischem heißt, du hast Believe und your Faith. Faith ist, du hast Glaube ohne irgendwelche Gründe oder Beweise und Believe ist, ich glaube mit einem bestimmten Vertrauen, dass das wahr sein könnte. und manchmal bringt man das im Deutschen so ein bisschen durcheinander, finde ich. Das heißt also, man spricht hier über Glaube und dann spricht man über den Glauben, weil Wissen ist eine Untergruppe vom Glauben. Das heißt, also ich bin anderer Meinung als Hadi. Das ist keine Kontradiktion. Das ist einfach, ich glaube etwas und Wissen ist einfach ein anderer Confidence Level. Also das heißt, also ich glaube etwas sehr, sehr, sehr fest und ich glaube etwas sehr, sehr fester und noch fester. 100% gibt es nicht, aber ich bin auf jeden Fall davon überzeugt und es wäre sehr, sehr komisch, wenn mich jemand eines Besseren belehrt. Glauben ist ein bisschen anders. Glauben ist, ja, ich glaube das, weil dies und das. Jemand könnte mich vom Gegenteil überzeugen, gut, dann glaube ich halt was anderes. Deshalb finde ich, Wissen ist eine Untergruppe vom Glauben. Also jetzt dem Glauben, das ich glaube, ja, davon überzeugt bin. Wie du es in der englischen Sprache dargelegt hast, meinst du? Ich würde gerne zu Hadi zurück. Ich würde erstmal gerne, weil ich habe gar nichts zu deiner Einheit zu sagen, zu einem Statement. Ich würde gerne auch mal darauf eingehen. Und zwar hast du zwei Fehler gesehen in dem, was sie gesagt haben. Und eins dieser Fehler ist, wie du gesagt hast, dass die, dass die, ein Glaube, Glaubensanhänger hat. und dass das bei der Wissenschaft nicht gegeben ist. Dass bei der Wissenschaft keine Dogmatik gegeben ist. Das bei, also, worauf ich hinaus möchte, ist, das, was du gesagt hast, du hast damit vollkommen recht und ich würde dir auch nicht widersprechen. Warum? Weil du hast korrekterweise die Distinktion gemacht zwischen Wissenschaft und der wissenschaftlichen Methode und dem, was einige Atheisten der Wissenschaft anhängen, was die Wissenschaft nicht mal für sich selbst in Anspruch nimmt. Was meine ich damit? Ich meine damit, und du hast gesagt, was auch sehr interessant ist, dass es keine Dogmatik gegeben ist. Es ist aber sehr wohl Dogmatik gegeben, nicht in der Wissenschaft per se, aber im Scientismus, wie ich es in der Einleitung, in der Präsentation definiert habe. Und wir hatten schon sehr viele atheistische Gäste in unseren Streams, die ich persönlich, was ich auch schon gesagt habe, es muss nicht ein Atheist kommen und sagen, ich fühle mich dem Scientismus hingezogen. Der Scientismus, per Definition, würde ich diese Leute im Scientismus einordnen. Wenn du jetzt kommst, Hadi, und dein Statement so bringst, wie du es bringst und wie du es abgeschlossen hast, dann bist du eher auf unserer Seite als auf der Seite von denjenigen Atheisten, die diesem neuen Atheismus folgen. Denn der neue Atheismus hat definitiv eine Dogmatik. Und diese Dogmatik ist klar und deutlich aus den Zitaten von den Vorreitern des neuen Atheismus in unserer Präsentation klar hervorgegangen. Das heißt, dort sehen wir, was für eine Dogmatik gepredigt wird von neuen Atheisten. Nämlich die Empirie. Ich sage jetzt einfach mal Empirie, damit das klarer wird. Weil du sagst jetzt, Philosophie gehört auch zu den Wissenschaften. Wir reden jetzt aber von den Naturwissenschaften und von der empirischen Methode. Dass dies der einzige Weg ist, um zu Wissen zu gelangen. Und das ist definitiv eine Dogmatik. Und dieser Dogmatik widersprichst du, Hadi, beziehungsweise hast du widersprochen, in deinem Statement. Das heißt, du gibst uns eher recht als gewissen neuen Atheisten, die diese Dogmatik definitiv klar und deutlich vertreten. Und vielleicht kommt ja heute noch der ein oder andere Atheist, an dem wir diese Beispiele klar und deutlich aufzeigen können. Okay, kann ich dazu antworten? Gerne, Hadi. Ich wollte noch sagen, wir haben wirklich eine bummvolle Lobby. Das heißt, wir haben wirklich sehr viele Gäste heute noch. Ihr könnt natürlich alle noch heute Abend joinen. Und natürlich muss ich auch noch mal ganz kurz erwähnen, Gerta Chat, auch wenn es gerade sehr spannend ist, weil hier viele Punkte ausgebracht werden, bitte respektiert alle Gäste, die Chat-Moderatoren und natürlich auch die Zuschauer. Respekt ist sehr, sehr wichtig gegenüber jedem. Seid einfach so respektvoll, wie man das macht, wie man sich gegeneinander hört. Okay, also es ist so, dass Wissen, also du, ich glaube, ich kenne persönlich keinen Atheisten, also ich weiß nicht, über welche Atheisten ihr redet, aber ich kenne keinen Atheisten, der nur an Naturwissenschaft glaubt. So, und das ist ein Punkt. Und ich glaube, ihr verwechselt zwei Begriffe. Also ihr verwechselt, glaube ich, Atheisten mit sogenannten Anti-Theisten. Also Atheisten sind Menschen, die sagen einfach, ich glaube nicht an einen Gott, weil nicht genügend Informationen vorliegen. Und das ist ja etwas, was stimmt, weil wenn genügend Informationen vorliegen würden, um an Gott glauben zu können, obwohl man würde ja nicht mehr sagen, glauben, sondern man würde ja sagen, um Gott wissen zu können, man würde ja dann wissen, dass Gott existiert. Wenn genügend Informationen vorliegen, dann akzeptiere ich seine Existenz. So, das ist ein Atheist. Dann gibt es aber auch noch einen Anti-Theist. Ein Anti-Theist ist jemand, der per se, egal was du sagst, sagt, nein, Gott existiert nicht und alles Göttliche lehne ich ab. Egal, was du ihm anbietest. So. Und ich glaube, ein Atheist, der hat gar keinen Grund, in irgendeiner Form dogmatisch zu sein. Der sagt einfach nur was völlig Logisches. Er sagt, ich akzeptiere nur Dinge als real oder wahr. Kannst du den Satz wiederholen? Kannst du den Satz wiederholen? Du warst kurz weg. Mach ich. Mach ich. Also ein Atheist sagt ja nur, dass er nur Dinge als real akzeptiert, wofür ihm auch genügend Informationen vorliegen. Das ist ja etwas, was man sogar im Kindergarten lernt, dass man nur Dinge als wahr, als voll nehmen soll, die, wofür auch genügend Informationen, belastbare Informationen vorliegen. Weil sonst könnte ich ja sagen, hey, der Weihnachtsmann existiert, wusstest du schon, dass Orks leben oder das sprechende Würmer überall herumkriechen. sowas. Also wenn ich einfach nur Dinge behaupten könnte, ohne dafür irgendwelche belastbaren Informationen vorzulegen, dann ist es ja auch völlig zwecklos eigentlich. Deswegen, ein Atheist im klassischen Moment ist nur jemand, der nicht so wahr ist. Wir haben dir Atheisten gezeigt, die klar und deutlich sagen, die wissenschaftliche empirische Methode ist der einzige Weg zur Wahrheit. Ja, aber diese Atheisten... Sind die Aliens oder existieren die nicht oder haben wir ihre Zitate gefälscht? Also worauf möchtest du hinaus? Okay, aber ich habe ja schon gesagt, dass der Atheismus überhaupt nicht dogmatisch ist. Das heißt, ich halte mich nicht an irgendwelchen Personen fest und was sie gesagt haben. wir sagen nicht, dass... Persönlich sind mir diese Personen völlig egal. Also ich halte mich nicht an deren Aussagen fest und ich bin auch nicht von den Aussagen abhängig. Schau mal, Hadi, schau mal. Schau mal, Hadi. Ja. Schau mal. Wenn du nicht zu dieser Kategorie gehörst. Wir haben nicht gesagt, alle Atheisten sind so. Ich habe auch sogar Atheisten erwähnt, wie Michael Ruse, die sich schämen, dass es solche Atheisten gibt, die sowas machen. Okay? Wenn du nicht zu dieser Kategorie gehörst, warte, lass mich zu Ende reden. Dann stimmst du eigentlich mit uns überein. Du sagst, es gibt andere Wege zu wissen. Man kann auch durch Rationalität zu Schlussfolgerungen kommen. Du sagst aber, ich habe nicht genug rationale Gründe, an Gott zu glauben. Wir sagen, es gibt genug rationale Gründe, an Gott zu glauben. Das ist nicht die heutige Diskussion. Aber in der heutigen Diskussion, dass Wissenschaft nicht der einzige Weg zur Wahrheit ist, dass es auch andere Wege gibt, dass Rationalität auch zu Wahrheiten führen kann, dass wir uns auch, wenn wir gute Gründe haben, uns auf andere Wissenschaftlern zu beruhen, um bestimmte Theorien zu akzeptieren, dass wir das auch machen können, dann gehörst du nicht zu dieser Kategorie der Atheisten, die wir sprechen. Wir schmeißen ja auch nicht alle in den Topf. Das habe ich immer wieder wiederholt. Und dann denke ich, den Titel habt ihr ja gesagt, Atheisten sind größer. Schau mal, 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 Ich habe in eurem Titel nicht differenziert. Ich habe in der Einleitung gesagt, ich will eins zum Titel sagen, weil ich sehe auch im Chat und so, da sind Leute im Hintergrund, die hat der Titel und der Titel. Ich will eins zum Titel sagen. Kennt ihr MrBeast? MrBeast, kennst du den Hadi? Das ist der bekannteste YouTuber. Er hat ein Video, das heißt Squid Game in Real Life. Okay? Okay? Würdest du, meine Frage, wenn du diesen Titel siehst, wirst du das Interpol anrufen und sagen, dass er gerade Menschen abschlachtet? Nein, aber ich glaube, es ist noch ein ganz anderer Kontext. Das kann man auch nicht. Die Sache ist, ich, ich, weißt du, was die Sache ist? Ich denke, die allgemeine Bevölkerung versteht, dass YouTube-Titel, also diese Thumbnails und Titel dafür da sind, kitschig zu sein, Zuschauer reinzuholen, Spannung zu erzeugen. Sie sind nicht unbedingt dafür da, dass man sie wortwörtlich, interpretiert und auslegt und sagt, ihr habt aber so gesagt und das bedeutet, wir haben, wir haben in der Präsentation, wenn wir in der Präsentation gesagt hätten, alle Atheisten sind so, dann könntest du das festhalten. Aber dass du dich auf einen Titel beruhst, obwohl wir diesen Titel erklärt haben und wie wir den meinen und dass wir eine spezifische Gruppe von Atheisten meinen, das finde ich einfach nur, also unnötig, also ich weiß nicht. Das nennt sich Stroman-Argument. Also der Hadi, der Hadi, einen Moment bitte, der Hadi kommt jetzt in den Stream rein, stellt sich hin und sagt, der Erfan und der Mustafa, die behaupten A, B und C, obwohl Mustafa und Erfan A, B und C niemals behauptet haben. Und was der Hadi macht, er debattiert in dem Stream diese Punkte, die er angeführt hat, obwohl wir das niemals behauptet haben. Also wir haben niemals gesagt, dass alle Atheisten so sind. Das haben wir niemals gesagt. Ich würde gerne etwas sagen, du sagst nämlich, einen Moment, du sagst nämlich, dass du keinen Atheisten kennst, keinen Atheisten kennst, der so ist. Weißt du, was ich sehr interessant finde? Ich habe erstmal einen Kommentar und dann würde ich inhaltlich gerne darauf eingehen. Es ist sehr interessant, dass in den Streams, dass immer in den Streams, in denen es um Gottes Existenz geht, dieselben Atheisten eine ganz andere Stellung beziehen und die Methoden, die wir anwenden, um Gottes Existenz zu beweisen, großflächig in Frage gestellt werden von allen Beteiligten. Und wenn es jetzt darum geht, in diesem Stream genau das aufzuzeigen, auf einmal so sich das Ganze verschiebt und gesagt wird, hä, solche Atheisten gibt es gar nicht. Und was ich noch, das war ein kurzer Kommentar und weil mir das so aufgefallen ist, finde ich einfach noch sehr interessant. Und das, was du sagst, Hadi, das ist so, weil du sagst ja, ich kenne keinen einzigen Atheisten, der beispielsweise sagt, nur Naturwissenschaften. Die sagen das, die behaupten das in Debatten, wenn es beispielsweise um Gottes Existenz geht, da sagen die das, da sagen die Empirie, Empirie, Laurence Cross, auch noch einer. Man kann Gottes Existenz nicht empirisch beweisen, sagen die und pochen darauf. Aber das, was sie in dem Moment anwenden, lässt sich in der Realität gar nicht anwenden haben. Diese Art, diese Vorgehensweise von diesen Menschen lässt sich in der Realität nicht anwenden. Sie können in ihrer Realität und in ihrem Alltag diesen Skeptizismus beziehungsweise, oder sagen wir, diesen Punkt, alles empirisch beweisen zu müssen, das lässt sich im Alltag und in der Realität gar nicht abbilden. Deswegen sind Atheisten dazu gezwungen, dazu gezwungen, im normalen Alltag von dieser Position abzurücken. Aber wenn es um Debatten geht, wie beispielsweise um Gottes Existenz, dann wird diese Position bezogen, dann wird man zum Ultraskeptiker und dann wird man auch zum Hardcore-Empirist. Und ich gebe dir ein Beispiel, Fadi. was ich damit meine, okay? Empiriker, die jetzt, die jetzt sagen, kannst du, Hardi, vielleicht in dem Moment, wo du nicht sprichst, dein Mikrofon auf Sturm machen? Wenn du etwas sagen möchtest, dann sag einfach, wir geben dir auch selbstverständlich das Wort, wir wollen ja hier keinen Monolog haben. Er kommt dir so nachher dran, er kann sich dann wehren, der nette Hardi. Weil du hast so ein starkes Störgeräusch im Hintergrund, deswegen habe ich dich darum gebeten. Ich gebe dir ein Beispiel, okay? zu diesen Leuten, die in den Gottes-Existenz-Streams beispielsweise, oder allgemein auch Atheisten, mit denen ich mich privat unterhalte über Gottes-Existenz, wo diese Art und Weise vom Verhalten in den Park gelegt wird. Wo dann immer noch Empirie, wo immer die Empirie gefordert wird. Ich sage dir jetzt, Hardi, mein Türschloss ist kaputt, ich muss es reparieren und dann muss ich los. Okay? Dann sagst du, warum musst du dein Türschloss reparieren? Dann sage ich, ja, damit keine ungewünschte Person in mein Haus reinkommt. Dann sagst du, warum soll diese ungewünschte Person nicht in dein Haus reinkommen? Oder warum ist diese Person ungewünscht? Dann sage ich, ja, weil das ist eine fremde Person, ist nicht Teil meines Haushalts, deswegen möchte ich das nicht. Ja, aber warum möchtest du nicht, dass er reinkommt, nur weil er fremd ist? Verstehst du, was ich andeuten möchte? Du kannst diese Frage unendlich stellen und du wirst im Alltag, im Alltag, okay, wenn du diese, wenn du diesen Ultraskeptizismus anwendest, wirst du im Alltag niemals anwenden können. Im Alltag akzeptieren wir Dinge, wenn jemand etwas sagt, dann akzeptieren wir das. Und das Problem ist, weshalb ich das jetzt alles ausführe, du sagst, du kennst keinen einzigen Wissenschaften, keinen einzigen Atheisten, der so tickt, ja, weil sie im Alltag auch nicht so sind. Die sind im Alltag nicht so, die sind im realen Leben nicht so, weil das realitätsfremd ist, diese Art und Weise und dieses Verhalten und dieser Skeptizismus, der wird nur selektiv in bestimmten Situationen an den Tag gelegt. Und deswegen, wenn du mit Atheisten, wenn du Freunde hast, die Atheisten sind, mit denen du ganz normal im Alltag zu tun hast, wirst du dieses Verhalten auch nicht erleben. So, erstmal vielen Dank für deine Ausführung. Also, ich wollte eigentlich vor einigen Minuten auch das antworten, was du gesagt hast in Bezug auf den Titel. Ich drehe das mal um. Wie würdet ihr reagieren, wenn zum Beispiel... Ganz kurz, kannst du vielleicht erstmal auf das eingehen, was ich gesagt habe? Nein, weil das ist jetzt... Bevor ich das vergesse, ich werde darauf auch noch eingehen, aber bevor ich das vergesse, würde ich auch gerne noch das, was ich vorher sagen wollte, noch aufgreifen. Okay. Das mit dem Titel, was wir gesagt haben, würde ich gerne umdrehen. Was würdet ihr denn machen oder wie würdet ihr reagieren, wenn jemand ein Lifetime machen würde, indem er sagt oder den er nennt, alle Muslime sind... Nicht alle Muslime, sondern Muslime sind Terroristen. Widerlege mir das... Oder belege mir das Gegenteil oder sowas. Würdet ihr euch auch nicht denken, warum sagt er, Muslime sind Terroristen, warum sagt er nicht irgendwie manche oder die und die oder die? Ich verstehe den Zusammenhang nicht, wie du von Atheisten, mit den Wissenschaftlern zu so einem radikalen ein Beispiel. Das sind zwei Aussagen. Aber das steht nicht im Verhältnis zueinander von dem, was die Aussagen jeweils implizieren. Ja, ich denke einfach, dass dieser Kontext... Ich denke, lieber Hadi, da muss ich vielleicht ein bisschen Prägnanz ausstrahlen. Dieser Kontext, den verbitte ich einfach in der Sendung. Also der Zusammenhang, den du meinst, es ist klar, was du sagen möchtest, aber... Ich habe es extra so gewählt, weil ich wollte... Es ist nicht in Relation, es ist nicht in Relation zu dem, was wir als Titel gewählt haben. Ich weiß, ich habe extra so ein extremes Beispiel gewählt, weil ich eine emotionale Reaktion in euch auslösen wollte, weil das ist auch diese emotionale Reaktion, die zum Beispiel Atheisten haben, wenn sie sowas hören, wie dass sie Götzendiener sind oder Götzen anbeten. Das heißt, ihr seht, es ist nicht gut, wenn man solche allgemeinen Begriffe wählt oder nutzt, um solche Aussagen zu tätigen. Okay. Deswegen... Ist klar geworden. Okay, verstehe ich. Kannst du jetzt bitte auf das eingehen, was ich dann danach gesagt habe? Und ich kann darauf auch eingehen. Genau, du hast... Natürlich, Jens, aber ich würde erstmal den... Das Türschluss. Das Türschluss, richtig? Mit deinem Ultrasch-Skirschluss. Ich würde gerne erstmal den Hadi eine Antwort an ihn machen. Ja, dann... Also das andere wäre, du hast ja... Du redest ja jetzt halt von Atheisten. Von Atheisten, die sich im Alltag nicht so verhalten. Das heißt, du redest von ihnen so, als wären sie eine Gruppe. So eine einheitliche Gruppe, über die man einheitlich reden kann. Aber das ist eigentlich etwas, was auch nicht zutrifft, weil auch jeder Atheist individuell ist. Also du kannst... Wir reden über Atheisten, wie in der... Guck mal, Hadi, das hat er vorhin jetzt auch ein paar Mal gesagt. Wir reden über Atheisten. Guck mal, wir können einen Titel... Wir haben ja diesen Titel gewählt, ne? Wir können jetzt nicht in den Titel reinschreiben, Atheisten, Komma, und dann Nebensatz, welche dem Scientismus folgen und der Meinung sind, dass die Wissenschaft der einzige Weg ist, um zu einer Wahrheit zu gelangen, Komma, beten Wissenschaftler an. Also der Titel muss halt erstens catchy sein, zweitens kann man im Titel einfach nicht alles ausführen. Deswegen haben wir uns in der Präsentation ausdrücklich... haben wir in der Demonstration... in der Präsentation ausdrücklich differenziert, welche Atheisten wir meinen, wenn wir diese Worte in dem Titel und im Puntmail nutzen. Und wir haben das Wort Anbetung und das Wort Götze definiert und ja, es macht keinen Sinn aus meiner Sicht, dass du jetzt immer wieder auf diesen Begrifflichkeiten rumreitest. Zum einen reitest du die ganze Zeit auf dem Titel rum, zum anderen reitest du die ganze Zeit darauf rum, Atheisten sind nicht alle gleich. Das wissen wir. Wir haben ja definiert und eingegrenzt, welche Atheisten wir meinen. Deswegen... keinen Sinn dabei, darauf einzugehen. Als wären sie eine Gruppe. Du hast ja gesagt, ja, die Atheisten, die benehmen sich ja im Alltag ganz anders, die zeigen das... Nein, ich habe gesagt, nein, 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 ich habe gesagt, die Atheisten, die in den Stream reinkommen beispielsweise oder mit denen man sich persönlich unterhält und die ABC sagen, ABC sagen und dann aber in der Realität die EF machen. Ich habe das extra eingegrenzt. Also ich rede nicht von den Atheisten. Und ich habe es auch klargemacht, was wir meinen. Ich habe es öfters so hardy klargemacht. Ich sehe, er dreht einfach um den heißen Brei. Okay, aber ich bin ja auch nicht jemand, der dogmatischen Atheismus unterstützt. Also für mich ist alles... Ja, dann stimmen wir uns überein. Dann herzlichen Glückwunsch. Also ich sehe den Sinn die ganze Zeit nicht, dass wir uns so im Kreis drehen. Wenn du dich mit uns übereinstimmst, das heißt, die Atheisten, die das machen, die Atheisten, die sagen, die wissenschaftliche Methode ist der einzige Weg, um zu wissen zu erlangen. Das heißt, für dich sind diese Leute auch übertrieben. Ja, die sind fanatisch in Richtung Wissenschaft. Richtig? Also ich persönlich glaube ja auch, dass Wissenschaft... Beantworte bitte die Frage. Wir drehen uns eigentlich schon. Ich bitte darum, dass die Frage beantwortet wird. Weil ich möchte den Stream etwas in die konkrete, weil jetzt eine halbe Stunde über den Titel reden. Ich weiß nicht, ob das den Zuschauern fällt. Ich habe jetzt auch gerade noch... Ja, genau. Mein Internet ist gerade wieder. Also es ist so, ich glaube nicht, dass es falsch ist zu sagen, dass Wissenschaft der einzige Weg ist, um an Wissen zu gelangen. Weil Wissenschaft, und dazu zähle ich nicht nur die Naturwissenschaft, einfach... Ich habe gerade meine Frage klargestellt, im Sinne der wissenschaftlichen Methode. Ich habe im Sinne der wissenschaftlichen Methode gesagt. Das meine ich, Hadi. Es ist sehr schwer, mit dir zu sprechen. Ich stelle eine Frage und du änderst meine Frage und antwortest auf deine eigene Frage. So kann man nicht kommunizieren, Hadi. Ich bin ehrlich. Du arbeitest nur mit Strom, Ende. Du schnittst ganz viele Dinge in den Raum und behauptest, wenn du auf meine Frage antwortest, dann können wir sprechen. Wenn du deine eigene Frage kreierst und auf dir selbst antwortest, dann kannst du auch einen Monolog führen. Ich habe mir auch mal die Frage. Dann kann ich... Wenn wir Atheisten haben, die sagen, Wissenschaft in Form der wissenschaftlichen, empirischen Methode ist der einzige Weg, an Wahrheiten zu gelangen, würdest du dich mit uns übereinstimmen, dass die diese Leute mit Wissenschaft übertrieben haben? Dass es ein bestimmter Fanatismus an der Wissenschaft ist, dass sie von der Wissenschaft mehr zuschreiben, als sie bieten kann? Nein, ich würde euch da nicht zustimmen, weil, aus dem Grund, was ich gerade ausführen wollte, weil Wissenschaft der einzige Weg ist, weil Wissenschaft nicht nur Naturwissenschaft einschließt, sondern auch... Hadi, er hat es gerade eingegrenzt. Hadi, er hat, guck mal, er hat gerade gesagt, er meint die Wissenschaft, welche mit der Empirie, mit der Empirie arbeitet. Was ist denn ein anderer Weg als Empirie? Empirik bezeichnet doch einfach... Die Philosophie arbeitet nicht empirisch, Ardo. Du willst die ganze Zeit, weißt du, was du machen willst, du willst die ganze Zeit... Nein. Bruder Amir, das hat gar keinen Sinn. Ganz kurz, du willst unser Argument, du willst in unser Argument etwas reinkrätschen, was in unserem Argument nicht vorhanden ist. Du willst die ganze Zeit die Wissenschaft vereinheitlichen und sagen, Naturwissenschaft, Philosophie, ich nehme alles zusammen und das ist für mich Wissenschaft. Aber wir reden gerade von... Okay, was ist denn für euch... Wie bitte? Ich habe es jetzt auch nicht gehört. Erklärt mir doch mal, was für euch empirisch ist. Einen Moment. Hadi, darf ich etwas sagen? Es tut mir wirklich leid. Ich habe, also... Danke für deinen Beitrag, aber ich würde erstmal gerne, weil der Jens wartet jetzt schon sehr lange und es tut mir leid, dass ich das sage. Dann holen wir den auf jeden Fall. Bis jetzt, also so mit den ganzen Strohmännern und dieses Drumherum reden und obwohl er von dreimal auseinander das definiert hat. Ich würde gerne mal Jens bitte hören, weil er hat so einen interessanten Ansatz und seine Meinung bitte. Jens, du kriegst das Wort. Ich muss da einfach kurz... Du kriegst das Wort auf jeden Fall. Ich bitte nur in Zukunft, bitte unterlassen wir vielleicht im Sinne der Diskussion eine halbe Stunde über den Titel zu sprechen, eine Viertelstunde über ein Wort, was man anders interpretiert, Fragen umdrehen. Ich würde sehr gerne und der Chat auch, konkrete Diskussionen über die Aussagen der Speaker haben. Das macht eine lebendige Diskussion aus und das ist auch im Interesse von euch, Hadi. Das ist auch im Interesse von dir. Und in Zukunft vielleicht etwas präziser auf das antworten, was die Speaker fragen, weil sonst entsteht ein quasi Zirkelschlussmonolog. Und das ist nichts hinführend. Jens, und dann kommt der nächste Gast ran. Okay, ich wollte nur sagen, ich bin mit dem Titel total einverstanden, um eine Diskussion anzufangen. Das ist ja alles, was ihr wollt und das machen wir jetzt auch. Die eine Sache, eine Sache, die ich, ja, nicht problematisch, aber wenn ihr irgendwelche Aussagen habt von Darkins oder sonst irgendwas, ist es schwer zu sagen, was meinst du, Miss Wissenschaft? Er könnte das wahrscheinlich euch dann erklären, was er damit meint. Kann er nicht. Ihr redet jetzt mit uns und wir haben verschiedene Meinungen und ich wollte eigentlich auf Musterverein gehen, wo er sagt, dieses lächerliche Kausal oder Skepticism, dass man an den Tag legt, das würde keinen Sinn machen. Dem unterschreibe, das unterschreibe ich, weil wenn du sagst, bleiben wir bei dem Beispiel mit dem Tür, ich muss noch, bevor ich irgendwo hin, mein Türschloss reparieren, damit da kein ungebetener Gast reinkommt. Und ich weiß nicht, warum ich das irgendwie anzweifeln würde, weil es alles, was du ausgesagt hast, spielt sich in der Realität ab. Es gibt Türschlösser, ich habe auch eins. Es gibt Leute, die versuchen, irgendwie reinzukommen und Einbrecher, was auch immer. Wir versuchen, die rauszulassen. Das macht ja alles Sinn. Deshalb würde ich, warte, ja, deshalb würde ich nicht so weit gehen und sagen, warum, warum, warum. Wenn du jetzt sagen würdest, ich muss mein Türschloss reparieren, damit da kein Geist reinkommt, da wäre ich dann doch schon ein bisschen skeptisch, weil auf einmal ist etwas in deiner Aussage, was nicht in der Realität vorkommt oder in der realen Welt bewiesen werden kann, dann würde ich natürlich mein Skepsis anwenden und sagen, wovor hast du jetzt genau Angst, was meinst du mit Geist und so weiter und so weiter. Da würde ich dann ansetzen. Okay, dann hätte ich kurz eine Anmerkung zu deiner Ausführung. Warum sagst du das, was du gerade gesagt hast, Jens? Weil wir wohnen beide in ähnlichen Verhältnissen. Okay, ich denke mal, du hast in der Vergangenheit auch in Deutschland gewohnt, gelebt, bevor du in die USA gegangen bist. Du und ich, Jens, wir haben, und wahrscheinlich alle, Jens, wir haben dasselbe Verständnis von einem Türschloss. Wir haben dasselbe Verständnis davon, was ein Türschloss bezweckt, was es tut, warum man es nutzt und so weiter und so fort. Weil wir dieselbe Erfahrung haben, aus dem selben Land stammen, weil bei uns dieselben Verhältnisse herrschen. So, ich gebe dir jetzt ein Beispiel. Es gibt in einigen Ländern, beispielsweise in Afrika, auf dem afrikanischen Kontinent, gibt es die Kultur, dass Haustüren nicht abgeschlossen werden, sondern im Gegenteil sogar offengelassen werden. Kanada auch. Kanada auch, stimmt. Und es gibt da so einen, aber nicht nur wegen dem Sicherheitsaspekt, weil die Leute sich so wohl fühlen, in manchen afrikanischen Ländern geht es sogar so weit, dass die Leute so eine Community haben, beispielsweise ein Haus in einer Straße hat ein Sieg. Das nächste Haus hat einen Mixer. Das nächste Haus hat ein anderes Küchengerät oder irgendetwas anderes, ein Werkzeug, eine Bohrmaschine oder einen Schraubenzieher. Und bei denen ist es vollkommen normal, dass die Leute in das Haus reingehen von jemand anderem und sich dieses Werkzeug rausnehmen oder das, was sie brauchen, das mit dem Hause nehmen, das benutzen und wieder wegbringen. Wieder zurückbringen. Wenn das jemand bei dir in den USA machen würde, stell dir vor, jemand kommt in dein Haus rein, nimmt sich etwas, du siehst das und der will damit weggehen. Wie würdest du reagieren? Was wäre deine Reaktion darauf? Wie würdest du diese Situation bewerten? Du bewertest diese Situation. Du siehst diese Situation und bewertest diese Situation ganz anders als Menschen in anderen Breitengraden. Das heißt, du und ich können uns nur darauf einigen, weil wir denselben Background haben. Es ist aber nicht allgemein gültig. Und deswegen ist dieses Gedankenexperiment meiner Meinung nach schon sehr interessant. Spannender Punkt, spannender Punkt. Jens, wenn du zufrieden bist, würde ich sogar jetzt sogar einen weiteren Gast heute in den Stream reinholen. Und ja, Gerd, Zuschauer, wir sind jetzt knapp vor der Hälfte. Die Diskussion nimmt an Fardorf. Das gefällt mir sehr. Das ist sehr, sehr spannend. Danke auf jeden Fall an alle Gäste, die da sind. Nehmt euer Mobiltelefon raus und teilt den Stream, denn jetzt haben wir die Chance, weitere Gäste einzuladen. Gerd, der Livestream. Ich lade den nächsten Atheisten ein, der heute bei mir im Stream dabei sein kann. Vielleicht noch ein kleiner Punkt. Möge Allah Jasmin Mujanovic segnen, der 48 Franken gespendet hat. Aber Bruder, bitte spende, nur per Einmalspende. Der Link ist in der Videobeschreibung und im Top-Chat da rein, oder im Chat, denn da kommt es effektiv an. Und jetzt holen wir den nächsten Gast rein. Herzlich Willkommen, Tausendblaue Herzen an unseren, ja, zweites Mal ist er dabei. Er ist ein Atheist aus Deutschland. Herzlich Willkommen, Daniel, der Atheist aus Deutschland. Herzlich Willkommen, Daniel. Servus. Hallo zusammen. Wie geht's dir? Servus. Wie geht's euch? Alles gut? Ja. Mich freut sehr, dass du heute wieder da bist, Daniel. Wie geht's? Jetzt, alles gut? Nachdem wir dich gesehen haben, noch besser. Ja, alles gut. Freut mich, dass ich auch die Ehre mit dir habe. Ja, alles gut. Wir können uns alle entspannen jetzt. Wir können uns alle entspannen. Jetzt ist der Daniel am Start und der Daniel bringt auch ein Statement rein und jetzt Daniel, jetzt bin ich ganz ohr. Ja, gut. Was ist dein Statement? Ich bin echt atmosphärisch gelaunt. Bitteschön. Ja, sehr gerne. Also ich habe mich ein bisschen vorbereitet und möchte erklären, gerade im Hinblick auf das Thema heute, dass ich für Wahrheit, Tatsachen und persönliche Integrität einstehen möchte, auch in diesem Statement. Wissenschaften sind ein menschengemachtes Werk, Werkzeug, um natürliche Phänomene zu untersuchen und zu zeigen, wie etwas funktioniert und warum etwas funktioniert. Blitz und Donner wurden noch vor wenigen Jahren Rittern zugesprochen, obwohl bereits vor 1000 Jahren Wissenschaftler wie, und jetzt kommen Namen, die gerade schon gesagt worden sind, Al-Haytham, Filnaz oder Al-Jazari die Bedeutung von überprüfbaren Experimenten betont hatten. Heute haben Wissenschaftler überprüfbare, verifizierbare, falsifizierbare Informationen samt den dazugehörigen Vorhersagen entwickelt, nicht durch Beten oder Glauben, sondern durch Forschung, aber durch gläubige und ungläubige Forscher gleichermaßen. Das möchte ich ganz besonders betonen. Der Chat fragt kurz, ob du abliest. Ich habe hier, das ist mir vorbereitet hier, ja genau. Ist das schlimm? Ja, es ist nicht schlimm. Wollte nur wissen, ob das hat Diskussion oder, ja, bitteschön, führ ruhig aus. Nee, 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 das ist nur mein Statement. So, also Wissenschaftler, die wir quasi schätzen, deren Ergebnisse wir täglich gebrauchen oder als Grundlage für weitere Forschung in unserer Umwelt nehmen. Aber Wissenschaften sind natürlich auch limitiert auf natürliche Phänomene, daher findet man auch keine, fliegenden Esel, sprechenden Ameisen in wissenschaftlicher Literatur etc. Die Beschränkungen der Wissenschaft beziehen sich auf Erkenntnisse, die immer präziser und detaillierter sind, weshalb nicht die Wissenschaft sich verändert, sondern die Detailtiefe, in die sie vordrehen kann. Dies ist definiert in der Philosophie der Wissenschaft. Es gibt aber keine Wissenschaft der Philosophie, weshalb die Wissenschaft keine philosophischen Fragen beantworten kann. Das versucht sie auch nicht. Allerdings kann sie einige philosophische Rückschlüsse ausschließen. Wenn es um das Warum oder den Sinn des Lebens geht, haben areligiöse Menschen, dann natürlich nicht nur, aber auch areligiöse Menschen, die Philosophie, die Poesie oder die Kunst, um sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Ich würde allerdings die Religion, der Religion, einen Platz im Rahmen der Philosophie einräumen. Aber Wissenschaften funktioniert, solange man dieses Werkzeug richtig anwendet und versteht und man weiß, wie man es nutzt. Wenn hier Informationsdefizite und Witzenslücken existieren, werden schnell Fehlinformationen verbreitet und die persönliche Ignoranz kann dann nur noch durch eins bekämpft werden, durch Bildung. Und das ist mein Ziel und meine Botschaft ist hier, deswegen bin ich bei euch im Stream, ehrliche Fakten darzustellen, damit wir gemeinsam Fortschritte erzielen können. Leider waren Wissenschaftler immer wieder Angriffen durch religiöse Gruppierungen ausgesetzt, wie beispielsweise Galileo Galileo oder Giordano Bruno, einfach nur, weil sie auf der Suche nach Wahrheit Erkenntnisse, ich bin sofort fertig, ja, zwei Sätze noch, Erkenntnisse postulierten, die den religiösen Weltbildern widersprachen. Aber es gab auch Zeiten, in denen Wissenschaftler als große Gelehrte respektiert wurden, in allen Kulturen. Aber angebetet wurden sie und werden sie auch heute nicht. Daher halte ich den Titel, gut, jetzt ist das Thema, da wollte ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen, da lasse ich den Absatz jetzt weg. Ich bin mir aber mit allem... Kannst du ruhig sagen, kannst du ruhig sagen. Okay, daher halte ich den heutigen Titel dieser Sendung für etwas problematisch, da hier zumindest unterschwellig ein Gegensatz zwischen Atheisten und Gläubigen beziehungsweise Wissenschaft und Religion unterstellt wird, oder man könnte es zumindest da herauslesen. Aber niemand betet die Wissenschaft als einen Götzen an, also ich kenne persönlich zumindest niemanden. Das wäre ja so, als ob man Bildung anbeten würde und das macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Ich bin also mit all meinen Freundinnen und Freunden guten Willens einig, seien sie nun Atheisten, Agnostiker, Christen, Muslime, Juden oder Mitglieder anderer Religionsmeinschaften, dass wir diesen Gegensatz jetzt eigentlich nicht sehen, den nicht unterstützen und den auch nicht postulieren wollen. Okay, das war mein Statement. Bevor wir uns da raus... Ich wollte noch ganz kurz zum letzten Satz was sagen. der Daniel hat uns gerade eine Ijima'a von... hat überliefert, dass die alle diesen Typen problematisch finden. Konsens. Ich mache schon, Ijima'a heißt Konsens. Ja, aber jetzt, jetzt diskutieren wir mal. Aber ich wollte das Thema ja nicht nochmal neu aufmachen. Nee, alles gut, alles gut. Ich wollte das ja gerade skippen, aber du wolltest es ja hören. Nee, 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 das war ganz böse gemeint. Ich fand es nur amüsant, weil mir das Wort eingefallen ist. Ja, ja, ja. Es ist doch lustig, dass wir den gleichen Wissenschaftler erwähnt haben. Ich wollte auch nur kurz etwas anmerken. Und zwar, ich finde das toll, dass du die Mühe gemacht hast, den Text vorzubereiten und so auch vor der... Also das heißt, dass du der Sendung Wichtigkeit zugibst und dass du da auch vorbereitet reinkommen möchtest. Aber ich finde, also nur ein Tipp fürs nächste Mal, du sollst dich ein bisschen besser vorbereiten, weil du hast dich einmal selbst widersprochen im Text. Und zwar hast du am Anfang gesagt, die Wissenschaft handelt mit dem Wie und Warum. Und dann hast du gesagt, nein, das Warum ist eher so eine Frage der Poesie und anderen Gebieten. Und das Wissenschaft... Also du hast ja auch danach gesagt, das Wissenschaft handelt nicht mit dem Warum. Aber am Anfang hast du es halt so gesagt, ist jetzt nicht das Ende der Welt, aber... Es ist ja ein anderes Warum. Es ist ja ein anderes Warum. Es gibt ja einmal das Warum. Warum passiert etwas, was du untersuchen kannst. Und da gibt es das Warum nach dem Sinn. wenn du so willst, die Menschheitsfragen, was so im Rahmen der Philosophie quasi gefragt und beantwortet wird. Und da habe ich ja auch schon gesagt, da räume ich auch, wobei ich Atheist bin, der Religion halt da ihren Platz ein. Also die Religion soll sich durchaus mit der Frage beschäftigen. Nein, das ist meine Meinung. Das war immer meine Meinung. Ja, das ist... Wenn ich es anders sehen würde, würde ich es anders sagen. Was ist denn das andere Warum? Weil ich denke, das ist... Sprichst du über Mechanismus? Also wie ein... Ja, zum Beispiel. Ja, ja, zum Beispiel. Warum fällt der Atheist... Das ist aber eine Wie-Frage. Das ist eine Wie-Frage. Ja gut, kann man so oder so ausdrücken. Warum? Dann habe ich da vielleicht nicht präzise genug ausgedrückt. Nee, nee, ist in Ordnung. Also ich wollte nur... Befordern wir uns auf ein neues Argument oder der Daniel, möchte ich nur kurz sagen, der Hadi hat gesagt, er muss jetzt los. Ich wollte mich bei Hadi bedanken. Danke für deine Anwesenheit, und bitte melde dich bei uns, weil du kriegst auch noch ein Geschenk von uns, so wie andere Teilnehmer aus dem Stream. Einfach office.imam.ngo Schick uns einfach eine E-Mail, dann kriegst du auch noch ein kleines Geschenk nach Hause geschickt. Danke für deine Anwesenheit. Okay, und auch vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Nimmt mir nicht übel, wenn ich ein bisschen... Wir unterhalten uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Und jetzt geht es weiter. Daniel. Ich möchte übrigens über Richard Dawkins was sagen. Ich stimme Richard Dawkins ausdrücklich nicht zu. Er hat einmal im deutschen Fernsehen gesagt, dass die Frage nach dem Warum, und damit meinte er jetzt das philosophische Warum, bedeutungslos ist. Ja. Ja, und dieser Frage stimme ich ausdrücklich nicht zu. Die Frage ist nur, muss da ausschließlich die Religion, beziehungsweise, oder vielleicht sogar besser die Philosophie und die Kunst und so weiter sich mit diesen Fragen beschäftigen. also die Position von Richard Dawkins, ich weiß ja nicht, ob der die generell vertritt oder ob dem das nochmal so rausgeflutscht ist. Aber... Nee, das ist genau das, was er vertritt. Nee, ich habe auch eine zweite Aussage in... Ja, aber das ist nicht meine Position. Das ist nicht meine Position. Das ist gut zu meinen. Ich möchte schon mal kurz was sagen, allgemein. Also, erst mal, Daniel, vielen Dank für deine einleitenden Worte. Das, was ich am Ende gesagt habe, das war nicht böse gemeint, das war kein lustig machen oder so. Mir ist nur dieser Begriff... Mein Herz ist groß, alles gut, alles gut. Was ich gerne sagen möchte... Guck mal, wir haben diesen... Der Erfmann hat versucht, das an dem Beispiel von MrBeast klarzumachen mit dem Titel und dem Thumbnail. Selbstverständlich. Wir sind eine Plattform, wir machen Livestreams, wir wollen Zuschauer anziehen. Selbstverständlich wählt man da einen Titel, der catchy ist, der kontrovers ist, damit Leute reinkommen, wie du und Hadi und Jens, und die etwas dazu sagen möchten und sagen möchten, ey, nein, warte mal, das machen die Wissenschaftler gar nicht. Genau deswegen haben wir ja diesen Titel ausgeregt. Das war ja kein... Das ist ja nicht aus unserer Ignoranz heraus passiert. Aber was ich gerne sagen möchte, was ich gerne sagen möchte, es geht ja in diesem Format nicht darum, dass am Ende des Tages einer über den anderen sagt, ha, du bist der Loser, ich bin der Gewinner, ich habe dich voll auseinandergenommen und du hast gar keine Argumente, du konntest gar nichts sagen. Wir nennen das ja einen Dialog und eine Unterhaltung. Es wird manchmal hitzig, manchmal werden die Boxhandschuhe angezogen, ja, aber im Großen und Ganzen geht es um Austausch. Und es ist ja auch etwas Positives und ein Erfolg aus meiner Sicht, wenn wir zu Übereinkünften kommen oder wenn wir, wie in diesem Stream jetzt, etwas behaupten, du reinkommst und sagst, ey, warte mal, zum Beispiel Richard Dawkins, ich stimme dem da gar nicht zu, ich habe da eine ganz andere Meinung, dann ist es aus meiner Sicht eben so ein Erfolg, wenn wir uns gemeinsam etwas erarbeiten können und gemeinsam aus dem Stream rausgehen können, dass wir auch übereinander und voneinander gelernt haben. Deswegen, es muss nicht immer alles Konfrontation sein. Wir können uns auch darüber unterhalten, warum wir bestimmte Sachen so sehen und warum du bestimmte Sachen so siehst. Der Jens war bis jetzt auch zu keinem Zeitpunkt irgendwie konfrontativ unterwegs und trotzdem interessiert mich seine Meinung sehr und ich höre mir gerne an, was er zu sagen hat, genauso wie bei dir. Das wollte ich nur grundsätzlich erstmal darstellen, weil oft denken Leute, ImanTV, da geht es nur um auf die Schnauze und Konfrontationen und der eine gewinnt, der andere verliert. Wir sind hier in einem Dialog und das hier ist genau das, was wir erreichen wollen und der eine oder andere kann sich sicherlich etwas damit rausnehmen. Und wenn ihr uns zustimmt, umso besser. Also bis jetzt haben wir ja nur Zustimmung erfahren mit unserer Präsentation. Deswegen kein Problem, Win-Win für alle. Also ihr werdet sehr wahrscheinlich, wenn man jetzt, sag ich mal, weiß ich nicht, diese typische Situation, wenn man mit Freunden und Bekannten abends beim Grillen sitzt, wenige Menschen finden, die sagen, nein, die Philosophie ist unwichtig, für mich gibt es wirklich nur die Naturwissenschaft, Experiment, also ich kenne ehrlich gesagt keinen, also es mag sein, dass der eine oder andere Wissenschaftler und Mustafa vielleicht auch, um zu provozieren, ja, jetzt, das kann natürlich auch sein, dass er mal so einen Satz raushaut, um Öffentlichkeit zu gelangen, aber ich kann mir ernsthaft nicht vorstellen, dass ein Wissenschaftler, also ich kenne also beispielsweise auch da die Giordano Bruno Stiftung, die auch so ein bisschen die atheistische Position öffentlich versucht zu vertreten, die sagen ja auch, ja natürlich muss Philosophie, Kunst, Poesie, das sind für die Menschen wichtige Dinge, über das, warum sind wir hier, welchen Lebenssinn habe ich und so weiter, ist doch vollkommen normal, dass sich Menschen die stellen und ich sage halt, es gibt gar keinen Gegensatz, also da gibt es keinen Unterschied zwischen Theisten, Atheisten oder meinetwegen Agnostikern. Also wenn wir das, wenn wir das jetzt begrifflich eingrenzen wollen, wenn wir das begrifflich eingrenzen wollen, weil bis jetzt haben, hast du und Hadi, habt ihr beide gesagt, solche Atheisten gibt es gar nicht, das in die Randgruppe oder, ich weiß nicht, ich versuche das irgendwie zu relativieren, ohne euch irgendwas unterstellen zu wollen, aber das ist halt das, was ihr letztendlich tut und ich möchte dazu sagen, es ist halt einfach nicht so, wie ihr das gerade darstellt, es ist schön und gut, dass du und Hadi, dass ihr diese Position nicht vertritt, aber ein sehr großer Teil oder beziehungsweise ein, sagen wir, ich kann das jetzt nicht belegen, dass ein sehr großer Teil ist, aber sagen wir, ein gewisser Teil von Atheisten vertritt eben genau diese Positionen und du sagst beispielsweise, diese und jene Stiftung ist jetzt egal, welche das ist, die auch atheistisch ist, sagt, wir brauchen Philosophie um das, das und das. Richard Dawkins, um ihn wieder anzuführen, sagt beispielsweise, dass durch die Evolutionstheorie, durch Darwin, dass er den Atheisten, wie sagt man das auf Deutsch, wie würde man das auf Deutsch sagen, dass er den Atheisten die Zufriedenstellung gegeben hat, dass sie, mir fällt das Wort nicht ein, oder er von. Intellektuelle Zufriedenstellung. Intellektuelle, Intellektuelle, genau, die intellektuelle Zufriedenstellung, das heißt, er deutet darauf hin, dass Atheisten, da sie etwas Metaphysisches nicht haben, da sie sich Fragen stellen, von wo kommen wir, wie sind wir entstanden, und so weiter und so fort, dass denen das eine gewisse Lehre gegeben hat und Dawkins sagt, Darwin und seine Theorie hat dafür gesorgt, dass ein Atheist, auch ohne einen Glauben an einen Gott oder eine Religion, intellektuell befriedigt sein kann. Das heißt, und ich führe Darwin an, weil Darwin eben ein Vorreiter ist von dieser Bewegung New Atheism, also neuer Atheismus. Und das ist ganz klar eine Bewegung, und das ist ganz klar eine Bewegung, die Dokument folgt, die Anhänger hat, die die Vorreiter dieser Bewegung regelrecht vergöttern. Das heißt, sie nehmen diese Person, diese Person haben bei Anhängern einen Kultstatus, die werden zitiert, ihre Worte werden ohne Hinterfragen, als, ich gebe dir ein Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel. Es wird jemand gefragt, das geht jetzt ohne Vordiskussion, ist das vielleicht zu weit hergeholt, dann weiß man vielleicht nicht, was ich meine, aber auf bestimmte Fragen werden unzufriedenstellende Antworten geliefert, wo jeder normale, objektive Mensch sagen würde, diese Antwort ist keine Antwort auf die Frage, die gestellt wurde. Und diese neuen Atheisten feiern diese Antwort und nehmen diese Antwort an, ohne auch nur zu hinterfragen und zu sagen, ey, warte mal, der hat die Frage gar nicht beantwortet. Was ich damit sagen möchte, mit diesen Beispielen darlegen möchte, ist, diese Anbetung, die wir meinen, es muss keine Anbetung im religiösen Sinne sein, es muss nicht sein, dass es ein Buch gibt, wo alle Atheisten zusammenkommen und sagen, das ist unser Buch, wie die Bibel oder der Koran oder die Tora. Es muss nicht einen Bewegungsablauf geben, wie man betet, dass die Christen so machen oder so machen, die Muslime so machen oder sich niederwerfen, dass es eine Moschee und eine Kirche geben muss. Das muss nicht gegeben sein, damit eine Anbetung stattfindet. Ich habe die Anbetung, wir haben die Anbetung ja definiert in der Einleitung viel Liebe oder Bewunderung für eine bestimmte Sache oder Person, oft, wenn dies als zu viel empfunden wird. Das heißt, eine Anbetung ist definitiv vorhanden und nur, weil du, Daniel oder Hadi oder dein Umfeld dies auf diese Weise nicht praktiziert, heißt es nicht, dass es das nicht gibt. Ich sage auch nicht, dass es das nicht gibt. Ich vermute mal aber, dass du im Rahmen der da war viel, viel mehr Kontakt mit solchen Menschen hast, als man so als normaler Automallverbraucher im Alltag über den Weg läuft. Aber gut, das ist natürlich hängt von verschiedenen Faktoren ab. Aber ich würde vielleicht dann, wo wir uns jetzt gerade, damit das hier nicht zu beschwört. Ich würde noch gerne was dazu sagen. Erstmal, Daniel, die populären Figuren des neuen Atheismus sagen das fast alle. Sam Harris sagt das, Richard Dawkins sagt das, Lawrence Cross sagt das, Lawrence Cross, der Physiker, der ein Buch geschrieben hat, wie das Universum aus dem Nichts gekommen ist, Vorreiter des neuen Atheismus wie Bertrand Russell, der auch selber ein Philosoph war, sagt das auch, was eigentlich so in sich etwas widersprüchlich ist. Und ich meine, das sind nicht irgendwelche Leute irgendwo abgelegen auf der Welt. Das sind die Gesichter der Öffentlichkeit, die das sagen, dass die empirische Wissenschaft der einzige Weg zur Wahrheit ist. Das heißt, wenn du jetzt wenn du jetzt sagst, ich sag das nicht, dann hast du dich eigentlich davon abgegrenzt. Zweite Sache, also du hast dich von den öffentlichen Figuren abgegrenzt, verstehst du? Nicht, du hast dich einfach losgesagt von irgendeiner Gruppe von Freaks, die irgendwo versteckt in der Welt leben oder so. Und das sind die Gesichter des neuen Atheismus heutzutage. Sie werden auch die vier Reiter des Atheismus genannt, des neuen Atheismus. Das habe ich auch noch nicht gesagt, aber das hat sich gut an. Das ist ja biblisch. Sie wird so genannt. Dawkins wird der Prophet des Atheismus genannt. Schau dir das an. Ich habe es nicht so ausgesucht. Aber ich weiß, aber ich weiß, wer letztens jemand anders als so Prophet. Das kommt aber mehr von allen. Ich würde einen zweiten Punkt nennen noch. Einen zweiten Punkt machen. Daniel, was denkst du, wenn wir, weil wir reden ja viel mit Atheisten in unserem Alltag, was denkst du, was der hauptsächliche Grund ist, wenn wir einen Atheisten fragen, warum er nicht an Gott glaubt, was er uns sagt? Warum ihr das ihn fragt, willst du wissen? Warum ich das glaube? Nein, wenn ich ihn frage, warum glaubst du nicht an Gott, was ist der hauptsächliche Grund, den der Atheist mir sagt? Du als Atheist. Ach so, ja. Was denkst du? Ja, da gibt es Mangel an Beweise, Theodicee-Problemen. Warte, 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 warte. Zum Beispiel. Mangel an Beweise. Das ist das meiste, was ich höre. Aber was für Beweise? Was für Beweise? Ja, es scheint so zu sein, dass die Frage um Gott genau die Grenzlinie ist zwischen Philosophie und Wissenschaft. Und das ist eigentlich auch genau der Konflikt, in dem ihr seid, wenn ihr mit Wissenschaftlern, Atheisten oder wem auch immer, oder vielleicht auch mit Gläubigen, die sagen, man kann es nicht beweisen, man muss es nur glauben, seid. Weil da im Prinzip treffen sich sozusagen wissenschaftliche Erkenntnisse mit philosophischen Ansätzen und geistischen Erkenntnissen. Kannst du die Frage kurz beantworten? Also ich will nur wissen, was du denkst, was die meisten sagen. Ganz kurz, du hast gerade wieder Philosophie von Wissenschaft abgegrenzt und das heißt, ihr wisst ganz genau, was wir meinen, wenn wir von Wissenschaft nehmen. Ja, für mich ist Philosophie, ist ja die Frage, es gibt Naturwissenschaft und Philosophie. Naturwissenschaft und Philosophie. Du meintest ja, H, die hat recht, Punkt, aber jetzt weißt du ganz genau, wo der Unterschied ist. Aber kein Problem, beantworte bitte die Frage, was denkst du, was für Beweise die meisten Atheisten von uns fordern, um Gott zu beweisen? Welche Natur von Beweisen? Weiß ich nicht, sei doch ehrlich, sei doch ehrlich. Was denkst du? Es ist jetzt keine eine Million Euro Frage, es ist nur deine Meinung. Nein, nein, ich habe ja gerade schon gesagt, sehr wahrscheinlich, die meisten Atheisten haben sehr wahrscheinlich gar keine Vorstellung, die wollen einfach irgendwas hören, sehr wahrscheinlich, ob das ein materialistischer Beweis ist oder meinetwegen auch ein zwingender, philosophischer Hinweis und es können ja auch nur gute Indizien sein zum Beispiel, die zwingend darauf hinweisen. Also aus Erfahrung kann ich dir sagen, die meisten sagen, sie wollen messbare, also wissenschaftliche Beweise, empirische Beweise. Das wären die stärkste Beweise. Daniel, du warst doch im letzten Stream auch dabei, bei der, beim, mein Mund, meine Zunge hat sich gerade verdreht, du warst doch beim letzten Stream auch dabei, wo es um die Existenz Gottes ging. Jetzt sagst du ein Hinweis, ein philosophischer Hinweis. Wenn du jetzt, guck mal, und das meinte ich vorhin, was ich zu Hadi gesagt habe, jetzt stellst du dich hier hin und sagst zu uns, okay, es ist, es muss nicht nur empirisch sein, es muss nicht nur naturwissenschaftlich bewiesen sein, es kann auch philosophisch bewiesen sein, aber wenn euch philosophische Beweise oder, sagen wir mal, deduktive Argumentationen dargelegt werden, dessen Prämissen keiner in der Lage ist zu widerlegen, dann wird das, was du jetzt sagst, nicht angewendet. Dann kommt dieser Hyperskeptizismus. Aber jetzt, wenn das Thema, ganz kurz, wenn wir euch, wenn wir diesen Callout machen, also wenn wir, wenn wir euch herausfordern und genau das, dieses Verhalten ansprechen, dann ist es auf einmal, wenn er von dich fragt, was ist das, was die meisten fordern, dann sagst du, ja, es könnte das sein, es könnte das sein, obwohl du ganz genau weißt, was damit gemeint ist. Und das meine ich mit, je nachdem, welches Thema es gerade, um welches Thema es gerade geht, ändert sich das Verhalten und ändert sich, was akzeptiert wird als Beweis, als, um, oder einen Weg, um zu einer Erkenntnis zu gelangen und so weiter und so fort. Verstehst du das? Ja, ich verstehe genau, was du meinst. Noch eine Sache kommentieren, was Daniel gesagt hat. Aber ihr habt jetzt beide schon zweimal was gesagt, vielleicht könnte ich mal kurz antworten. Daniel, dann kommt, ja, bitte schon. Ja, okay. Also, wie soll ich das jetzt am besten sagen, die, die Philosophie, beziehungsweise das Denken darüber über den Sinn des Lebens und ob es einen Gott oder nicht Gott gibt, ist ja die eine Frage. Ihr habt aber, so wie ich das verstanden habe, beim letzten Mal versucht, deduktiv zu beweisen, dass es Gott gibt. Also habt ihr sozusagen eigentlich eine wissenschaftliche Methode angewendet. Das ist im Prinzip ja auch wissenschaftlich, deduktiv zu arbeiten. Also, die Philosophie, so wie ich sie verstehe, versucht nichts endgültig zu beweisen, sondern beschafft sich sozusagen intellektuell mit gewissen Menschheitsfragen. Ja, also diese Trennung mache ich an der Stelle nicht. Ja, ich glaube, was ihr macht, ist, ihr wollt Gottes Existenz mit wissenschaftlichen Methoden beweisen und dann müssen natürlich wissenschaftliche Maßstäbe angelegt werden, wohingegen in der Philosophie man sich ganz anders über das Thema unterhalten kann und auch viel weiter gehen kann, weil man nicht eingegrenzt ist auf wissenschaftliche Erkenntnisse. Ganz kurz, ganz kurz, oder Erfan, merke dir bitte, was du sagen willst. Hast du mich verstanden, was ich das meine? Ich möchte gerne einmal Jens dazu hören, weil ich sehe, er versucht sich die ganze Zeit zu entmuten und will was sagen und er war schon so lange nicht mehr dran, es wäre sonst unfair, deswegen bitte schön, Jens, sag du mal bitte auch was dazu. Sehr gut. Hier wird immer von Wahrheit gesprochen, da muss man immer unterscheiden, welche Wahrheit meint man. Im Englischen Capital Truths und Truth ist was anderes, also das heißt Wahrheit in dem Sinne, wenn Wissenschaft was untersucht, versuchen, was untersuchen, was wahr ist, sagen wir es mal so, nicht die Wahrheit, was ist wahr, das hört sich zu philosophisch an, also Wahrheit, was wir herausfinden können, was wahr ist. Das heißt also, das Beweisbare beweisen, etwas, was sich in der Realität befindet und das meint Wissenschaft, du kannst nur die natürliche Welt beobachten oder was auch immer, wissenschaftlich erklären, was sich in der natürlichen Welt befindet, in der Realität. Wenn sich etwas außerhalb der Realität befindet, so wie Gott, hat die Wissenschaft keine Möglichkeit, was zu beweisen und das ist halt mein Problem, also wenn jemand von empirisch empirisch spricht, Wissenschaft beschäftigt sich mit der natürlichen Realität, mit dem Naturalismus, mit dem methodischen Naturalismus, man sagt nicht und die Wissenschaft hat keine Aussage über, ob es nur die natürliche Welt gibt, vielleicht gibt es noch etwas Unnatürliches oder außer Supernatürliches, aber die Wissenschaft kann nur das untersuchen, was in der natürlichen und der realen Welt existiert. Mustafa, ich glaube, wir waren auf einem richtig guten Weg herauszufinden mit deinem Beispiel und so weiter, was wir mit Wissen eigentlich meinen, weil das ist auch ein Unterschied, also du hast mir was erzählt von in Afrika hier und da, da machen die Leute das so, das ist ja auch ein Wissen, was die Wissenschaft jetzt nicht meint, das ist ein Wissen, was ich, wie man verhält sich in verschiedenen Kulturen, was ist üblich, wie verhält man sich da, das ist ein Wissen, was die Wissenschaft jetzt nicht meint, das ist jetzt ein Wissen, was, ja, da könnte man die Philosophie, Soziologie anwenden und so weiter, aber was die Wissenschaft mit Wissen meint, ist wirklich, was kann ich für wahr empfinden, was ist richtig, welche Gesetze gibt es und so weiter und ich glaube, das ist hier so ein bisschen das Problem, dass wir Wahrheit, über Wahrheit sprechen und da immer so ein bisschen beeinflusst wird, keine Ahnung, philosophische Sachen und ich denke mal, das muss man trennen. Ja, ich würde gerne was zu Daniel sagen und zwar, ich finde, ich finde es eine richtig problematische Aussage, die er vorhin gebracht hat und zwar hat er Deduktion, deduktive Argumentation, er hat es Wissenschaft genannt und er hat es von Philosophie getrennt. Wo ordnest du deduktive Argumentation ein? Ordnest du es bei der wissenschaftlichen Methode ein, wenn du es nicht bei Philosophie einordnest? Also meines Wissens nach ist deduktive Arbeit und induktive Arbeit beides Bestandteil wissenschaftlicher und auch naturwissenschaftlicher Arbeit. Okay, weißt du, weißt du, wie deduktive Argumentation im philosophischen Fachausdruck genannt wird? Das kann durchaus sein, dass es auch ein Bestandteil der Philosophie ist, das habe ich ja damit nicht ausgesprochen. Nein, das meine ich nicht. Es ist nicht nur ein Bestandteil, es ist komplett das Gegenteil von der induktiven Argumentation. Das heißt, ich kläre dich auf, deduktive Argumente werden a priori genannt. Das heißt, Vorerfahrung, Vorerkenntnis. Das heißt, genau das, worauf Wissenschaft basiert, auf Beobachtung, auf Erfahrung, ist bei a priori Argumenten nicht. Wissenschaft basiert auf Induktion, was a posteriori, posteriori ist. Was heißt Nacherfahrung? Das heißt, wir beobachten, sammeln Erfahrung und dann kommen wir zur Schlussfolgerung. Deduktive Argumentation ist genau das Gegenteil. Und dass du sagst, deduktive Argumentation gehört zur Naturwissenschaft, also ich, das ist richtig, also daneben, also Daniel, also um das ehrlich zu sagen. Mit der Deduktion hat es noch ein Problem, dass es aus zwei Prämissen oder mehreren Prämissen besteht und dann hast du eine Konklusion. Wenn die Prämissen wasserdicht sind, dann kommt es darauf, aber sie sind in seltensten Fällen wasserdicht. Das heißt also, wenn du mit Deduktion immer Probleme damit... Ja, Entschuldigung. Ja, also Deduktion ist doch das, was sie auch mit diesem Gottesbeweis gemacht hat beim letzten Mal, richtig? Ja, das, was du gesagt hast, das ist auch zur Naturwissenschaft gehört. Genau, genau. Und das ist auch Bestandteil der naturwissenschaftlichen Arbeit. Natürlich stellst du in der Naturwissenschaft auch Prämissen aus, ziehst logische Schlüsse und... Okay, kannst du mir ein... Warte, warte, warte. Moment, 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 Moment. Kann ich jetzt aus dem Stehgreif nicht? Ich rede ja gerade ganz allgemein. Ohne Beobachtungen zu machen. Nein, gut. Stellst du Prämissen auch? Im Idealfall verbindest du das beides natürlich. Wenn du beides verbindest, dann kommst du in der Wahrheit am nächsten. Daniel, also... Guck mal, Mustapha, Mustapha. Guck mal, es gibt den YouTube-Kanal Crash Course Philosophy. Schau dir mal Induktion und Deduktion an, also nach dem Stream ganz in Ruhe, weil ich denke, dann wird auch alles gelöst sein. Wir müssen nicht darüber diskutieren. Das ist... Das findest du in fünf Minuten raus, okay? Die andere Sache ist, also es ist klar, Deduktion gehört zur Philosophie, weil es Vorerfahrung ist. Es ist nicht auf Erfahrung basiert. Aber wenn du willst, reden wir gar nicht von Philosophie und Wissenschaft, reden wir von Induktion und Deduktion. Ich würde eigentlich viel lieber über Philosophie und Ethik sprechen. Ja, okay. Denkst du, dass durch Philosophie zu Wissen gelangt werden kann? Also, dass wir zu Wissen gelangt können? Also Fakten. Ich gebe dir ein Beispiel. Menschenrechte. Menschenrechte. Glaubst du an die Menschenrechte? Dass jeder Mensch... Ja gut, die Frage ist jetzt, ob das Wissen ist. Aber natürlich kommt man... Lass mich so ausdrücken. Man kommt natürlich zu Erkenntnissen. Ja, zu Erkenntnissen kommt man mit der Philosophie. Kommst du damit durch Induktion, also wissenschaftlich, durch empirische Untersuchungen? Oder... Wenn du das miteinander verbindest, natürlich schon. Ich habe ja gerade schon gesagt. Um das noch deutlicher zu machen. Ich habe eine ganz einfache Frage. Mach ein Beispiel. Ja, ich gebe dir ein Beispiel. Ja. Denkst du, wir können von Wissen sprechen? Wir machen eine Behauptung. Irgendeine Behauptung. Such dir eine Behauptung aus. Zum Beispiel, irgendeine Behauptung. Meine Tür ist weiß. Okay? Können wir von Wissen sprechen, ohne dass wir eine Beobachtung darüber haben? Das heißt, um es Wissen zu nennen, muss alles empirisch beobachtet werden. Also Wissen bedeutet im Prinzip, sag ich mal, die Erkenntnisse maximal in dem, wie du dir sicher sein kannst. Das heißt ja nicht, dass du dir 100 Prozent oder meinetwegen mit an Sicherheit ganzer Wahrscheinlichkeit sicher sein kannst. Also die Frage ist, was für ein Wissen genau meinst du jetzt? Ich kann philosophisch über etwas nachdenken und darauf kommen, dass es sinnvoll ist, Menschenrechte einzuführen. Und das ist richtig. Das weiß ich dann sozusagen. Ich bin jetzt noch viel einfacher gegangen. Ganz kurz, um das Gespräch, ein Gespräch vor sich zu stellen. Kommst du gleich. Um etwas als wahr zu sehen, dass das eine wahre Behauptung ist. Zum Beispiel, ich mache die Behauptung, es gibt einen Gott. Okay? Ich mache die Behauptung, es gibt einen Gott. Damit diese Behauptung wahr ist, muss es dafür empirische Beweise geben? Im Idealfall ja. Ansonsten hast du nur eine philosophische Ökose aufgestellt. Sehr gut. Mustafa, warte ein bisschen. Das heißt, meine Behauptung, wenn ich sage, es gibt einen Gott, wenn ich keine empirische Beweise habe, können wir nicht von Wahrheit reden, würdest du sagen, nach deiner Meinung. Du könntest auch deduktiv vorgehen. Allerdings müssten diese deduktiven Prämissen auch sich mit der Realität abgleichen lassen können. Okay, das heißt ... Verstehst du dieses Beispiel mit, ich bin ein Mensch, das habt ihr doch mal gebracht, ich bin ein Mensch, Menschen können sterben, also werde ich sterben. Aber da sind Erfahrungen drin, wir wissen, Menschen sterben immer, ich weiß das nicht, ich bin ein Mensch. Das heißt, diese deduktiven Prämissen, also diese Deduktion, diese Prämissen, die kann ich mit der Wirklichkeit abgleichen. Dann ist das im Prinzip auch ein wissenschaftlicher Schluss. Es gibt aber Behauptungen, wo du keine wissenschaftlichen Daten hast. Keine empirischen Daten. Aber können diese wahr sein? Sie können wahr sein, aber du kannst das nicht 100% beweisen, also nicht 100% belegen. Okay, also, ganz kurz, um das zusammenzufassen, nur mit Empirie kann man 100% beweisen. Ja, nach wissenschaftlichen Maßstäben. Du hast gerade eine 180-Grad-Wendung gemacht. Nein, ich habe das gerade ganz konkret beschrieben, was ich meine. Ja, aber du hast im Gegensatz zu dem, was du in deinen einleitenden Worten gesagt hast und was du im Nachgang mit uns besprochen hast, hast du eine 180-Grad-Wendung gemacht. Nein, habe ich nicht. Wir haben gesagt, es gibt Menschen, die behaupten, man kann nur mit Empirie zur Wahrheit gelangen und zu Erkenntnissen gelangen. Da hast du gesagt, nein, da gibt es auch weitere Methoden, da stimme ich dir zu und so weiter und so fort, hast du gesagt. Und jetzt sagst du, jetzt hat Erfan dich zu einem Punkt gebracht, durch Fragen, wo du eingestehen musstest, dass nur, dass du der Meinung bist, das nur durch Empirie zu einer Erkenntnis gelangen werden kannst, also zu einer Wahrheit gelangen kann. Ich will noch was dazu sagen. Nein, 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 Entschuldigung, das hast du mich misrepräsentiert, finde ich jetzt. Also erstmal habe ich ja gerade, habe ich ja vorhin gesagt, natürlich Deduktion kannst du verwenden, wenn du es auf die Wahrheit ableitest, ja, wenn du, also ist das nicht nur empirisch, ja, einmal. Und zweitens habe ich ja vorhin gesagt, ich stimme Richard Dawkins ausdrücklich nicht zu, dass die Frage nach dem Warum irrelevant ist. Diese Frage ist wichtig. der Kasus-Knaxus ist, kann man diese Fragen endgültig in irgendeiner Form beweisen oder nicht? Und da muss man halt im Einzelfall schauen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Deine Aussage, deine Aussage, man kann nur durch Empirie zu hundertprozentiger Wahrheit gelangen, hat nichts mit deinem Diskonsens, mit Richard Dawkins zu tun, dass du ihm nicht recht gibst, wenn er sagt, dass die Frage nach dem Warum irrelevant ist. Also das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Du hast gerade begründet, du hast gerade eine Begründung geliefert, mit den Standteilen, die nichts miteinander zu tun haben. Du hast am Anfang gesagt, dass du nicht der Meinung bist, dass man nur durch Empirie zu einer hundertprozentigen Wahrheit gelangen kann. Das hast du am Anfang gesagt. Und jetzt gerade eben hast du gesagt, dass du der Meinung bist, dass man nur durch Empirie zu einer hundertprozentigen Wahrheit gelangen kann. Das hast du vor den ganzen Live-Zuschauern hier gesagt, du kannst auch im Nachhinein gerne zurückspulen. Das heißt, du hast eine 180-Grad-Dennung gemacht. Ich würde jetzt folgendes vorstellen. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Das ist ja kein Problem, Daniel. Wir haben das alles sozusagen, sowieso können wir darauf reagieren und die Zuschauer haben sich ein Bild gemacht über die aktuelle Situation, was Daniel gesagt hat, wie Mustafa darauf reagiert hat und Jens und natürlich er von. Ich habe aber von Jens gerade die Botschaft bekommen, dass bezüglich Highschool irgendwas in den USA gerade stattfindet mit Sohn. Ja, mein Sohn hat Open House Highschool, fängt nach Labor Day an. Was ist Open High Highschool, Brother? Open House. Open House bedeutet, dass wir die Lehrer kennenlernen, dass wir gucken, welche Kurse da sind. Genau, Tag der offenen Türen. Great, okay. Gut, Jens, dann wollte ich mich bei dir bedanken. Ich wollte nur eine Sache sagen. Du hast das ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Ich hätte das gerne ein bisschen in eine Richtung gehabt, das ist irgendwie so auseinandergegangen, weil ich hätte ganz gerne auf Leute reagiert, die was gesagt haben. Er fand zum Beispiel mit der Tür, das hat was mit Glauben zu tun oder mit Vertrauen auf deine Aussagen, nicht mit Wissen. Ich weiß, das ist egal. Auf jeden Fall bin ich beim nächsten Mal versuchen. Ich würde das vorstellen, Jens. Wie wäre es, wenn wir uns einfach in zwei Wochen am Stream einfach um 19.30 Uhr chillig europäische Sommerzeit ganz gemütlich in der Lobby treffen und du einer der ersten Gäste bist? Ich würde mich sehr freuen. Okay, wann ist das Thema dann in zwei Wochen? Also ich persönlich weiß das noch nicht, aber es geht um den Atheismus. Also du bist auf jeden Fall Experte. Gut, danke auf jeden Fall, Jens, für deine Anwesenheit. Schöne Grüße an die USA. Tschüss Amir, tschüss Mustafa, tschüss Erfan, tschüss Daniel. Danke, Jens. Viel Spaß bei der Schule. MashaAllah. MashaAllah. Leute. Amir, Bruder Amir, einen Moment. Ich möchte noch, bevor es weitergeht. Weil, ganz konkret, Daniel, bist du noch da? Daniel ist am Start, ja. Ich möchte die Frage jetzt gerne ganz konkret stellen. Bist du der Meinung, dass man zu einer, dass man nur durch Empirie zu hundertprozentiger Wahrheit gelangt? Oder sagen wir nicht hundertprozentiger Wahrheit, sagen wir einfach zu einer gültigen Erkenntnis, zu einer Wahrheit. Ich habe dir gerade schon darauf geantwortet. Ich verstehe nicht, warum du mir drei, viermal hintereinander die gleiche Frage stellst. Ich möchte gerne Klarheit haben, weil als ich das aufgelegt habe. Ja, aber da habe ich, ganz ehrlich, da habe ich keine Lust drauf. Das ist mir ein bisschen zu blöd. Ja, weil du, ja, das ist halt, du wurdest gerade von Erfan ein bisschen darauf festgenagelt, hast es eingesehen und jetzt möchtest du nicht mehr weiter darauf eingehen. Ich habe das doch ganz detailliert erklärt. Du kannst das miteinander verbinden. Wenn du es nur deduktiv machst, kannst du es machen. Aber du musst natürlich auf Erfahrungen dann dich beziehen. Du kannst nicht einfach irgendwas aufstellen, sondern wenn du die Prämissen machst, müssen die ja irgendwie mit der Realität zu tun haben. Das heißt, okay, ich stelle dir eine Frage. Also es ist sozusagen ein Twitter, verstehst du? Es ist nicht eindeutig das eine, es ist nicht eindeutig das andere. Im Idealfall verbindest du das beides miteinander. Also kann ich dir das jetzt nicht A oder B beantworten? Ich stelle dir die Frage, die ich Jens gestellt habe. Kann es etwas geben, dessen Teil größer als sein ganzes ist? Ja, wenn ich das richtig verstehe, dann nein. Und wie hast du das herausgefunden? Wo sind die empirischen Daten, die zu deiner Schlussfolgerung geführt haben? Ja, das ist Logik. Ich kann mir jetzt vorstellen, ich habe einen Liter Wasser und jetzt stelle ich mir vor, ich nehme die Hälfte weg, dann ist es weniger. Ich habe etwas gesagt, ich habe nicht einen Liter Wasser gesagt. Ja, aber wie du gerade gemerkt hast, habe ich überlegt und habe mir dann ein Beispiel, ein Experiment im Kopf vorgestellt, wo ich das nachvollziehen kann. Ja, aber du hast, du kennst nicht alles, was existieren kann. Ja, das heißt, kann es etwas geben? Siehst du? Deswegen habe ich auf Erfahrungswerte zurückgegriffen und das ist natürlich nicht perfekt, aber es ist besser, besser als nur, nur, äh, das heißt, du bist dir, das heißt, du bist dir nicht ganz genau sicher, ob es nicht doch etwas geben kann? Wo der Teil größer als sein Ganzes ist? Du hast, ich verstehe, was du machst. Wenn du das absolut siehst, ja, das könnte theoretisch sein, ja. Ist aber sehr unwahrscheinlich. Ich finde das krass. Weil ich bin mir sicher, ich, also, dass du sagst, es kann etwas existieren, dessen Teil größer als sein Ganzes ist. Ich lasse es einfach für die Zuschauer, dass jeder sich dasselbe überlegt. Ja, das ist, also, das machst du jetzt wirklich nicht fair, finde ich. Ich habe dir ja gerade gesagt, ich, wir haben doch gerade über Ruhe gesprochen, Induktion, Induktion. Jetzt hast du gesagt, okay, mach mal ein Deduktivbeispiel, ja, kann, kann das sein, dass ein Teil größer ist als das Ganze? Dann habe ich dir jetzt erklärt, siehst du, das ist zwar Deduktion, aber jetzt habe ich im Kopf halt auch, mache ich sozusagen im Kopf das Experiment und dieses Experiment weist dann darauf hin, ich verbinde sozusagen Erfahrungswerte, wenn du so willst, also wenn du so willst, Induktionserfahrungswerte mit der Deduktion und dann kann ich dir eine, eigentlich eine fast 100% Aussage machen, aber die hat natürlich nicht den gleichen Wert, als wenn ich jetzt verschiedenste Experimente erledigt habe. das ist der Unterschied zwischen Atheisten und Muslime. Muslime sagen nicht, es kann, ja, Muslime sagen nicht, es kann etwas existieren, dessen Teil größer als sein Ganzes ist und das ist auch die, darum habe ich auch die Zuschauer gewiesen, weil ich denke, die Zuschauer sollten sich hier die Gedanken machen, weil ich spreche immer an, dass der Atheismus nicht nur eine Verneinung Gottes ist, sondern man verneint viele andere Sachen und unter anderem sind solche Aussagen, Konsequenzen, dass man ein Atheismus ist, dass man sagen muss, hast du das überhaupt verstanden? Ich habe dich sehr gut verstanden, dass man als Atheist sagen muss, weil ich das nur durch Rationalität herausgefunden habe und weil ich das an bestimmten Dingen, Erfahrungen abgemessen habe, aber ich habe keine Erfahrungen mit allen Dingen gemacht, die existieren können, kann ich mir nicht sicher sein, dass ein Teil größer als ein Ganzes sein kann bei allen Dingen. Und, ja, ich finde, ich lasse das Kommentar losstehen. Ja, du hast es ja nicht Kommentar losstehen lassen, du hast ja gerade viel geredet, aber, aber, in der Wissenschaft gibt es immer nur mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, selbst wenn ich alle Experimente mache und alles beweisen könnte und alles logisch wäre, selbst dann ist das immer nur mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Deswegen diese Absolutheit, die du da postulierst, gibt es gar nicht. Ich denke auch nicht, dass Wissenschaft der einzige Weg zur Wahrheit ist. Ich denke meine Rationalität, guck mal, eine andere Aussage, woher weißt du denn überhaupt, dass das Empirische der einzige Weg ist, um zu Wahrheiten zu gelangen? Das habe ich ja nicht gesagt, dass Empirie der einzige Weg ist. Du hast gesagt, wir brauchen Empirie, ohne Empirie können wir nicht zu Wahrheiten gelangen. Wir kommen am nähersten an die Wahrheit ran, wenn wir Empirie mit der Deduktion verbinden, ja. Kannst du diese Behauptung beweisen? Es ist einfach nur ein Wortsalat. Kannst du diese, kannst du, du musst jetzt diese Behauptung empirisch beweisen? Ja, ich kann dir jetzt ja hier nichts empirisch beweisen, wie soll das funktionieren? Natürlich kannst du es nicht. Darum ist deine, das nennt man ein self-refuting statement, eine selbst widerlegende Aussage. Ja, dann musst du dich informieren, wie Wissenschaft genau funktioniert. Nein, ich weiß, wie Wissenschaft funktioniert. Du musst dich einfach, guck mal, ich will mich jetzt auch nicht streiten mit euch. Eine Sekunde muss davon, eine Sekunde. Crash Course Philosophy, schau dir den YouTube-Kanal an, Deduktion, Induktion, schau dir das an, Daniel. Komm beim nächsten Stream rein und dann können wir auf besserer Basis weiterreden. Dann glaubst du ja immer noch daran. Daniel, Erfan und Mustafa. Also nichtsdestotrotz, diese Stimmung sollte beigehalten werden. Jetzt sind wir gerade in der Phase, wo die Konfrontation zunimmt, aber auch, ich muss wirklich sagen, Daniel, Erfan und natürlich Mustafa, euer Benehmen, euer Respekt gegenüber dem anderen, euer Aussprechen und eure, ja, eure sozialen Kompetenzen in dem Stream. Wirklich großes Lob. Der Chat reagiert. Wir sehen das, dass sie das feiern und ich würde Folgendes vorschlagen. Der Daniel braucht einen Partner, einen Tag-Team-Partner und ich wollte vorschlagen, ob der Chat vielleicht weiß, wer jetzt reinkommt. Es ist ein einzigartiger Gast, der in Deutschland schon sehr, sehr, ja, aktiv ist. Auch wenn er im, ja, im, ja, bei uns bei der letzten Sendung dabei ist, möchte ich ihn trotzdem sehr gerne reinnehmen. Der Chat weiß es, es kommt ein Gärter-Gast aus Deutschland. Und auch bevor wir den nächsten Gast einläuten, geehrte Geschwister, jetzt nochmal ganz tief durchatmen, bitte teilt jetzt den Stream. Wir sind jetzt kurz davor, das Tag-Team aus Klaus und Daniel zu in, zu vereinen, ja, zu vereinen und dann können sie gemeinsam gegen die Muslime sozusagen debattieren. Klaus, kommt rein, geehrte Geschwister, liebe Muslime, die jetzt zuschauen. Wir brauchen noch euren Support. Es fehlen noch insgesamt sieben Iman-Dauer-Supporter für heute Abend. Lasst uns gemeinsam das Ziel erreichen und dann wird die Dauer natürlich noch weitergehen. Sieben Dauer-Supporter, was ein Dauer-Supporter ist und wie du uns langfristig unterstützen kannst, siehst du nach 60 Sekunden und jetzt kommt das Wort und dann kommt Klaus. Hast du dich schon mal gefragt, wie du vor Allah stehen kannst, mit wenigen Taten, aber einem Berg voller Belohnung? Ganz einfach. Unterstütze unsere Arbeit von zu Hause aus mit einer regelmäßigen Spende und lass uns für dein Ziel hinarbeiten. Mit deiner Spende und unserer Arbeit können wir Bildungsprogramme, Infostände, Verteilmaterialien, Betreuung neuer Muslime, Podcasts sowie Livestreams realisieren und die Botschaft des Islam mit unseren Mitmenschen teilen. Nun, wie erreichen wir dieses Ziel? Gehe hierfür auf unsere Webseite iman.ngo.supporter und werde heute noch eine Stütze für diese wertvolle Arbeit. Möchtest du eine beliebig hohe Einzelspende tätigen? Dann findest du unter iman.ngo.supporter oder auch iman.ngo.supporter die Möglichkeit, Teil dieser prophetischen Mission zu werden. Du hast auch die Option, uns mit Amazon Sachspenden zu helfen. Unter iman.ngo.supporter kannst du für unsere Arbeit Technik, Equipment und andere Utensilien bestellen, die direkt an uns geliefert werden. Lass dir die Chance nicht entgehen und lass uns diesen Berg voller Belohnung zur Realität machen. Ladies und Gentlemen, werdet iman.ngo.supporter Es fehlen nur noch sieben Stück und ich würde mich sehr freuen, wenn wir heute die sieben Dauer-Supporter machen. Gehrte Geschwister, der Erfan ist sofort wieder da. Jetzt wird es ernst, meine Damen und Herren. Lieber Live-Chat, freut ihr euch auf Klaus, den Atheisten? Ich freue mich auf Klaus und bin wirklich happy, dass er heute bei uns im Gast ist. Er hat sich wieder den Greenscreen geschnappt. Er hat wirklich einzigartig den Greenscreen ausgeleuchtet. Gehrte Geschwister, tausend blaue Herzen für unseren einzigartigen Klaus. Herzlich willkommen. Klaus, der Artist. Grüß dich, Klaus. Herzlich willkommen. Hallo, ich grüße alle recht herzlich und bedanke mich wieder, dass ich bei euch teilnehmen kann an der Sendung. Hi, Klaus. Ich freue mich sehr und lieber Live-Chat, hat sich der Klaus nicht mit dem Hintergrund sehr viel Mühe gegeben? Genau. Ich sage, das verdient sich ein wirklich schönes blaues Herz. Gut gemacht, Klaus. Danke. Ich finde es echt cool, wenn das Team Greenscreen nach vorne kommt. Klaus, es kommen noch weitere Gäste dann rein. Klaus, herzlich willkommen. Dein Statement. Kommen wir direkt zur Sache. Es geht los. Ja, Ja, also der Titel war mir klar, der ist zum Anlocken gedacht, dass ihr also praktisch Gäste ranlockt und Atheisten ranlockt, dass die praktisch gekitzelt werden für den Titel. Deshalb will ich jetzt gar nicht auf den Titel so eingehen. Aber ihr habt, und was mir aber besonders gut gefallen hat, da muss ich euch beiden in Lob aussprechen, ihr habt mit Definitionen angefangen. Und ihr habt die Begriffe definiert, aber leider habt ihr bei Scientismus die Quelle nicht angegeben. Also beim nächsten Mal bitte ich euch da, ihr müsst die Quelle mit angeben. Wo habt ihr die Definition her? Denn diese Definition vom Scientismus entspricht nicht meiner Definition. Und wenn ich in Wikipedia gehe, steht auch was anderes drin. Ihr habt die falsche Definition verwendet und dadurch kommt ihr zu falschen Schlussfolgerungen. Das können wir dann noch mal kurz diskutieren. Also Scientismus ist falsch definiert von euch. So, jetzt habt ihr Atheismus nicht definiert. Das sind Atheisten. Und da muss man unbedingt wissen, dass es zwei Gruppen von Atheisten gibt. Erstmal gibt es die weichen oder schwachen Atheisten. Und die zeichnen sich dadurch aus, dass die keine Behauptung aufstellen, sondern sie sagen nur, ich glaube nicht an Götter, weil das für mich alles unglaubwürdig ist. Alle Aussagen zu Göttern sind unglaubwürdig, deshalb glaube ich das nicht. Aber die stellen keine Behauptung auf. Das sind weiche Atheisten, schwache Atheisten. Und jetzt kommen die neuen Atheisten und ihr habt das Glück, heute geht es ja um Wissenschaft. Ich bin als Diplom-Füße, bin ich Wissenschaftler und gleichzeitig auch neuer Atheist. Ich bezeichne mich als neuen Atheisten oder als atheistischen Humanisten, vielleicht genauer gesagt. Und deshalb bin ich jetzt, denke ich, genau richtig bei euch im Stream, weil es geht ja um den neuen Atheismus. Und den vertrete ich wirklich perfekt. So, und jetzt ist ja die Frage... Da bin ich mal gespannt. Ja, genau. So, jetzt geht es ja eigentlich um die Frage, was ihr zuletzt diskutiert habt, wie kann man zur Wahrheit finden? Es ist ja die Frage, gibt es Gott oder gibt es keinen Gott? Und die neuen Atheisten behaupten, und dafür müssen sie auch Belege vorlegen, wer eine Behauptung aufstellt, muss das auch belegen. Ich behaupte, dass es den Gott aus dem Koran nicht gibt. Der ist erfunden von Menschen und den gibt es nicht. Das ist meine knallhorte Behauptung. Und ich muss die jetzt beweisen. Das können wir dann noch machen, wenn ihr einen Beweis haben wollt. Und das beweist sich natürlich mit Wissenschaft. Weil Wissenschaft ist der einzige Weg, um zur Wahrheit zu kommen. Und das können wir auch mal diskutieren. Welche Wahrheitsdefinition verwendet ihr denn eigentlich? In Wikipedia gibt es acht Wahrheitsdefinitionen. Und da würde mich interessieren, welche Definition ihr verwendet. Und ich verwende die in Wikipedia die zweite Definition, die als zweiter Stelle angeführt wird. Und da steht hinten rechts Wahrheitskriterium. Und Wahrheitskriterium ist die Praxis. Und Praxis heißt Experiment, Empirie. So, und vielleicht ein kurzes Beispiel dazu. Dann bin ich mit meinem Statement fertig. Vielleicht kennt ihr den fiktiven Streit zwischen Aristoteles und Galiläe. Aristoteles 350 vor der Zeitrechnung hat behauptet, kurz gefasst jetzt, Wahrheit besteht dann, wenn viele Menschen der gleichen Meinung sind. Also wenn viele Menschen sagen, das finde ich wahr, dann ist es wahr. So, das hat Aristoteles gesagt. Und als Beispiel nimmt man so eine, sagen wir mal eine Holzkugel, Holzkugel 20 Zentimeter Durchmesser und Bleikugel 20 Zentimeter Durchmesser. Jetzt gibt man die Kugeln den Leuten in die Hände. Die fühlen, die Bleikugel ist richtig schwer, Holz ist leicht. Und jetzt fragt man, wenn man die loslässt, welche ist eher unten? Und da sagen natürlich die meisten Leute, logisch, die Schwere ist eher unten, die wird ja mehr von der Erde angezogen. Das ist ja logisch. So, und das hat Aristoteles gesagt. Und jetzt kam Galilei 1630, schiefer Turm von Pisa und hat tatsächlich die Holzkugel und die Bleikugel von dem Turm runterfallen lassen. Immerhin 50 Meter Höhe. Da unten hat er Leute postiert und die sollten rauskriegen, welche Kugel eher unten ist. Ja, und die konnten es nicht sehen. Die sind immer gleich angekommen. Dann haben die schiefe Ebenen genommen und die Kugeln sind immer gleich angekommen. Und jetzt hat er Galilei festgestellt, dass die Aussage von Aristoteles falsch ist. Und da hat er gesagt, lieber Aristoteles, du kannst die Wahrheit nur rauskriegen, wenn du ein Experiment machst. Ohne Experiment liegst du schief oder kannst du schief. Du kannst durch glücklichen Umstand richtig liegen, aber ohne ein Experiment hast du keine Chance, die Wahrheit rauszukriegen. Und das ist die Position der neuen Atheisten. Ohne Experimente kriegst du nicht raus, was die Wahrheit ist. Und das ist die zweite Wahrheitsdefinition. Alle anderen sind nämlich Zirkelschlüsse. Das war mein Statement. Also ich will sagen, der Gott aus dem Koran existiert nicht. Stephen Hawking hat gesagt, die Philosophie ist tot. Der Meinung bin ich auch. Philosophie brauchen wir nicht machen. Metaphysik ist auch tot, hat Kant schon widerlegt. Brauchen wir auch nicht. Wir brauchen Experimente. Ohne Experimente kriegst du nicht die Wahrheit raus. Das ist mein Statement. Okay. Vielen Dank, Klaus, für deine Worte. Sehr interessant. Ich würde gerne eine Frage stellen, einfach erstmal grundsätzlich, um das einfach mal für mich zu differenzieren, zu verstehen. Bist du der Meinung, also denkst du, dass das, was du sagst, also die Meinung, die du vertrittst, dass man nur durch Experimente und Empirie und so weiter, dass nur das zählt, behauptet, dass die Wissenschaft von sich, ist das der Anspruch, den die Wissenschaft an sich selbst stellt? Moment, du sprichst jetzt von der Wissenschaft. Du, das ist, das ist ein, du, das, guck mal, die Physik besteht darin, dass sie Experimente macht, Versuche macht und dann durch induktive und deduktive Methoden, da können wir dann noch sprechen, ihr kennt wahrscheinlich Karl Popper nicht und den kritischen Rationalismus kennt ihr nicht, weil ihr gesagt habt, die Datoch-Klip-Methode, der mit der falsifizierte Theorie gekommen ist. Ganz kurz, aber einen Moment, das war ja gar nicht meine Frage, ich glaube. Ja, das war bloß, mir fiel es gerade ein, das müssen wir dann auch diskutieren. Das können wir ja später machen, erst mal meine Frage. Ja, also ist der Anspruch der wissenschaftlichen Methode, ist der Anspruch der wissenschaftlichen Methode oder behauptet die wissenschaftliche Methode, dass sie einzig und allein zu Wahrheiten gelangen kann. Ein Moment, ein Moment, zu Wahrheiten gelangen kann und dass sie zu absoluten Wahrheiten gelangen kann. Okay, das ist Zientismus. Das heißt, das ist nicht die wissenschaftliche Methode, die diesen Anspruch stellt. Richtig? Nein, der Zientismus ist die Lehre davon, dass alle Wissenschaften, nicht nur die Naturwissenschaften, man muss die wissenschaftliche Naturwissenschaftliche Methode auf alle Wissenschaften anwenden. Deshalb habt ihr ja die falsche Definition verwendet. Welche Wissenschaften gibt es noch? Welche Wissenschaften gibt es noch? Gib mal ein, Zientismus auf Deutsch. Da wird dir das angezeigt. Welche Wissenschaften gibt es denn noch außer den Naturwissenschaften? Alle Geisteswissenschaften. Du hast doch gerade eben gesagt, Psychologie, Sozialwissenschaften, die ganzen, alle Wissenschaften, da gibt es, könnt ihr mal googeln, da gibt es eine ganze Latte. Ja, aber du hast doch gerade eben gesagt, die Philosophie ist tot. Ja, die braucht man nicht mehr. Philosophie ist gelöst, das Problem mit der Philosophie. Weil die Hauptfrage der Philosophie lautet ja, was war zuerst da? Geist oder Materie? Und die Frage ist gelöst, nämlich die Materie war zuerst da. Energie war zuerst da und der Geist kommt später. Deshalb ist die Philosophie-Frage gelöst. Über die brauche ich nicht mehr reden. Also für mich ist die erledigt. Okay, warum führst du die dann an, um dein Argument zu bestärken? Ja, nee, du hast mich gefragt, was das Wissenschaften, trotzdem ist die Philosophie eine Wissenschaft. Du hast mich ja gefragt, was Wissenschaften sind. Dann frage ich, dann frage ich nochmal so, die wissenschaftliche Methode durch Empirie und Experimente, um das in deinen Worten zu sagen, zu einer Erkenntnis zu gelangen. behauptet diese Methode von sich, hat diese Methode den Anspruch, dass nur sie zu Wahrheiten gelangen kann. Und hat diese Methode auch den Anspruch, dass sie zu absoluten Wahrheiten führt. Ja, erstmal absolute Wahrheit gibt es nicht. Das wirst du von niemandem hören, außer wenn man relative Wahrheit, absolute und ewige Wahrheit, da in dem Dreierschnitt gibt es eine absolute Wahrheit. Aber wenn man nur absoluten und relative nimmt, gibt es die absolute Wahrheit nicht. Die kann man nicht erreichen. Ist unmöglich, sagt jeder. Also absolute können wir vergessen. Wir haben immer nur relative Wahrheiten. Und jetzt ist es so, die Aussage macht nur der Scientismus, die Lehre vom Scientismus. Die wissenschaftliche Methode ist eine Methode und die sagt gar nichts aus. Die sagt, was du machen musst. Oder du hast die falsche Frage gestellt. Also sagst du, der Scientismus ist die Aussage, dass man mit allen Wissenschaften zur Wahrheit kommen kann. Ja, genau. Auch mit der Logik und auch mit den anderen Sachen. Unbedingt brauchst du die Logik, sonst kannst du dir viele Sachen gar nicht beantworten. Die Logik ist eine Hilfswissenschaft. Ist eine Wissenschaft und die zählt mit zum Scientismus. Deshalb habt ihr ja die falsche Definition bei euch genommen. Ihr habt wahrscheinlich nur eine rausgezogen, ein Alte, wo nur Naturwissenschaften drinstehen. Aber das ist falsch. Könnt ihr selber googeln. Ihr habt die falschen Definitionen verwendet. Ihr habt wahrscheinlich Englische genommen und dann ins Deutsch übersetzt oder was. Aber guckt, da gibt es Scientismus in Deutsch ein, dann Wikipedia und ihr könnt das überall nachlesen. Klaus, Wikipedia ist keine wissenschaftliche Quelle oder sowas. Moment. Erstmal dazu. Die zweite Sache. Moment, Moment. Warte mal. Wikipedia, da müsst ihr unten die Quellenangaben nehmen. Ja, die Quellenangaben. Wir können jetzt ein Seminar halten über Quellenkritik oder wir lassen mal kurz eher von aussprechen. Klaus, schau mal. Du hast eine Sache gesagt. Du hast gesagt, Philosophie ist tot. Okay. Erste Sache. Zweite Sache. Du hast gesagt, der einzige Weg zu Wissen zu gelangen, zu Erkenntnissen zu gelangen, ist durch empirischen Daten. Experimente, Beobachtung. Das ist der einzige Weg. Richtig? Wir wollen ja rauskriegen, existiert Gott oder existiert er nicht. Klaus, du hast gesagt, wenn ich eine Behauptung mache, muss ich diese Behauptung durch empirische Daten beweisen. Richtig? Ja, wenn es empirisch die Frage ist, wenn es eine logische Frage ist, muss ich mit der Logik beantworten. Das hängt von der Frage ab. Das hängt von deiner Frage ab. Kann ich mit purer Logik zu einer Erkenntnis kommen? Natürlich kannst du zu Erkenntnissen kommen. Das heißt, ich brauche keine empirischen Daten, um Gott zu beweisen. Aber nicht zu allen Erkenntnissen. Du kannst zu Erkenntnissen kommen, aber nicht zu allen. Du erstell die falschen Fragen. Klaus, du machst deine Annahmen. Nein, nein. Klaus, woher holst du diese Annahmen? Beweis das mal. Was soll ich denn beweisen? Ich beweise dir, dass es den Gott aus dem Koran nicht gibt. Willst du den Beweis haben? Darüber reden wir jetzt gar nicht. Ah gut. Ich dachte, wir reden gerade darüber. Wir reden, wie überhaupt etwas bewiesen werden kann. Das heißt, du sagst, bei Sachen, die mir gefallen, sage ich, die können logisch bewiesen werden. Bei Sachen, die mir nicht gefallen, sage ich, dafür brauche ich einen empirischen Beweis. Nicht gefallen. Das hängt von der Fragestellung ab. Okay, kannst du mal zwei Beispiele machen, um die Distribution aufzuzeigen, wann man nur durch Empirie zu einer Wahrheit gelangen kann und wann nur die Logik dafür ausreicht, um zu einer Erkenntnis zu gelangen. Kannst du mal bitte zwei Beispiele auffüllen? Damit wir einfach für Unterschiede stehen lassen. Das erste Beispiel hatte ich gesagt, Aristoteles mit der Holzkugel und der Bleikugel. Du lässt die alle Leute, wenn du auf der Straße tausend Mann fragst, sagen dir 900 Mann. Das ist mit Empirie, das kennen wir. Mach das zweite Beispiel, ohne Empirie. Es gibt keine anderen Beispiele. Du kannst es nur empirisch beweisen. Okay, das heißt, ohne Empirie kann man nicht so eine Erkenntnis bekommen. Jetzt, es geht doch um Wahrheit. Nee, Erkenntnis, du musst die Frage richtig stellen. Willst du jetzt wissen, Wahrheit oder Erkenntnis? Wahrheit, Erkenntnis. Wenn du sagst, wenn du sagst Wahrheit, dann sage ich nur mit dem Experiment, weil ich die zweite Wahrheitsdefinition verwende. Okay, 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 das heißt, nur mit empirischen Daten kann man zu Wahrheiten kommen. Genau. Okay, deine Behauptung, dass man nur mit empirischen Daten zur Wahrheit kommen kann, ist diese Behauptung wahr? Natürlich. Wo sind die empirischen Daten, bitte? Ich warte. Okay, warte ganz kurz, Klaus. Nein, ich warte jetzt für die empirischen Daten. Moment, ich habe dir da gerade das Beispiel in Aristoteles genommen. Nein, nein. Kugel, Bleikugel, das ist der Beweis. Klaus, hör bitte zu. Nein. Ich habe nicht gesagt, was sind deine empirischen Daten, dass die Kugeln gleich fallen. Ich habe gesagt, du machst die Behauptung, dass du nur durch empirische Daten zur Wahrheit kommen kannst. Das ist eine Behauptung, positive Behauptung, die du machst. Ich finde das schön, wie du in deiner, in deinen einleitenden Worten gesagt hast, dass wenn du eine Behauptung machst, du es auch beweisen musst. Genau. Du hast danach auch gesagt, dass der einzige Weg, eine Behauptung als wahr zu beweisen, durch empirische Daten sind. Ich möchte jetzt empirische Daten für deine Behauptung, dass der einzige Weg, zu Wahrheiten zu kommen, die Empirie ist. Ich möchte empirische Daten dafür. Also empirische Daten sind zum Beispiel, wenn ich was fallen lasse, das sind empirische Daten. Aber das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht, er hat es gerade gefordert. Ich habe genau deine Frage zugehört. Stell die bitte nochmal, ihr stellt nämlich immer die falschen Fragen und dann wundert euch, wenn der falsche Antworten kriegt. Formuliert eine Frage genau jetzt exakt. Klaus, du sagst, du machst eine Behauptung. Deine Behauptung ist, der einzige Weg, zu Wahrheiten zu kommen, ist durch empirische Daten. Richtig. Ich möchte jetzt empirische Daten, die zeigen, dass diese Behauptung wahr ist. Ja, genau. guck mal. nie, nie weiterreden. Empirische Daten sind Falldaten. Ich lasse, ich mache Experimente und lasse alles fallen. Dann liefer die bitte. Dann liefer die bitte, um diese Behauptung zu bringen. Bevor du, das ist das Experiment, Leute, ihr müsst Experimente machen. meine Frage ist, das sind die empirischen Daten. Bevor du das Experiment machst, musst du erst mal wissen, dass das empirische Daten der Weg zur Wahrheit sind. Bevor du es überhaupt machst. Nee, das musst du nicht wissen, das kriegst du dadurch raus. Du findest nämlich keinen anderen Weg, um zur Wahrheit zu kommen. Es wird keinen anderen Weg geben. Oder habt ihr einen Weg? Okay, eine Frage. Ist diese Aussage, die du gerade gestätigt hast, wahr? Ja, weil wir das mit Experimenten prüfen können. Wir können es prüfen. Dann mach es bitte. Ich lasse was fallen und dann messe ich, was rauskommt. Nein, dann hast du, was du gemessen hast. Dann hast du die Fallgeschwindigkeit gemessen beispielsweise. Das hast du gemessen. Ja, genau. Wir wollen, ja, aber wir fragen dich nicht nach Beweisen für die Fallgeschwindigkeit, 9,1 Meter pro Sekunde. Was fragen wir für deine Behauptung? Wir fragen dich nach empirischen Beweisen für deine Aussage, dass man nur durch empirische Daten zu einer Wahrheit kommt. Weiß ist das Experiment. Ohne Experiment kann man zu keiner Wahrheit kommen. Ihr müsst also Experimente machen. Was ist das Experiment, das du ausgeführt hast, genau, wo diese Aussage die Schlussfolgerung war? Nein, ihr versteht es wahrscheinlich gar nicht. Man muss Experimente machen. und ihr versteht es nicht. Ihr versteht das Problem einfach gar nicht. Lieber Klaus, bei allem Respekt, er hat eine ganz konkrete Frage. Ja, ich habe ganz konkret geantwortet. Klaus, man muss falsch versuchen. Ich möchte es mal anders probieren. Anders kriegst du es nicht raus. Anders probieren. Klaus, du bist ja ein Physiker. Du bist ein Diplom-Physiker, du bist ein Wissenschaftler. Genau. Ich bin kein Physiker. Ich bin jetzt bescheiden und ich möchte jetzt von dir lernen. Und ich möchte, dass du mir etwas erklärst, Klaus. Weil ich verstehe, ich möchte es wirklich verstehen. Ich verstehe immer alles falsch. Deswegen möchte ich jetzt von dir lernen. Also, Klaus, du sagst, man kann nur durch empirische Daten zu einer Wahrheit gelangen. Ist das wahr? Ja, habe ich schon dreimal gesagt. Okay. So, jetzt möchte ich gerne, jetzt möchte ich gerne, weil ich deine Aussage akzeptiere. Ich möchte ab jetzt das anwenden, was du gerade behauptest und für jede Wahrheit empirische Daten geliefert bekommen. Und deswegen möchte ich bitte, dass du für diese Aussage mir empirische Daten lieferst. Ich möchte gerne lernen, wie ich, wenn mich jemand so etwas fragt, wie ich das beantworten kann. Genau. Und zwar, die Wissenschaftler wollen zur Wahrheit kommen. Was müssen sie machen? Experimente. Ohne Experimente kommst du nicht zur Wahrheit, weil da kannst du rumphilosophieren, aber du weißt nicht, ob es stimmt. Du musst also jetzt ein Experiment machen. Und ich weiß nicht, ob diese Aussage, die du gerade getätigt hast, stimmt. Ich weiß es nicht. Was merkst du doch am Experiment, wenn du es gemacht hast, ob es wahr ist. An welchen? Zum Beispiel, du sagst jetzt, die Bleikugel fällt eher runter oder fällt schneller und jetzt machen wir das Experiment und stellst du fest, nein, die fallen gleich schnell. Und jetzt hast du die Wahrheit. Okay, aber welche Wahrheit hast du? Aber Klaus, die Wahrheit über die Aussage, die Wahrheit über die Aussage, fällt schneller oder nicht schneller? Genau, aber nicht über die Aussage, aber nicht über die Aussage, dass man nur mit empirischen Daten zur Wahrheit, zu einer Wahrheit kommt. Das ist doch, wieso versteht ihr das nicht? Ihr versteht das Prinzip gar nicht. Oder wie? Wie soll ich das noch erklären? Weißt du, was du gerade sagst, Klaus? Du sagst, wenn ich die Empirie anwende, um zu einer Wahrheit zu gelangen, heißt das, dass die Empirie der einzige Weg ist. Klaus, das ist... Nein, das ist... Habt ihr einen anderen Weg, wo ihr zur Wahrheit kommt? Habt ihr eine Gegenposition? philosophie, philosophische, deduktive Argumente. Deduktive Argumente. Dann, welche Wahrheitsdefinition verwendet ihr aus den acht Stück im Wikipedia? Welche nehmt ihr? Klaus, ich habe angefangen zu studieren. Was wir von Wahrheit meinen. Und ich denke, die Zuschauer wissen auch, was wir... Die Zuschauer müssen erstmal wissen, welche Definition für Wahrheit ihr verwendet. Ich nehme die zweite bei Wikipedia. Die zweite nehme ich. Darf ich was sagen? Ich hatte in meinem Studium ein Modul für wissenschaftliches Arbeiten. Und eine der ersten Regeln, die mein Professor mir mitgegeben hat, also uns mitgegeben hat, den Studenten, war, dass Wikipedia keine wissenschaftliche Quelle ist. Das heißt, dass du irgendeine Definition, die zweite aus der Liste von Wikipedia nimmst. Ja. Es ist schön, dass du das für dich beanspruchst. Aber darum geht es uns gerade nicht. Ich sage dir, ich akzeptiere deine Definition von Wahrheit. Okay? Ich akzeptiere die. Ich nehme die zweite aus der Liste. Ich auch. Ich auch. Gut. Ich nehme die jetzt auch. Okay? Ich habe die angenommen. Das Wahrheitskriterium. Wie lautet das Wahrheitskriterium? Kannst du es mal lesen? Was steht rechts? Ich habe Wikipedia gerade nicht geöffnet. Ich vertraue jetzt an den Worten. Da steht, das Wahrheitskriterium ist die Praxis, das Experiment. Und damit komme ich zur Wahrheit mit dem Experiment. Die anderen, sieben, acht, Wikipedia ist ja nur ein Auszug aus philosophischen Schriften. Ihr könnt auch die Organalquellen, überall stehen die Quellen dran. Und da könnt ihr nachlesen, das stimmt, was in Wikipedia steht. Ich habe es überprüft. Das stimmt. Okay. So. Okay. Ich habe jetzt deine Definition akzeptiert. Beziehungsweise die zweite Definition von Wikipedia. Okay. Gut. Ich habe die jetzt angenommen. So. Und weil ich die angenommen habe, möchte ich jetzt, um, damit mir jemand, wenn jemand etwas behauptet und ich erfahren kann, ob es wahr ist, möchte ich immer ein praktisches Experiment dazu haben. Zeige mir bitte ein praktisches Experiment dazu, dass diese Aussage wahr ist. Wir können alle zum Beispiel, guck mal, du kannst, was du beweisen kannst? Guck mal, das hier. Das hier, Klaus. Guck mal, das hier. Okay. Zack. Genau. Ich scheiße es runter. Experiment. So, das mache ich hundertmal, tausendmal, zehntausendmal, hundertmal. Ganz genau. Das ist Empirie. Okay? Richtig? Stimmst du mir zu? Ja. Ja, so. Dann, das nächste Experiment. Beispielsweise, ein Pendel. Ein Pendel, genau. Beispielsweise. Ich frage dich, ist es nach der Wahrheit der Fallgeschwindigkeit? Du sagst mir, so und so, viel Meter pro Sekunde, weil ich habe es experimentiert mit verschiedenen Objekten, immer wieder, eine bestimmte Anzahl und es kann nicht falsifiziert werden, es hat sich noch nie anders verhalten, deswegen ist es wahr. Das ist die empirische Methode, richtig? Richtig. Immer Experimente machen. Genau. Bei dem Pendel machst du das entsprechend genauso. Richtig? Richtig. Okay. Was machst du jetzt? Was machst du jetzt für ein Experiment, um deine Aussage zu beweisen, dass man nur mit Empirie zu einer Wahrheit gelangt hat? Guck mal. Das sind die Experimente selber. Noch eine Anmerkung. Guck mal. Du musst dir drei nebeneinander vorstellen, okay? Wir haben hier Fallgeschwindigkeit, wir haben hier Pendel und hier haben wir die Aussage. Hierfür hast du ein Experiment geliefert, du hast es fallen lassen, hierfür hast du ein entsprechendes Experiment geliefert und was ist das Experiment hierfür, für die Aussage? Dafür möchte ich jetzt bitte das Experiment haben, nicht das Experiment von der Fallgeschwindigkeit. Ja, du hast ein falsches, du verstehst das Problem nicht. Das ist die Ursache. Du rätst an dem Thema vorbei. Du kriegst das, die empirische Arbeit ist da von Wissenschaftlern gemacht worden und nach jahrelanger Forschung haben die rausgekriegt, dass du nur mit Experimenten zur Wahrheit kommst. Es gibt keine andere Methode und ich habe gerade gesagt, diese andere Methode, wenn du Prämisse 1, Prämisse 2, das ist genau wie Aristoteles, da kannst du zu falschen Schlussfolgerungen kommen, die können falsch sein und du kannst nicht beweisen, ob es wahr ist. Das kriegst du nur mit Experimenten. Klaus, eine Frage. Das ist auch genauso, bei Empirie ist das genauso der Fall, Klaus, was du gerade gesagt hast. Klaus, Experiment ist Empirie. Ja, ja, aber das ist genauso der Fall. Also, da kommt man auch, das kann auch falsch sein, das kann genauso falsch sein. Nein, eben nicht. Das ist oder der Witz. Klaus, Klaus, eine Frage. Ich muss noch mal ein Beispiel, ja. Lass mich nur ein Beispiel bringen, Erfman. Okay, merke dir bitte, was du sagst. Bitte, ja. Ich mache jetzt, ich praktiziere jetzt Empirie, okay? Ich mache mich auf den Weg. Das habe ich auch im Intro, in der Einleitung, in der Präsentation das Beispiel gebracht. Ich mache mich jetzt auf den Weg und beobachte Schwäne. Okay? Und du sagst mir jetzt, ich möchte von dir mal die Zustimmung, ob das jetzt vom Vorgehen methodisch richtig ist. Ich gehe jetzt raus und beobachte Schwäne. In Deutschland. Und ich sehe, die Schwäne sind weiß. An einem Teich, da sind fünf Stück. Dann gehe ich ins Zoo, da sind 20 Stück. Sind alle weiß. So. Dann fliege ich nach England. Schau, da sind auch alle weiß. Dann fliege ich in ein anderes Kontinent, nach Asien zum Beispiel. Schau, da sind auch alle weiß. Ich beobachte, die ganze Zeit, ich beobachte. Dann fliege ich nach Afrika. Schau, da sind auch alle Schwäne weiß. Und ich bereise jedes Kontinent und eine gewisse Anzahl von Ländern. Ist das jetzt ein empirisch ausreichendes Verfahren? Nein. Nein, auf keinen Fall. Weil du keine Experimente gemacht hast. Wo ist denn hier das Experiment? Okay. Du hast kein Experiment gemacht. Vergiss die Aussage, die kannst du vergessen. Nein. Ohne Experiment kriegst du nicht die Wahrheit raus. Das ist der Fakt. Das ist das Experiment. Ihr werdet kein Beispiel auf der Welt finden. das ist das klassische Beispiel für Induktion in allen Wissenschaftsbüchern, Klaus. Die Beobachtung, die Beobachtung. Aber nicht zur Wahrheit. Wie kannst du ein Wissenschaftslehrer sein, Klaus? Mensch, normal. Die Beobachtung, einen Moment, die Beobachtung ist das Experiment, Klaus. Ja, aber du musst jetzt ein Experiment machen. Das ist das Experiment. Moment, du sagst ja, es gibt nur weiße Schwäne und dazu musst du ein Experiment machen. Genau, ich mache das Experiment. Musst du dich kreuzen, die Leute. Du musst hier Schwäne kreuzen und du musst rauskriegen, mit gentechnischen Methoden, ob ein schwarzer Schwan entstehen kann. Warum wünschst du jetzt eine technische Technik damit zu kommen? Wie willst du sonst die Aussage belegen wissenschaftlich? Du kannst noch nicht, ohne Experimente kriegst du es nicht raus. Die Wissenschaft arbeitet, guck mal, das Experiment ist die Beobachtung, Klaus. Nein, das geht weiter. Du beobachtest, weißt aber nicht, ob es wahr ist. Ob alle Schwäne, die geboren werden, weiß sind, das weißt du nicht. also guck mal, wenn du gegen, wie Erfan gerade gesagt hat, wenn du gegen alle Lehrbücher gehst. Moment, das ist ein schwerer Bewurf. Ich gehe überhaupt gegen kein Lehrbuch. Moment, das musst du zurückziehen, die Aussage. Das sind die Bände nicht einverstanden. Darf ich erst mal ausführen? Dann musst du die Belege vorlegen. Wenn du hier solche Dinge raushaust, leg die Belege vor, dass ich gegen Lehrbücher bin. Wenn ich ausführe, dringend. Darf ich ausführen? Ja. Okay, danke. Aber wie gesagt, bitte in die solche Behauptung aufstellen, da wäre ich kritisch, weil du kannst nie was behaupten. Darf ich ausführen? Du musst nämlich genauso deine Behauptung belegen. Darf ich ausführen? Gut. Danke sehr. Die Induktion wird in jeden Lehrbüchern definiert und in den meisten Fällen wird sogar genau dieses Beispiel mit den Schwänen genutzt, um die Induktion zu verdeutlichen. Klaus, lest mal über das Induktionsproblem. Du meinst die Deduktion. Du hast es jetzt verwechselt mit der Deduktion. Nein. Die Schwäne werden mit der Deduktion gemacht, oder nicht? Nein. Nicht mit der Induktion. Bei allem Respekt. Ich habe wirklich Respekt vor dir. Erstmal habe ich Respekt vor jedem Menschen. Vor dir habe ich auch Respekt. Ich habe auch vor dir Respekt. Bei allem Respekt. Bei allem Respekt. Aber Klaus, es ist wirklich unglaubwürdig, wenn du dich in den Stream hinstellst, sagst, ich bin ein Diplomphysiker und ein Wissenschaftler und dass du dann nicht mal Induktion von Deduktion unterscheiden kannst. Moment, ich kann das genauso nicht unterscheiden. Ich bin Wissenschaftler. Ich habe sowohl die induktive Methode experimentell gemacht. Ich bin Experimentalphysiker. Ich habe die induktive Methode verwendet und die deduktive. Beide Methoden habe ich experimentell wirklich gemacht. Da sagst du zu mir, ich würde es verwechseln. Das kannst du nicht sagen, du. Ich habe gerade die Induktion dargelegt anhand eines Beispiels und du hast gesagt, das ist unwissenschaftlich. Nein, jetzt drehst du noch rum. Ich habe doch nie gesagt, dass die Induktion unwissenschaftlich ist. Sorry, da habe ich wirklich das falsche Wort für. Tut mir leid, das ist nicht zurück. Kein Problem. Diese Formulierung, das alles genau. Ich dachte noch auf eure Worte. Klaus, du hast gesagt, das Schwanbeispiel gehört zur Deduktion. Ich möchte einfach, guck mal, ich habe da... Je nachdem, ob du das Experiment machst oder nicht. Du musst immer bei beiden Experimente machen. Es gibt etwas, das heißt, das Induktionsproblem. Und das klassische Beispiel, was benutzt wird, ist das schwarze Schwanproblem. Also um dieses Induktionsproblem zu zeigen und warum zu zeigen, warum Induktion nie zu absoluten Wahrheiten kommen kann. Ich habe es euch gerade gesagt, ihr müsst mit den Schwänen experimentieren, kreuzen und rauskriegen, ob es ein schwarzer Schwan entstehen kann. Dann ist der Beweis erbracht. Vorher... kein Problem. Klaus, kein Problem. Kein Problem. Das habe ich jetzt gemacht. Ich habe die Schwäne erstmal beobachtet. Dann habe ich, ich habe nirgends so einen schwarzen Schwan gesehen. Okay. Dann habe ich mehrere Schwäne eingesammelt, habe die gekreuzt und es kamen nur weiße Schwäne raus. Okay, bist du jetzt damit einverstanden? Nein, wir müssen noch weitere Methoden machen. Mutation, Rekombination, Gentrifft, müsst ihr auch anwenden. Guck mal, das sind, guck mal, ich sage dir jetzt etwas, das sind Mechanismen. Ich kann als Mensch diese Mechanismen nicht nachbilden. Natürlich, du kannst Mutationen erzeugen durch radioaktive Strahlung. Leute, ihr wisst zu wenig, ihr habt zu wenig Ahnung, ihr redet von Sachen, die ihr nicht versteht. du schläfst, du musst dafür, lass mich mal eine Frage stellen. Du musst doch wissen, wie Mutationen erzeugt werden, wie Detox, also Mensch, eine Frage, Klaus, lass mal eine Frage, bitte. Wenn ich dir sage, ich habe ein Auto und dieses Auto hat eine besondere Funktion, denn dieses Auto kann fahren und stillstehen zur selben Zeit. kann das wahr sein? Ja, mach mal ein Experiment, dann weißt du. nein, nein, jetzt, ohne, dass du ein Experiment machst. Ich habe gesagt, Wahrheit kriegst du nur mit Experimenten raus. Das heißt, warte, warte, Klaus, warte, Klaus. Mache bitte ein Experiment. Das heißt, du bist dir nicht sicher, ob ich dieses Auto habe oder nicht, bis du dein Experiment machst. Ganz genau, nur mit Experimenten kriegst du die Wahrheit raus. das ist der Preis, den Atheisten zahlen müssen. Das ist der Preis, den Atheisten zahlen müssen. Und ich habe nicht genug Glaube, um ein Atheist zu sein. Mehr kann ich nicht sagen. Du hast nicht genug Glaube. Wirklich. Du hast nicht genug Wissen. Euch beiden fehlt es an Wissen. Nur an Wissen fehlt es euch. Ich bin nicht, der gesagt hat, ich kann nicht wissen, ob ein Auto stehen, still und fahren kann zur selben Zeit. Ja, wenn es auf dem Zug zum Beispiel steht. Das Auto steht auf dem Zug und der Zug fährt. Verstehst du das? Nein, darüber rede ich nicht. Ich rede, das Auto steht und fährt zur selben Zeit. Nein, ich habe nicht von einem Zug gesprochen. Das kann auf dem Zug. Also der Schiff ist nicht von einem Tepa. Da fährt das nämlich gleichzeitig und steht gleichzeitig im Zug. Ich rede von einem Auto. Okay, Klaus, dann kein Zug, nur ein Auto. Aber das Auto fährt und steht still auf der Straße zur selben Zeit. Dann ist ein logischer Widerspruch. Logik. Aber hast du eine empirische Date dafür, dass das... Du hast kein Experiment gemacht. Du hast kein Experiment gemacht, Klaus. Woher weißt du das? Das ist nicht reingekommen. Wenn du losfährst, dann steht es nicht mehr. Nein, du hast das Auto nicht gesehen. Du hast das Auto nicht gesehen. Ich sage es dir mal. Wir können doch ein Experiment machen. Haben wir nicht. Wir lassen das Auto los, und dann steht es nicht mehr. Bevor wir das Experiment machen, bist du dir sicher, dass das nicht existieren kann? Nochmal, ich habe gesagt, wir können... Ja, das geht nur durch Logik. Ohne Experiment kann ich jetzt durch Logik rauskriegen, ob es steht oder nicht. Aber ohne Empirie können wir nicht zur Wahrheit kommen, Klaus. Ja, das ist eine Theorie. Ich habe ja gerade gesagt, du musst jetzt noch prüfen, dass das Auto, dass die Erde zum Beispiel bewegt sich ja auch. Das Auto steht auf der Erde. Und die Erde dreht sich rum. Also bewegt sich das Auto. Verstehst du das? Nein, Klaus. Guck mal, das ist wirklich dieser Preisschild, den Artisten bezahlen müssen. Um sich jetzt recht zu fertigen, redet er von der ganzen Erdbewegung. Nein, logisch, weil du es nicht ausgeschlossen hast. Klaus, jeder hat bestanden. Jeder hat bestanden. Exakt machen. Und die bloß irgendwas rauskriegen oder was. Die Räder des Autos bewegen sich, es fährt, aber die bewegen sich auch nicht und es steht still zur selben Zeit. Ja? Okay, ich habe eine Frage, Klaus. Kann das sein oder nicht? Ich habe eine bessere Frage. Klaus, darf ich dir auch eine stellen? Natürlich. Kann eine Mutter sich selbst gebären? Nein. Experiment. Beweise mir das anhand eines Experiments. Ja, dann mach das Experiment. Wie würde dieses Experiment aussehen? Du brauchst ein Experiment machen, da wirst du merken, es geht nicht. Wie wir dieses Experiment gestalten, um zu bekannten? Das musst du dir sagen. Du stellst mir die Frage. Und jetzt musst du... du hast die Antwort schon geliefert. Das ist keine Behauptung, das ist eine Frage. Du hast die Antwort schon geliefert. Ich habe dich gefragt, geht das? Du hast Nein gesagt, ohne ein Experiment zu... Ohne ein Experiment durchgeführt. Doch, das Experiment geht nämlich nicht, weil du kannst es nicht machen. Warum hast du dann Nein gesagt? Warum hast du dann Nein gesagt? Weil du kein Experiment machen kannst. Also, also kann man doch zu Wahrheiten gelangen, ohne dass man ein Experiment durchgeführt hat. Ich habe ja gesagt, durch Logik kannst du... Okay, danke. Nein, hast du nicht zugestimmt. Nein, hast du nicht gesagt. Klaus, du widersprichst dich. Du hast gerade ganz etwas anderes gesagt. Ich habe dich gar nicht widersprochen. Das sind logische Widersprüche. Das sind logische Widersprüche. Jeder kann den Stream nochmal schauen. Ja, natürlich, genau. Du spielst, und das meine ich, ich kann nicht mit Leuten diskutieren, die unehrlich sind, die von einer Meinung zur anderen springen. Oh, jetzt sagst du unehrlich. Wieso unehrlich? Nein, in dem Sinne, weil du dich selber widersprichst innerhalb von einer halben Stunde, nicht mal 15 Minuten vielleicht. Also, wie kann ich eine Diskussion haben, wo du sagst, der einzige Weg zur Wahrheit ist Empirie und jetzt sagst du, nee, ich kann auch durch pure Logik zur Wahrheit kommen. Warum hat er denn dieses Ganze? Er hat nicht nur gesagt, er hat nicht nur gesagt durch Empirie, er hat gesagt durch Experimente. Er hat die Empirie nicht mal akzeptiert. Bei der Induktion hat er nicht mal die empirische Methode akzeptiert, sondern er wollte explizit ein Experiment haben. Und jetzt hast du etwas akzeptiert als Wahrheit, Klaus, ohne ein Experiment durchgeführt zu haben. Ohne Experiment. Komm da jetzt mal raus. Komm da jetzt mal raus. Nochmal, du kannst ja doch jetzt ein Experiment machen und da kriegst du es raus, ob deine Aussage wahr oder falsch ist. Versteht ihr das nicht? Ich sage ja, weil ich ja das Experiment im Kopf habe. Ich lasse das Auto anfahren, da steht es nicht mehr. Wenn es steht, kannst du nicht fahren. Genau das Gleiche habe ich euch von auch gesagt. Man versteht das Problem einfach nicht. Das ist die ganze Ursache. Und ich sage euch auch eins. Ihr habt Informationsmangel in den Wissenschaften und dadurch kommt ihr zu falschen Schlussfolgerungen und denkt, dass euer Gott existiert. Klaus, du wusstest nicht mal, was der Unterschied ist. Nein, jetzt bin ich nicht. Das geht nicht beim Stream, Klaus. Solche Behauptungen darfst du nicht machen. Ich behaupte euch, dass euer Gott nicht gibt. Das wäre eigentlich mein Haupt. Ich mache Spaß, Klaus. Du darfst das alles machen, weil wir sind nicht hier, um beleidigt zu werden. Du kannst alle Behauptungen über uns aufstellen. Ihr habt mich ja beleidigt, jo. Wir haben dich nicht beleidigt. Wir haben es respektvoll formuliert. Wir haben nicht Wörter wie... Ich will jetzt keine Wörter aufzählen. Es wurde hier keiner beleidigt. Hört so auf mit dem. Genau, okay. Und das meine ich, Klaus. Du darfst jede Behauptung über uns machen, solange du sie respektvoll formulierst. Klaus, das Problem ist, du wirst die ganze Zeit... Du wirst die ganze Zeit... Weißt du was? Das Red Herring ist. Der rote Herring. Ich will euch beweisen, dass der Gott aus dem Koran, dass es den nicht gibt. Das will ich euch beweisen. Das ist das heutige Thema. Und genau das ist Red Herring. Genau das ist der rote Herring. Ein Ablenkungsmanager. Wir haben dich gerade in die Ecke... Es geht doch um Wahrheit. Heute ist doch das Thema Wahrheit. Und jetzt sagst du auf einmal, dass Gott nicht existiert, was nichts mit dem Koran gegangen ist. Heute ist das Thema Wissenschaft und Wahrheit. Oder nicht? Oder rede ich am Thema vorbei? Wissenschaft und Wahrheit. Und das kann man... Die Wahrheit kann man nur mit Experimenten rauskriegen. Das ist eigentlich schon durch. Gibt es noch Gäste in der Lobby? Ah, jetzt willst du das abbrechen oder was? Jeder. Jetzt wird es interessant. Jetzt wird es so ein abbrechendes Ding. Habt ihr denn eine bessere Methode? Genau. Jeder hat es gesehen. Jeder hat es gesehen, dass ihr keine Methode habt. Klaus, du redest von Methoden. Klaus, ich bin ganz offen dafür, dass die Leute es sehen und sich ein Urteil machen. Einen Moment, Herr Franz. Klaus, du redest von Methoden. Du konntest gerade eben nicht mal die Induktion von der Deduktion unterscheiden. Bei allem Respekt. Nein, ich habe das gerade... Ich weiß genau, was Deduktion ist und Induktion. Du nicht solche Dinge behaupten. Das ist... Das gefällt mir überhaupt nicht, wenn du einfach so etwas behauptest. Wir können die nicht richtig unterscheiden. Das ist meine Meinung. Das hast du uns gut gesagt. Also jeder kann zurückspulen und das sehen. Ja, ich sage, ich weiß genau, wie die deduktive und induktive Methode, weil ich die selber praktisch gemacht habe. Ich habe sie im Experiment gemacht und ihr kennt Karl Popper nicht. Hast du ein deduktives Experiment gemacht, Klaus? Natürlich. Siehst du, ihr kennt ihn gar nicht. Wie lief das denn? Erzähl mal. Ihr kennt Karl Popper nicht mehr. Das ist ja das Schlimme. Doch, er ist der, der gekommen ist und hat gesagt, Herr Wissenschaft ist falsifizierbar und dann wurde das widerlegt. Genau. Und wie geht denn jetzt ein deduktives Experiment? Da geht man von der Allgemeinheit aus. Wir tun einfach eine allgemeine Formulierung behaupten. Wir behaupten einfach was. Ganz allgemein. Und jetzt werden Prämissen aufgestellt und jetzt mache ich Versuche dazu. Und wenn meine allgemeine Aussage nicht widerlegbar ist, nicht falsifizierbar, dann ist die wahr. Das sagt Karl Popper. Kritischer Rationalismus. Ich bin ehrlich, ich muss nicht auf dieses Niveau sinken, dass ich das widerlege. Das kann sich jeder in fünf Minuten aneignen. Genau. Lies Karl Popper kritischer Rationalismus. Und da können wir auch einen extra Streamer machen. Ich schlage euch vor, einen extra Stream zu Karl Popper. Wenn es möglich wäre, würde er sich im Grab jetzt drehen wegen deinen Aussagen. Moment, das ist ja falsch, was du sagst. Wie kannst du denn sowas behaupten? Ich behaupte jetzt, du hast keine Ahnung von Karl Popper. Behaupte ich jetzt. Und wir machen einen neuen Stream, da beweise ich dir, dass du falsch liegst. Ich beweise dir das. Du sagst immer... Ich kenne nämlich Karl Popper. Ja, ich habe den studiert. Und ihr kennt den nämlich gar nicht. Das ist euer Wissensmangel. Ihr habt Wissensmangel, dadurch kommt ihr zu falschen Schlussfolgerungen. Aber nochmal zum Ausgangspunkt. Es geht doch darum, dass man nur mit Experimenten zur Wahrheit kommt. So. Was sagt ihr dazu? Da hast du gerade was, da hast du selber gerade was anderes gesagt. Du hast gesagt, dass man auch durch Logik zu einer Wahrheit gelangt. Nein, ich habe gerade das gesagt, dass die Logik muss dann mit Experimenten belegt werden. Man muss das Auto in Bewegung setzen. Nur wenn das Auto dasteht, kannst du immer noch Experimente machen dazu. Und dann weißt du es richtig. Wenn du Sachen, die du gesagt hast, über Sachen, die du gesagt hast, dann im Nachhinein behauptest, dass du sie nicht gesagt hast, dann macht es auch keinen Sinn weiter, darüber zu diskutieren. Doch. Wenn er von das machen möchte, wenn er von das machen möchte, kann er das machen. Ich habe da keine Lust drauf. Deswegen, Amir, wenn wir noch einen Gast haben, dann können wir den gerne rein. Ich denke, wir sind noch gerade am Limit eines fruchtvollen Diskurses. Ja, es gibt unterschiedliche Positionen. Ja, es gibt unterschiedliche Meinungen. Aber es ist noch immer respektvoll. Ich habe weitere Gäste im Stream. Und die kommen natürlich auch noch rein. Ich wollte euch noch mal vorschlagen, wir wollen natürlich diese Sendung auch so informativ wie möglich gestalten. Klaus, Mustafa, Erfan, Daniel. Deswegen möchten wir jetzt noch eine dritte atheistische Perspektive oder zusätzliche Perspektive reinbringen. Gerta Live-Chat. Und lieber Klaus, tu mir einfach einen Gefallen. Diese Sendung dient wirklich dazu, Argumente auszutauschen. Wenn du dich ein bisschen persönlich angegriffen fühlst, kann ich dir garantieren, niemand greift dich an. Auch nicht egal wer. Ich garantiere dir das. Aber man muss schon, also wenn du dich zu Iman-Stream reintraust, dann musst du dich auch ein bisschen sozusagen rüsten für die Argumente. Das habe ich ja gemacht. Ja, sehr gut. Also nicht danach sagen, du hast nicht die Möglichkeit gehabt zu reden. Du kannst natürlich reden. Gerta Live-Chat, wir sind jetzt gerade in der letzten Stunde. Es ist jetzt gerade Höhepunkt. Chat. Es kommt jetzt der nächste Gast. Es ist ein Pantheist. Es ist ein Pantheist, der gleich reinkommt. Letzte Möglichkeit, jetzt noch mal den Stream zu teilen und zu liken und Klaus kriegt 60 Sekunden, Daniel und dann geht es in die letzte Runde des heutigen Abends, Gerta Live-Stream. Alle Chat-Teilnehmer sind jetzt aufgefordert, noch mal den Stream zu liken und wirklich, wir haben tolle Likes. 1400 Likes schaffen wir in Schauber noch und natürlich, wir brauchen noch einen Dauer-Supporter. Jetzt kam der Ömer rein, 15 Euro, Fatih, 15 Euro Dauer-Supporter. Es heißt also, es fehlen nur noch sechs Dauer-Supporter. Hier, werdet immer einen Dauer-Supporter, wie man das machen kann und warum das so wichtig ist, zeigen wir euch jetzt und dann kommt der nächste Gast, ein Pantheist. Hast du dich schon mal gefragt, wie du vor Allah stehen kannst, mit wenigen Taten, aber einem Berg voller Belohnung? Ganz einfach. Unterstütze unsere Arbeit von zu Hause aus mit einer regelmäßigen Spende und lass uns für dein Ziel hinarbeiten. Mit deiner Spende und unserer Arbeit können wir Bildungsprogramme, Infostände, Verteilmaterialien, Betreuung neuer Muslime, Podcasts sowie Livestreams realisieren und die Botschaft des Islam mit unseren Mitmenschen teilen. Nun, wie erreichen wir dieses Ziel? Gehe hierfür auf unsere Webseite iman.ngo slash supporter und werde heute noch eine Stütze für diese wertvolle Arbeit. Möchtest du eine beliebig hohe Einzelspende tätigen? Dann findest du unter iman.ngo slash Einzelspende oder auch iman.ngo slash PayPal die Möglichkeit, Teil dieser prophetischen Mission zu werden. Du hast auch die Option, uns mit Amazon Sachspenden zu helfen. Unter iman.ngo slash Amazon kannst du für unsere Arbeit Technik, Equipment und andere Utensilien bestellen, die direkt an uns geliefert werden. Lass dir die Chance nicht entgehen und lass uns diesen Berg voller Belohnung zur Realität machen. Lieber Live-Chat, jetzt die Möglichkeit, im Endeffekt zu werden. Alle Informationen in der Videobeschreibung. Wie gesagt, es fehlen noch sechs. Gerte-Chat, blaue Herzen für unseren nächsten Gast. Ich lass nicht lang quatschen. Herzlich willkommen, Torge. Hallo, na, wie geht's euch all? Torge, wie geht's? Grüß dich. Na, Mensch, die Speaker kommen mir aber irgendwie bekannt vor. Echt? Na, wie geht's euch all? Torge ist wirklich jemand, ich genieße es, mit ihm zu sprechen, aber es kommt nicht so oft zum Gespräch, auch weil man beschäftigt ist. Jetzt haben wir die Möglichkeit. Also ich wollte. Also die atheistischen und atheistischen Perspektiven heute Abend bei Mainstream Live. Torge, Pantheist, Daniel, Atheist, Klaus, Atheist und natürlich hat Torge auch die Möglichkeit, sein Statement zu sagen, außer er wollte vielleicht noch was Nettes davor sagen. ich wollte da sagen, Erfan, ich rede auch gerne mit dir. Oh, Marsch. Schön, 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 schön. Vielleicht noch ein Flachwitz vorweg, damit das Eis bricht. Soll ich noch einen Flachwitz bringen für den Anfang? Gerne, die Bühne gehört dir, das sind deine einleitenden Worte. Wie nennt man einen unentschlossenen japanischen Krieger? ein nun ja. Okay, Mustafa, sollen wir unseren Witz bringen? Das war für den Torge. Okay, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe auch einen berühmt-berüchtigten Flachwitz. Wollt ihr den auch mal hören? War der echt so schlecht jetzt? Ich fand den gut. Ich habe gelacht, ich war nur, ich war nur stumm geschaltet, ich fand den gut. Achso, achso. Aber jetzt kommt meiner. Ja, hau du auch einen Raum. Wissenschaftler haben herausgefunden und haben dann auch wieder reingefunden. Oh, Stefan Rath persönlich. Dafür gibt es einen Preis, Mustafa. Ja, ein Dönerfeller. Dein Statement. Dönerfeller, dass das ein schönes Geschenk wird. Aber selbst wenn es auch, was weiß ich, ein Brötchen ist, würde ich mich auch darüber freuen, weil die Geschenke sind geschenkt. Vielleicht wissen die meisten Zuschauer nicht, Torge und ich kennen uns und der Torge hat mich mal gefragt, ob er von, das ist kein Scherz, ob er von allen, das ist kein Scherz, was ich jetzt sage, ob er von den Immense speakers ein Autogramm bekommt. Von dir? Von mir auch, ja, aber von den speakers auch. Weil das hat den Grund, weil ich bin jemand, der extrem gerne Autogramme sammelt. Ich bin, ich habe früher Filme gesammelt und sowas und ich sammle eben halt sehr gerne auch Autogramme von Leuten, die auch, sagen wir mal, in der Öffentlichkeit sind und auch tatsächlich mal auch von Leuten, wo ich inhaltlich vielleicht nicht so übereinstimme. Ich würde auch ein Autogramm von Richard Dawkins gut finden, obwohl ich auch mit ihm inhaltlich nicht übereinstimme. Ich würde direkt Selfie mit ihm machen, wenn ich das sehe. Das ist sehr nett, das ist sehr nett und interessant, aber wir haben leider nur noch 40 Minuten, ich will dich wirklich nicht unterbrechen, sehr sympathisch und nett, aber kannst du vielleicht zum Gaststatement damit es noch weitergehen kann, weil ich habe... Ja, ich brauche nur 5 Minuten, um euch zu widerlegen, also ist kein Problem. Alles klar, bitteschön. Das war ein Witz, das war jetzt ein guter Witz, oder? Ja, das war wirklich gut. Der war gut. Aber da ist der Mustafa eigentlich witzend gekommen. Ich will hier auch niemanden in dem Sinne fertig machen oder widerlegen, ich will hier einfach nette Gespräche führen. Ja. Genau so wollen wir das auch. Das ist toll, Torge. Deswegen freue ich mich, dass du da bist, Torge. Hau raus. Bist mir leh. Ich brauche dieses Gutsstatement jetzt unter mir, sonst gilt das nicht. So. Alles klar, Hau raus, Torge. Gib voll Gas. Ja, also die Sache ist ja, ich bin ja mit sehr vielen Atheisten im Kontakt, ich leite sogar eine atheistische Sendung und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich nicht so ganz weiß, ob ihr den Atheisten wirklich heute damit etwas Gerechtes tut, weil ich habe nicht den Eindruck, dass die Atheisten, mit denen ich zu tun habe und ich habe wirklich mit sehr vielen Atheisten zu tun, dass die aus der Wissenschaft einen Gott machen, dass sie das wirklich anbeten. Zum Beispiel habt ihr Richard Dawkins genannt. Richard Dawkins ist eigentlich so die krasseste Gegenposition, die man so kennt. Richard Dawkins ist für mich auch eher eine Art Anti-Theist. Und mein Statement ist in dem Sinne eher, dass ich glaube, dass ihr vielmehr auch mit Atheisten, also ihr redet natürlich auch mit Atheisten, aber dass da irgendwo schon ein Missverständnis entstanden ist, weil ich habe wirklich aus meiner Erfahrung nicht den Eindruck, dass Atheisten Leute sind, die die Wissenschaft zu ihrem Gott machen. Ich glaube eher, dass Atheisten Menschen sind, die wie ich auch und viele andere einfach suchen sind und die einfach zugeben, so wie ich auch. Ich weiß es nicht. Und ich denke, das ist eine ganz ehrliche Aussage, die ich auch so unterschreiben kann. Also das ist so mein Anfangsstatement, dass ich jetzt einfach mal in den Raum werfe. Habt ihr Fragen an mich? Danke sehr erstmal für dein Statement. Und ich wollte zuerst mal anmerken, dass wir im gesamten Stream, weder in der Präsentation noch im Stream, die Begrifflichkeit Gott verwendet haben, sondern wir haben nur von Götze gesprochen. Und das haben wir auch bewusst gewählt, da wir die Definitionen für Anbetung und Götze geliefert haben. Und ich finde, dass gewisse Leute, die sich dem neuen Atheismus zuschreiben, ich gucke jetzt keinen Begründen an, diese Definition von Anbetung und Götze definitiv erfüllen. das ist das, was wir behaupten. Deswegen haben wir die Definition vorweg geliefert, damit eben nicht im Nachhinein gesagt werden kann, dass jemand die Wissenschaft wie ein Gott anbietet. Diese Distinktion in den Begrifflichkeiten haben wir bewusst gewählt. Warum habt ihr dann nicht einfach ganz ja, erfahren, hau raus. Ja, ich würde noch dazu sagen, wir haben nicht nur Dawkins genannt, wir haben drei Atheisten und drei Heavyweight-Atheisten in der Präsentation genannt und ich habe danach mehr hinzugefügt, die diese Position haben. Und es ist wirklich die Mainstream-Meinung der neuen Atheisten. Für die Zuschauer, die das nicht wissen, es gibt einen Unterschied zwischen den neuen Atheisten und es gibt einen Unterschied zwischen Leuten, die sich nicht zu dieser Gruppierung bezeichnen. Die neuen Atheisten zum Beispiel, das sind die, die auch die vier Vorreiter haben, Richard Dawkins, Christopher Hitchens, der verstorben ist, Daniel Dennett und Sam Harris und andere, die das auch bevorbinden. Lawrence Cross ist auch ein neuer Atheist und das sind die, die Gesichter in der Öffentlichkeit des neuen Atheismus und die vertreten alle diese Meinung und ich habe auch alle Quellenangaben. Warte, lass mich zu Ende sprechen. Ja. Ich habe auch die Quellenangaben und Zitate, dass sie diese, diese, dass sie die Wissenschaft über ihrer Kompetenz verherrlichen und wie, wie zu einer Götze machen, etwas, was sie nicht ist. Die andere Sache ist, dass ich auch klar und deutlich, speziell wo Hadi hier war, gezeigt habe, dass es auch andere Atheisten gibt, wie Michael Ruse zum Beispiel. Michael Ruse hat The God Delusion von Richard Dawkins gelesen und hat gesagt, ich schäme mich, ein Atheist zu sein, wegen das, was Richard Dawkins schreibt. Er hat gesagt, das schreibt jemand, solche Sachen, sagt jemand eigentlich, der im ersten Jahr seines Studiums ist, der gar keine Ahnung hat, aber von einem Evolutionsbiologen, sein bestes Buch, dass es so rüberkommt. Also ich habe auch gesagt, dass es diese andere Seite gibt und andere Seite von Atheisten, die diese Sache nicht machen. Und wir reden heute im Stream über Folger des neuen Atheismus, die die Wissenschaft in dieser Art und Weise halt zu übertrieben verherrlichen, eine fanatische Verherrlichung. Eine Frage, Amir, warte mal, Amir, ist irgendwie ein lautes Hintergrundrausch bei mir, weil du hast mich gerade gemutet. Ja, ich habe dich nur gemutet, weil manchmal du am Mikrofon ankommst. Ach so. Ja, das liegt wahrscheinlich, weil mein Mikro auf dem Tisch liegt. Ich muss meine Arten auf. Es tut wirklich, es ist unangenehm, aber okay. Okay, gut, jetzt weiß ich. Einfach Finger weg vom Mikrofon. Alles klar. So, Mustafa wollte was sagen. Dann hau raus. Ich wollte sagen, bei Irfan wollte ich nur anschließen kurz und sagen, mit Verherrlichen, es gibt kein Problem darin, die Wissenschaft zu verherrlichen, weil die Wissenschaft ist etwas Tolles und etwas Gutes. Es wird der Wissenschaft etwas angehangen und nachgesagt, was die Wissenschaft von sich selbst nicht mal behauptet. Das ist das, was sie in der Zeit und nicht behaupten kann. Ja, also, ich finde das in dem Punkt etwas schwierig, was Irfan sagt, weil, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel, sag ich mal, 200 auch bekannte Atheisten nehmen würde, die etwas anderes sagen, würde ich dich dann widerlegen damit, Irfan? Also, die Frage ist, weil ich kann es nicht genau einschätzen, weil ich bin da nicht so drin gebildet, ist das wirklich Konsens da in der Atheisten-Szene, dass sie die Wissenschaft wirklich zu ihren Götzen, weil du hast jetzt ein paar Namen genannt, aber die Frage ist doch, sind die wirklich stellvertretend für die Atheisten-Szene oder sind das einfach nur Nebenerscheinungen? Deswegen, ich glaube dir das, ich will dir das nicht wegnehmen, die Frage, die ich mir stelle, ist nur, ist das wirklich eine objektive Betrachtung dieser Sachlage? Also, wenn du 200 Atheisten bringst, dann, es hat nicht damit zu tun, wer mehr Atheisten nennen kann, die eine bestimmte Position vertreten, weil ich keine verallgemeinernde Aussage über Atheisten mache. Ich bin mir sehr bewusst, dass es Atheisten gibt, die mit dem nichts zu tun haben, aber über die sprechen wir in diesem Stream halt nicht. Verstehst du, wir reden über die Gruppe der Atheisten, die das macht und wir sagen nicht, alle Atheisten machen das und genau, wenn es Atheisten hier gibt, die gehören, die stimmen damit nicht überein, super, dann sind wir uns einig in diesen Punkten. wir reden in diesem Stream einfach speziell über diese Atheisten, weil sie das, also sie sind das Mainstream-Gesicht des Atheismus heute in der Öffentlichkeit, wenn man jetzt über die Vertreter der Atheisten in der Öffentlichkeit denkt, dann kommt direkt, also, du, ich weiß nicht, welche Namen bei dir im Kopf kommen, aber bei der, bei der allgemeinen, bei den allgemeinen Menschen, die sich mit Atheisten auskennen, kommt direkt, Richard Dawkins ist einer der Ersten, Physiker Lawrence Cross, Bertrand Russell ist der Vorvater der, der Schechel-Islam von dem, Schechel-Atheismus von den Atheisten und das meine ich, das sind keine unbedeutsamen Personen, das sind die Personen, die sind in der Öffentlichkeit und die haben dementsprechend, weil sie die meiste Publicity haben, haben sie auch die meisten Anhänger. Ich meine, was bedeutet es, dass ich die meisten Publicity habe als Atheist? Das heißt, dass die meisten, also, dass ich die meisten Anhänger habe als andere Atheisten, vergleich mal einen Richard Dawkins mit einem Michael Ruse, da wirst du nicht so viele Follower bei ihm sehen, verstehst du? Und wir reden über diese Kategorie von Atheisten. Andere Kategorien, die das nicht sagen, herzlichen Glückwunsch, dann stimmen wir uns in diesen Punkten über ein. Wer ist denn nach eurer Meinung in diesem Stream ein solcher Atheist wie Richard Dawkins? Derjenige, der das so sich... Ja, ich behaupte das für mich. Ich bin neuer Atheist. Also er hat sich ja auch als neuer Atheist eingeführt in dem Stream. Er hat ja gesagt, dass er ein neuer Atheist ist. Und er hat auch das mit der Wahrheit und Empirie gesagt. Aber bei Daniel, ich denke, Bruder, also ganz ehrlich, Daniel, also Bruder, du bist mein Bruder in der Menschheit. Ich denke, bei dir ist eine bestimmte Verwirrung, dass du auch Fakten durcheinander bringst und du solltest dich... Genau, weil ich kann dich nicht zu dieser Kategorie zuschreiben. Ich denke einfach, du bist dir nicht ganz bewusst über... Also du hast diese Sachen nicht richtig für dich aufgestellt intellektuell, das, worüber du sprichst. Zum Beispiel mit Deduktion. Da hast du gesagt, Deduktion gehört zu Naturwissenschaften und das gehört nicht zur Philosophie. Und solche Aussagen meine ich... Also ich sehe, du hast dich mit der Thematik nicht richtig auseinandergesetzt und darum würde ich dich nicht zu dieser Kategorie zählen. Ich würde dir empfehlen, dass du das erst tust und dann kannst du dich halt entscheiden, ob du zu dieser Kategorie gehören willst oder zu einer anderen Kategorie von anderer Auslegung des Altruismus oder so. Also... Ich lasse das mal so stehen. Achso, ich wollte gerade, weil das an Daniel ging, sagen, dass Daniel auch dann direkt darauf antworten kann. Ja, ich habe ja vorhin schon den Zusammenhang erklärt zwischen Induktion und Deduktion. Hast du leider nicht. Ich habe das ja im Prinzip genauso erklärt wie Klaus auch vorhin, aber es ist gut. Ich habe, guck mal du, Daniel, wenn ich was sagen darf, du hast es gesagt, ja, aber ich habe dich gefragt, was ist dein Beweis dafür? Also, wie kommst du darauf? Ich kann jetzt auch einfach Sachen behaupten. Aber wie kommst du darauf? Ich habe dir noch ein Beispiel genannt. Aber das ist keine, aber das ist... Weil es funktioniert. Nein, es wird nicht so angewandt. Und das, muss ich mal, das erinnert mich an eine Aussage. Klaus hat dir gerade was anderes erklärt. Ich verstehe. Muss ich mal, muss ich mal, ich steifle das einfach ab. Das erinnert mich an eine Aussage von meinem Lieblingsartisten. Ich sage nicht, dass du diese Position vertrittst, aber das, aber ich muss das jetzt bringen. Tut mir leid, ich bringe nur ein Zitat. Also nicht sagen, dass ich habe so dieses und das und jenes Wort benutzt. Aber Richard Dawkins wurde mal genau diese Frage gefragt, die wir uns gerade im Stream stellen. Er wurde gefragt, wenn, und genau das, was Klaus, was ich Klaus gefragt habe, wenn wir sagen, dass Wissenschaft der einzige Weg, also dass diese empirische Wissenschaft der einzige Weg zur Wahrheit ist, wie können wir dann diese Behauptung selbst beweisen, dass Wissenschaft genau der einzige Weg ist? Also es gibt keinen empirischen Beweis dafür. Wisst ihr, was deine Antwort war? Deine Antwort war, it works, bitches. Also tut mir leid, wenn ich das Wort benutze. Genau das gleiche habe ich auch gesagt, weil es funktioniert, ja. Aber das beantwortet die Frage nicht. Das beantwortet die Frage nicht. Wissenschaft, Wissenschaft, wenn Wissenschaft funktioniert, funktioniert es. Ich verstehe das Problem von euch nicht. Okay, ich sage dir ein, kennst du, es gibt ein, es gibt ein Theorie von Plogiston. Ja, nicht jetzt schon wieder so viel reden. Nein, nein, nein. Ich zeige dir das. Es funktioniert noch oder funktioniert es nicht. Hast du eine bessere Methode? Hast du eine bessere Methode? Ich gebe dir jetzt ein Beispiel. Plogiston. Weißt du, was Plogiston ist? Nein. 1722 wurde eine Theorie eingestellt, dass es ein bestimmtes, natürlich lese ich das jetzt ab, von Daniel Rutherford, dass es ein bestimmtes Teilmolekül gibt, eine bestimmte Materie, die Plogiston heißt. Okay? Durch dieses Plogiston, dass man diese Theorie aufgestellt hat, man hat gesagt, das kommt irgendwie beim Verbrennen in Existenz, wurde Stickstoff entdeckt. Das heißt, durch diese Theorie von Plogiston wurde schlussendlich Stickstoff entdeckt. Das heißt, es ist eine funktionierende Theorie. Weißt du, was sie aber danach auch entdeckt haben? Dass Plogiston gar nicht existiert. Das heißt, mit einer funktionierenden Theorie haben sie etwas entdeckt, was wahr ist, aber es hat sich herausgestellt, dass die Theorie falsch ist. Das heißt, dass etwas funktioniert in der Wissenschaft, heißt nicht, dass es wahr ist. Und darum ist Dawkins' Aussage Quatsch. Und deine, ich will nicht Quatsch sagen, aber auch nicht Quatsch. Das ist ja genau das Ding bei der Wissenschaft. Es kann, es können, ich habe doch vorhin schon versucht zu erklären, die Wissenschaft nähert sich der Wahrheit. Natürlich können auch im Einzelfall Theorien fehlschlagen. Aber dann verbessert sich die Wissenschaft. Hast du was Besseres, das war die Gegenfrage. Ich würde gerne die Frage beantworten. Du sagst, weil sie funktioniert, ist sie wahr und das stimmt nicht. Ja, aber es ist im Regelfall wahr. Ausnahmen mag es geben, aber das gibt die Wissenschaft auch zu. Keiner behauptet, dass das absolut ist. wenn ich sage, weil etwas funktioniert, ist es wahr. Doch, ist es. Haben wir ja gerade gesehen. Etwas hat funktioniert, aber es war nicht wahr. Ausnahmen bestätigen die Regel. Nein, wie benutzt du das als Rechtfertigung für deine Annahme, dass... Hast du eine bessere Idee? Okay. Darf ich kurz was sagen? Darf ich kurz was sagen? Du rennst von der Frage weg. Nein. Ich sage dir, es funktioniert. Alle, die sagen eigentlich, die Wissenschaft funktioniert, so wie sie angewendet wird, funktioniert. Wissenschaft funktioniert. Und du kritisierst sie, weil sie mal fehlschlägt. Das gibt die Wissenschaft auch zu. Nein, ich kritisiere nicht die Wissenschaft. Ich kritisiere nicht die Wissenschaft. Ich habe dir gesagt, dass der Islam die Wissenschaft fördert, dass Islam, eben nur Haytham, den du auch genannt hast, der Mitgründer der wissenschaftlichen Methode ist, ist von Wissenschaft motiviert. Nein, weil du hast gerade die Behauptung gemacht, dass ich sage, Wissenschaft funktioniert nicht. Ich sage nicht, Wissenschaft funktioniert nicht. Nein. Ich sage, wie willst du rechtfertigen, dass die Empirie der einzige Weg zur Wahrheit ist? Du sagst, weil es funktioniert. Aber weil etwas funktioniert, es folgt nicht. Es ist ein unschlüssiges Argument. Man nennt das in logischen Fehlschlüssen ein Non-Sequitur. Deine Schlussfolgerung folgt nicht aus der Prämisse. Weil etwas funktioniert, heißt es nicht, dass es wahr ist. Und ich habe dir ein Beispiel gegeben. Das heißt, deine Begründung, warum Wissenschaft der einzige Weg zur Wahrheit ist, ist total ein Fehlschluss. Okay, jetzt müssen wir schnell eine einhacken. Ihr habt beide recht. Sowohl Daniel als auch Erfan. Erfan. Daniel, du musst eingestehen und zustimmen, wenn Erfan dir aus der Geschichte historisch ein eindeutiges Beispiel aus der Literatur benennt. Habe ich ja. Wo Wissenschaft, akzeptierst du es? Ja, ich habe doch, also keine Wissenschaftler sagt, dass eine wissenschaftliche Theorie, wenn sie belegt ist, 100,0% nie widerlegbar ist. Es ist immer nur nah an der Wahrheit, bis zu an Sicherheit, grenzender Wahrscheinlichkeit wahr. Aber wenn du keine bessere Methode hast, müssen wir weiter so arbeiten. Ganz einfach. Es geht einfach nur, ich möchte erstmal ein Missverständnis aus dem Weg rollen und dann möchte ich auf deine Frage, dann möchte ich, dass du mir deine Frage stellst und dann möchte ich darauf antworten. Das, was Erfan sagen möchte, aussagen möchte, ist, die Aussage von dieser Person, it works und dann dieses Wort, was er im Nachhinein sagt, ist keine Antwort, keine zufriedenstellende Antwort auf diese Frage. Jetzt wiederholst du wieder das Gleiche. Einen Moment, einen Moment, ja, guck mal, Wissenschaft funktioniert. Keiner behauptet, dass Wissenschaft nicht funktioniert. Wir können fliegen, wir können Auto fahren, wir haben Verbrennermotoren, wir können telefonieren, wir können jetzt gerade in die Kamera, auf ein Bildschirm schauen, mit einer Kamera und Mikrofon miteinander kommunizieren. Selbstverständlich funktioniert das. Niemand behauptet irgendwas anderes. Na, selbstverständlich funktioniert das. Aber, nur weil es funktioniert, nur weil die Wissenschaft funktioniert, beantwortet es trotzdem nicht die Frage, die gestellt wurde und die wir auch Klaus vorhin gestellt haben. Verstehst du jetzt, was ich meine, Daniel? Ja, ich habe dir aber versucht, vorhin zu erklären, dass wenn du, ich hoffe jetzt, ich verwechsel mich jetzt nicht mit Induktion und Deduktion, sonst wird mir das auch den ganzen Tag vorgeworfen, also das fand ich ein bisschen doof vorhin, wenn ich jetzt deduktiv vorgehe, ja, und ich versuche irgendwas zu beweisen oder irgendwas zurückschließen, worauf ich in der Realität nicht referenzieren kann, dann reicht das einfach nicht. Ja, wenn ich, wenn ich, wenn ich es aber referenzieren kann, wenn ich die Erfahrung habe, wenn ich weiß, Menschen sterben, wenn ich weiß, es ist meine Mutter, wenn ich weiß, ich könnte auch einen Gentest machen und so weiter, dann kommt irgendwann die, so wenn du so willst, die maximal mögliche Wahrheit ans Licht. Wenn ich diese beiden Methoden miteinander verbinde, deduktive Wissenschaft, macht ja nicht blind irgendwelche Experimente, es sind Gedanken dahinter, es sind Rückschlüsse dahinter und so weiter. Ja, und ihr trennt das so komisch auf. Und ich habe ja vorhin auch gesagt, Entschuldige, lass mich den Satz noch sagen, und ich habe ja vorhin auch gesagt, die Menschheitsfragen, warum bin ich hier, welchen Sinn hat das Leben, gibt es etwas hinter dem, was wir sehen können, sind für mich, da bin ich vielleicht ein bisschen anders wie Klaus, philosophische Fragen. Ja, so definiere ich Philosophie, vielleicht habe ich ja einen falschen Begriff davon. Ja, aber wenn ich über sowas nachdenke. Aber deduktion gehört nicht zur Philosophie, das ist... Ja, ich benutze natürlich auch Logik, wenn ich philosophisch nachdenke, aber das hat natürlich einen vollkommen anderen Anspruch an die Wirklichkeitsfindung, als wenn ich das im Rahmen von Wissenschaft mache. Verstehst du? Also Daniel, ich habe es verstanden, Ich habe es verstanden, aber ich möchte mal, dass du mit einer Person sprichst, mit einem Akademiker oder so, der Wissenschaft oder in der Philosophie der Wissenschaft, das wäre das passende Thema, und du sagst, Deduktion ist abgespaltet von der Philosophie. Ja. Ich habe nicht gesagt, dass es abgespaltet ist. Du misrepräsentierst mich jetzt zweimal hintereinander. Ich habe gesagt, man kann das im Rahmen der Philosophie ja verwenden, aber es hat dann nicht den gleichen Wahrheitsanspruch, wie wenn ich es im Rahmen von Wissenschaft und dann auch zusammen mit deduktiven Experimenten zum Beispiel nutze. Das ist doch meine Aussage. Liebe Experimente, was ich für eine Wortmeldung habe. Das ist kein Widerspruch. Das ist kein Widerspruch. Du widersprichst dich selber. Ich sage nicht, dass es ein Widerspruch ist. Du widersprichst, was du vorhin gesagt hast. Ich kann es dir gerne rausschneiden und schick mir eine E-Mail. Ja, guck mal. Aber Leute, guck mal. Das, was ich jetzt gerade sage, das kann doch sein, dass ich mich irgendwann mal heute widersprochen habe. Darum geht es doch überhaupt nicht. Es geht doch um die Wahrheit. Widersprochen. Okay, kannst du mir. Oder geht es euch nur darum, rauszufinden, ob sich meiner widersprochen hat? Nein, nein. Daniel, das Problem ist, ich habe, als du das Statement erstes Mal gebracht hast, habe ich nachgehakt und du hast es verteidigt. Das heißt, du hast dich nicht nur... Ich glaube, du hast es nicht wirklich. Ich habe das ganz... Ich habe das versucht, ganz detailliert zu erklären. Vielleicht hast du das auch... Vielleicht war es einfach ein Missverständnis. Leute, Daniel Erfmann, es ist egal, okay. Es ist passiert. Jeder kann es zurückspielen und es gucken. Ich möchte jetzt gerne eine neue Frage stellen. Daniel, kannst du mir ein Beispiel bringen aus der Realität, wo durch Deduktion zu einer naturwissenschaftlichen Erkenntnis gelangt wurde? Also außerhalb von Logik und außerhalb von der Philosophie? Jetzt kann ich jetzt aus dem Stehgreifen nicht. Müsste ich mir jetzt etwas überlegen. Keine Ahnung. Es geht doch nur meiner Meinung am Thema vorbei. Die Wissenschaft kann beweisen, dass es euren Gott nicht gibt. Kannst du das? Nochmal, die Wissenschaft kann beweisen, dass es euren Gott nicht gibt. Okay, darum geht es aber heute nicht. Nein, darum geht es nicht. Natürlich, das ist doch das Wahrheit und Wissenschaft. Heute ist das Thema Wissenschaft und Wahrheit. Und die Wahrheit ist, dass es kein Gott gibt. Aber warte. Es ist auch wahr, dass ich gerade eine Unterhose trage. Aber deswegen müssen wir jetzt nicht im Stream darüber reden. Es ist nicht das Thema, ob Gott existiert oder nicht. Natürlich ist das. Nein, das ist auch unser Thema. Du kannst nicht reinkommen. Oder wollt ihr nur über Deduktion oder Induktion reden? Ich würde es dir gerne Torge auch noch mal zu Wort kommen lassen. Bitte schön, Torge. Die Frage, die ich mir jetzt gerade auch so stelle, weil ihr seid ja schon so, dass ihr Wissenschaft eben nicht so als die ultimative Methode seht. Da gebe ich euch sogar auch recht. Die Frage, das ist auch sehr allgemein jetzt, vielleicht auch nicht ganz so ein Thema, aber das würde mich jetzt einfach sehr interessieren. Warum gebt ihr der Theologie so viel Autorität und der Wissenschaft so wenig? Wer sagt denn, dass wir der Wissenschaft wenig Autorität geben? Das sind zwei verschiedene Disziplinen. Aber anscheinend doch der Theologie mehr. Oder nicht? Nein, das sind zwei verschiedene Disziplinen, die sich nicht tangieren. Das sind zwei verschiedene Bereiche. Die Theologie kann mir nicht erklären, wie ein Mechanismus funktioniert. Die Theologie fordert mich auf, diesen Mechanismus zu untersuchen durch Wissenschaft. Und die Wissenschaft kann nicht die Warum. Und die Wissenschaft kann nicht das Was beantworten. Die Theologie führt nicht zur Wahrheit, sondern die Wissenschaft führt zur Wahrheit. Ja, das kannst du ja auch nicht wissenschaftlich beweisen. Doch, das kann man. Das sage ich ja. Ich würde, ich würde, Leute, das ist ja meine Frage. Warum glaubt ihr an diese Theologie? Weil wir deduktive Argumente haben, die zu sicheren Schlussfolgerungen kommen, dass ein Gott existiert. Aber was? Aber die Theologie des Islam... Einer bitte nach den anderen. Torge, bitte. Die Theologie des Islam ist doch nicht nur, dass Gott existiert, sondern da steckt doch noch viel mehr hinter. Ja, guck mal, Torge. Das ist ein anderes Thema. Das können wir gerne in den Islam-Streams besprechen. Also das ist jetzt gerade nicht das Thema. Die Frage ist, ja, okay, gut. Ich würde gerne glauben, Daniel war nicht in der Lage dazu. Deswegen frage ich dich als Wissenschaftler. Kannst du mir aus der Wissenschaft in der Realität eine wissenschaftliche Erkenntnis und mit Wissenschaft meine ich jetzt nicht Philosophie und nicht die Logik, außerhalb von Philosophie und Logik eine Erkenntnis liefern in den Naturwissenschaften, die durch deduktive Argumente, also die durch Deduktion erlangt wurde? Ja, das ist, da komme ich wieder zu Karl Popper. Er schlägt folgendes Modell vor für die Wissenschaften, die ja einerseits immer induktiv vorgehen und er schlägt jetzt, hat ihnen ein neues Modell vorgeschlagen, deduktiv vorzugehen. Wir Wissenschaftler sollen einfach eine Hypothese oder eine These raushauen. Einfach, wir sagen jetzt, was weiß ich, Leserstrahlen gehen immer gerade oder irgend so eine, wir behaupten einfach was. Eine allgemeine Theorie wird einfach behauptet und jetzt schlägt er vor, wir sollen das falsifizieren, wir sollen das widerlegen. Diese Aussage soll ich widerlegen und wenn ich die widerlegen kann, ist es tot. Wenn ich die aber nicht widerlegen kann, dann führt die besser zur Wahrheit als die induktive Methode. Das schlägt Karl Popper vor und das wird in der Praxis auch gemacht. Man nimmt Thesen und die versucht man zu widerlegen und wenn du die mit allen sauberen wissenschaftlichen Methoden nicht widerlegen kannst, dann musst du dir überlegen, Mensch, da liegen wir ziemlich an der Wahrheit. Aber das ist nicht Deduktion, was du gerade beschreibst. Aber das stimmt auch nicht. Das ist Deduktion, was ich gerade beschreibe. Könnt ihr bei Popper noch lesen? Ich sage, wir müssen das viel mit Popper machen. Ihr kennt euch da leider zufrieden. Du musst mal Thomas Kuhn lesen, Klaus, weil Kuhn hat genau das gezeigt und er hat auch mit Popper, soweit ich weiß, debattiert und die Debatte gewonnen, dass diese Falsifiziermethode nicht praktisch anwendbar ist in die Wissenschaft. Und das macht die moderne Wissenschaft nicht. Die Wissenschaft geht nicht und stellt eine Theorie auf und sucht danach. Die Wissenschaft sucht nach Machtbeobachtungen und stellt dann eine Theorie auf. Nein, die machen beide. Du unterkennst dich leider nicht. Kannst du bitte ein Beispiel liefern? Ja, du kannst die jegliche, stell mal irgendeine Behauptung auf. Nein, 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 nicht ein hypothetisches Beispiel, sondern ein reales Beispiel möchte ich haben. Ja, da brauchen wir bloß nachgucken. Das gibt es ja zum Beispiel in der Gravitationsphysik werden Hypothesen aufgestellt. Hypothesen aufstellen bedeutet nicht Deduktion. Doch, natürlich. Da gehe ich von einer allgemeinen Hypothese aus. Das ist der Ausgangspunkt. Bei Wikipedia gibt es so ein schönes Bild, wo Induktiv und Deduktiv nebeneinander gestellt wird. Und da siehst du, Deduktiv, allgemeine Aussage, führt zu speziellen Aussagen. Und Induktiv ist genau umgekehrt. Okay. Weißt du, was die Deduktion auszeichnet? Ja, dass man vom Allgemeinen zum Speziellen kommt. Okay, aber nicht nur das. Die Deduktion zeichnet aus, dass man Prämissen aufstellt. Die Prämissen, wenn die Prämissen wahr sind, dann folgt daraus eine Schlussfolgerung, die nicht falsifizierbar ist. Und allein die Tatsache, dass es nicht falsifizierbar ist, die Schlussfolgerung, schließt aus, dass das in der wissenschaftlichen Methode angewendet werden kann. Weil wissenschaftliche Theorien und Hypothesen immer falsifizierbar sind. Du, pass auf, da schlage ich euch jetzt ein neues Thema vor. Du redest am Thema, du hast es nach meiner Meinung nicht verstanden, Mustafa. Wir machen einen neuen Stream. Es ist kein Argument, Klaus. Klaus, es ist kein Argument, ich behaupte jetzt, du hast das System nicht verstanden. Wir kommen jetzt nicht weiter. Vielleicht kannst du nicht auf meine Fragen antworten. Deine Frage zeigt mir, dass du das Prinzip nicht verstanden hast. Das hat jetzt überhaupt keinen Sinn, darüber zu reden. Macht keinen Sinn. Ich müsste dir jetzt alles erklären. Das dauert eine halbe Stunde. Dann können wir weiterreden. Dafür haben wir keine Zeit. Ich würde dir noch ein Beispiel geben. Ja, Klaus, also schau mal, Klaus, du kannst auf jeden Fall deine sozusagen Position vertreten. Wir geben dir hier die Plattform. Daniel auch, Torge auch. Wir würden aber halt auch noch gern, weil Torge etwas später reingekommen ist. Richtig. Weißt du, was ich meine, Klaus? Voll respektvoll. Du bist eher ein Gast. Du kannst immer wieder kommen. Daniel auch. Torge war halt nur so ein bisschen, ist kurz reingekommen. Ich möchte noch ein bisschen Wortbeiträge haben und würde halt gern fragen, ob Torge noch einen wirklich offensiven Punkt beziehungsweise ein Dogma vertreten will in dieser Sendung, weil ich will nicht, dass man sagt, er hat keine Zeit gehabt zum Reden. Ja, alles gut. Ich würde dich noch gern reinbringen. Ja, ja, das ist nett von dir, an mir das immer so an mich denkst. Nee, ich bin einfach nur nicht so redewütig und ich höre einfach auch gerne mal zu. Ja, welchen Gedanken hatte ich denn jetzt gerade? Mich würde einfach mal interessieren, ich glaube, das hatte Daniel auch gefragt, welche Methode, weil ich habe das jetzt nicht mehr alles ganz im Kopf, was gerade eben auch besprochen wurde, da möchte ich in diese Richtung nochmal gehen, welche Methode ist denn besser als die wissenschaftliche Methode? Es geht nicht darum, welche Methode besser ist, das ist doch, darüber reden wir doch, also wir sagen ja nicht, die wissenschaftliche Methode ist schlecht. Es gibt eine bessere Methode, das haben wir doch. Wir sagen nur nicht, dass es die einzige Methode ist. Genau. Ich verstehe nicht gut. Das ist halt welche, ja, aber welche... Okay, lass mich ein Beispiel geben, Muster, ich kenne ein gutes Beispiel. Okay? Guck mal, Torge, sag mal, du hast ein Ford-Auto, okay? Und du nimmst das Ford-Auto auseinander, du hast nur das Auto, okay? Du hast keine Referenz, von wo das Auto kommt, nichts. Wissenschaftlich nimmst du das Auto auseinander. Zu welchem Entschluss wirst du kommen? Dem Mechanismus im Auto, wie das Auto funktionieren wird, richtig? Hm. Wenn es keinen Hinweis gibt, wer dieses Auto hergestellt hat, in dem Fall Henry Ford, dass er das hergestellt hat, kann ich durch Wissenschaft das Auto auf Henry Ford zurückführen? Nein. Wissenschaftlich. Nein. Genau. Ein anderes Beispiel, die Mona Lisa. Sagen wir mal, wir nehmen die Mona Lisa und wir schicken verschiedene Wissenschaftler, Physiker, Chemiker, die Chemiker untersuchen, wie die Farben gemischt wurden, die Physiker, welche Proportionen ihr Bild hat, alles Mögliche. Wenn ich keine Information habe, durch historische Überlieferung, über Leonardo da Vinci, kann ich wissen, dass Leonardo da Vinci das Bild gemalt hat, nur durch Wissenschaft? Nein, nein, nein. Nein, da bin ich dabei. Ja, und das sagen wir, Torge, wir sagen, Wissenschaft ist gut, Wissenschaft ist gut in dem, was sie macht, aber es gibt andere Felder, die für uns auch relevant sind, die auch wahr sind, weil keiner wird jetzt sagen, weil Leonardo da Vinci nicht wissenschaftlich bewiesen werden kann, hat er nicht existiert, sondern wir nehmen das auch als wahr an, aber wir haben andere Wege, das herauszufinden, und wir haben nicht ein Problem mit der Wissenschaft. Wie gesagt, islamische Wissenschaftler waren die ersten, die wissenschaftliche Methode. Ja, es gab auch arabische Hochkulturen, sowas muss man eben auch immer sagen. Das goldene Zeitalter des Islams. Wir haben nur ein Problem, wenn man sagt, nur die Wissenschaft, okay, und ich möchte hier noch ein Beispiel einhacken, ich finde, das ist sehr interessant, auch für die Aussage, ja, Wissenschaft funktioniert, darum ist es wahr. Und es gibt in der Philosophie ein sehr interessantes Beispiel, um zu zeigen, dass das Blödsinn ist, dass wenn etwas funktioniert, wahr ist. Also wenn eine Theorie funktioniert, dann ist sie wahr. Ich habe schon ein Beispiel genannt, ich möchte auch dieses philosophische Beispiel nennen, weil ich finde das sehr interessant. Und die sagen, stell dir vor, es gibt einen Wald, in diesem Wald gibt es Pilze. Und einige dieser Pilze sind giftig, einige sind nicht giftig. Okay? Jetzt gehst du in den Wald rein, und du stellst eine Theorie auf, alle Pilze im Wald sind giftig. Okay? Das heißt, du wirst keine Pilze im Wald anrühren, weil du davon, du hast die Theorie, dass alle Pilze giftig sind. Das führt dazu, das funktioniert in dem Sinne, dass es dich überleben lässt. Weil dadurch, dass du alle Pilze meidest, meidest du auch die giftigen Pilze, und du überlebst. Das heißt, die Theorie hat funktioniert, aber die Theorie ist nicht wahr. Das heißt, Funktion und Wahrheit sind andere Sachen. Wir sollten das nicht vermischen. Und darum, das zeigt, wie Atheisten wie Dawkins einfach, und das ist ja das Problem, guck mal, er wurde auch von Philosophen zu Debatten eingeladen und musste wegrennen. Zum Beispiel, William Lane Craig hat ihn zu einer Debatte eingeladen, hat einen extra, einen Platz für ihn freigehalten, und Dawkins ist nicht gekommen, weil er weiß, wie unbelesen er in der Philosophie ist. Und dann sagst du solche Aussagen, wie Wissenschaft funktioniert, so und so, ich will das Wort nicht wiederholen. Weil du halt unbelesen in der Philosophie bist. Wenn du zu den Leuten sagst, lass die Philosophie und mach einfach Wissenschaft und du hast keine Ahnung über Philosophie von Wissenschaft, dann sagst du solche dummen Aussagen und noch mit vulgaren Ausdrücken. Vulgären. Vulgären Ausdrücken. Und das meinen wir, womit wir nicht einverstanden sind. Die Wissenschaft an sich ist ein super Werkzeug. Jens hat sogar was Schönes gesagt. Er hat über den methodischen Naturalismus gesprochen und ich finde das sehr schön. Ich finde das schade, dass ich nicht mit Jens darüber sprechen konnte, weil ich denke, wir als Muslime sogar können den methodischen Naturalismus anwenden und sollten ihn sogar anwenden. Ich gebe jetzt einen Unterschied. Also es gibt den methodischen und philosophischen Naturalismus. Philosophischen Naturalismus ist, was die meisten neuen Atheisten haben. Die sagen, alles hat eine physische, natürliche Erklärung. Okay? Dafür gibt es keinen Beweis. Der methodische Naturalismus ist, wenn ich Wissenschaft treibe, dann setze ich mich nur mit dem Natürlichen auseinander, weil ich will eine natürliche Erklärung. Ich sage nicht, das Universum funktioniert so oder bestimmte Theorien, weil es so ist, sondern ich schaue mir, ich benutze den methodologischen Naturalismus, um zu schauen, wie dieser Mechanismus funktioniert. Und darum benutzen, sollten auch Muslime methodologischen Naturalismus anwenden, wenn sie Wissenschaft treiben. und genau, wir sind nicht Anti-Wissenschaft-Torge, also wenn du diesen Einbruch hast. Nein, nein, das glaube ich auch nicht. Ich merke aber auch gerade tatsächlich, dass ich vielleicht auch ein bisschen fehl am Platz bin in dieser Sendung, weil ich eben halt mit vielen Dingen übereinstimme. In dem Sinne, ich mache Sache auch, manche wie Richard Dawkins, die übertreiben vielleicht müssen, machen Wissenschaft wirklich zu ihrer Religion. Ich könnte höchstens jetzt nochmal die Frage stellen, Erfan, wenn das alles war, das, was du sagst, warum sollte, warum widerspricht es dann dem Atheismus, dem Atheist sein? Okay, das ist eine gute Abschlussfrage für Erfan und dann kommen wir zu den abschließenden Worten von Torge, Daniel und Klaus. Wie gesagt, Atheist sein ist ein weites Spektrum und wir reden über eine bestimmte Kategorie von Atheisten und ich sage nicht, um Atheist zu sein, musst du die Wissenschaft als Götze nehmen. Okay, danke Erfan für deine Beantwortung. Sehr, sehr spannend heute mit vielen Gästen. Ich tue nochmal ein Resümee ziehen. Heute waren sechs Gäste am Start. Jens, Hadi, Daniel, Klaus, Torge. Sehr nett, dass ihr da wart. Ich würde jetzt folgendes vorschlagen. Klaus, Daniel und Torge geben die abschließenden Worte. Ich würde gleich direkt bei Klaus beginnen. Gerta, ich wollte schon sagen Bruder Klaus, schade einmal Bruder Klaus, aber Kollege Klaus, lieber Kollege. Er ist unser Bruder in Menschheit, Bruder. Wir haben alle, das sagst du. Lieber Klaus, Atheist aus Deutschland, wie hat dir die Sendung gefallen und würdest du gerne bei einer weiteren Sendung Gast sein, wenn das Thema für dich passend ist? Ja, also die Sendung hat mir wieder sehr gut gefallen. Ich würde auch gerne wiederkommen, wenn er mich reinlässt und meine Meinung ist im Folgendes, ich habe heute festgestellt, beim letzten habe ich festgestellt, Alter Sertatsch kennt sich mit Evolutionsbiologie nicht aus. Heute habe ich festgestellt, ihr kennt euch in deduktiv und induktiv und kritischen Rationalismus. Ich schlage euch neue Themen vor. Ich möchte euch gerne informieren, weil ich merke, ihr habt Informationsmangel und dadurch kommt ihr zu falschen Schlussfolger und denkt, euer Gott existiert. Aber der existiert gar nicht und ich kann es ja beweisen. Ich kann es beweisen, dass er nicht existiert. Bei den abschließenden Worten, ich meine, du bist jetzt schon das zehnte Mal dabei. Da geht es nur darum, Resümee zu ziehen. Klaus, schlaf 13 Nächte, dann kommst du wieder rein und dann geht es wieder voll Gas, volle Wäschung bei uns. Danke tausend blaue Herzen für unseren Klaus. Daniel, der Artist aus Deutschland, lieber Daniel, du bist schon das zweite Mal Gast. Danke, dass du heute Gast warst. Jetzt meine Frage ist auch an dich, weißt du, das sind ehrlich Fragen. Wie hat es dir heute gefallen? Und würdest du gerne beim nächsten Mal dabei sein, wenn das Thema passt für dich? Ja, also dabei sein gerne. Es war auch, ja, ich sag mal so, ich glaube, wir nehmen uns alle mal vor, wenn der Stream vorbei ist, dann befragen wir mal unser Herz, ob wir alle immer so das Richtige gesagt haben im richtigen Moment. Und ansonsten vergeben wir uns dann. Ja. Sehr gute Auszeichnung. Daniel, vielen Dank für deine Anwesenheit. Torge, als letzter, aber nicht last but not least, Torge. Danke. Ja, es war natürlich wieder, ach so, voll rein in meine, na, alles gut. Ja, es war natürlich immer wieder aufhinkend. Es ist immer wieder spannend, hier bei Iman TV reinzukommen, auch vor so vielen Gästen. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich auch echt in Livestreams reinkommen sollte, wo ich, wo ich vielleicht auch eine, eine richtige Gegenposition einnehmen kann zu den Speakern, weil ich habe das ja auch gerade so ein bisschen gemerkt, was soll ich jetzt gegen Erfan sagen in dem Sinne, weil ich glaube, ihr wollt jetzt auch bei Iman TV natürlich auch so Diskussionen führen, wo es auch gegeneinander so ein bisschen ist. Natürlich kann man auch so ein harmonisches Gespräch führen. Das ist, auch das ist in unserem Interesse. Also es muss nicht immer Fetzerei sein, es kann auch ein Dialog sein, auf jeden Fall. Ja, dann gucke ich mal. Ja, war super, war alles super. Ich kann nur noch sagen, also Klaus ist für mich auf jeden Fall ein Bruder. Ich weiß nicht, wie das für euch ist. Das sollte ich sagen, also gerade als Pantheist, jeder Mensch ist für mich ein Bruder und jede Frau auch eine Schwester. Und ja, also ich danke euch auf jeden Fall und fühlt euch alle gedrückt. Alles klar. Gut, dann drücken wir euch alle. Lieber Daniel, lieber Klaus, lieber Torge, danke für eure Anwesenheit. War mir eine Freude, auch wenn das natürlich heute eine sehr tolle Sendung war. Ich muss ehrlich sagen, es war wirklich im Rahmen von Respekt, Deutlichkeit, Höflichkeit, keine Beleidigungen. Und wisst ihr was? Dafür bedanke ich mich bei euch drei. Ihr zieht das Niveau genauso hoch wie die Speaker. Danke auf jeden Fall, für eure Anwesenheit. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Danke an alle. Und dann war das noch der Torge. Chat, wir gehen rein in die abschließenden Worte der Speaker, Erfan und Mustafa. Eine Sache, bevor wir hier zu den Speakern kommen. Chat, wir brauchen eure Unterstützung. Es fehlen noch sechs Iman-Dauer-Supporter. Ich bitte jetzt jeden Einzelnen, der kein Iman-Dauer-Supporter ist, überlegt euch, welche Belohnung ihr bekommt, wenn ihr Iman unterstützt. Langfristig die Ausbildung der Speaker, die Technik, natürlich auch die verschiedenen Dauer-Produktionen, die wir haben. Ihr wisst genau, was wir tun und wir wollen natürlich euch mit am Boot haben. Deswegen werde ich euch jetzt nochmal 60 Sekunden Zeit geben. Das ist der letzte Appell des heutigen Streams. Gehrte Geschwister, weder Erfan, weder Mustafa, weder ich profitieren davon, unterstützt die Dauer entweder mit einer Einmal-Spende oder mit einem Dauer-Supporter. Fatih wurde heute Dauer-Supporter, 15 Euro, Ömer und der Musab hat 299 Euro für die Dauer, gespendet. Möge allein segnen, amin. Spendet jetzt für die Dauer, werdet aktiv und natürlich auch holt euch einen Teil der Belohnung ab, denn das ist der Dauer-Supporter. Jetzt ab, wenn jetzt noch jemand reinkommt, feiere ich das und raste natürlich aus. Danke auf jeden Fall für euer Vertrauen. Nach 60 Sekunden gibt es die abschließenden Worte der Speaker und jetzt Supporter werden und spenden. Hast du dich schon mal gefragt, wie du vor Allah stehen kannst, mit wenigen Taten, aber einem Berg voller Belohnung? Ganz einfach. Unterstütze unsere Arbeit von zu Hause aus mit einer regelmäßigen Spende und lass uns für dein Ziel hinarbeiten. Mit deiner Spende und unserer Arbeit können wir Bildungsprogramme, Infostände, Verteilmaterialien, Betreuung neuer Muslime, Podcasts sowie Livestreams realisieren und die Botschaft des Islam mit unseren Mitmenschen teilen. Nun, wie erreichen wir dieses Ziel? Gehe hierfür auf unsere Webseite iman.ngo.supporter und werde heute noch eine Stütze für diese wertvolle Arbeit. Möchtest du eine beliebig hohe Einzelspende tätigen? Dann findest du unter iman.ngo.slash Einzelspende oder auch iman.ngo.slash Paypal die Möglichkeit, Teil dieser prophetischen Mission zu werden. Du hast auch die Option, uns mit Amazon Sachspenden zu helfen. Unter iman.ngo.slash Amazon kannst du für unsere Arbeit Technik, Equipment und andere Utensilien bestellen, die direkt an uns geliefert werden. Lass dir die Chance nicht entgehen und lass uns diesen Berg voller Belohnung zur Realität machen. Jetzt da auch Supporter werden. Wenn was reinkommt, werde ich euch auf jeden Fall informieren. Lieber Bruder Mustafa, oder ja, Mustafa, ich frage dich erst mal. Herzlichen Dank, dass du heute wieder beim Stream dabei bist, weil du warst da oben. Ich würde dich sehr gerne fragen, Bruder. Welche Empfindungen, welche Gefühle, welche Emotionen hast du nach diesem Stream und wie hat dir der Stream grundsätzlich gefallen? Deine abschließenden Worte zum heutigen E-Main-Stream. Bitteschön. Ja, erst mal Alhamdulillah. Ja, es war ein guter Stream. Es hat Spaß gemacht, wie immer. Es war sehr interessant. Man hat sehr interessante Positionen gehört, sehr interessante Wiedersprüche gehört und das Stream war im Großen und Ganzen ganz gut. Ja, das Thema wurde hier und da ein bisschen verfehlt, aber das passiert ja immer, das wissen die Zuschauer auch. Man weicht immer mal ab und dann versucht man wieder zum Thema zurückzukommen. Abschließende Worte. Ja, zum Streamen. Was soll man zum Streamen sagen? War teilweise sehr anstrengend, aber ich denke, alle Zuschauer haben an verschiedensten Stellen gesehen, was es bedeutet, was Erfan auch gesagt hat im Stream selbst, was man für einen Preis zahlen muss, damit man konsistent bleiben kann in seinen Aussagen, in seinen Behauptungen und so weiter und so fort. Weil wenn man abdrücken würde von dem, was man gesagt hat ursprünglich, würde man uns Recht geben. Und um uns nicht Recht geben zu müssen, sagt man die absurdesten Sachen. Also zu sagen, bei einer Frage wie kann ein Auto gleichzeitig fahren und stehen bleiben, dass man da sagt, das muss ich erstmal experimentieren und dass da eine Person nicht sagen kann, natürlich geht das nicht. Das ist der hohe Preis, den Atheisten zahlen, dafür uns nicht Recht geben zu müssen. Und ich finde, das ist es nicht wert. Also ihr seht, zu welchen absurden Aussagen und zu absurden und abstrusen Gedankengängen das führt, das Ganze. Zum anderen hat man auch gesehen, dass der Anspruch an die Wissenschaft inkonsistent ist. Dieser Anspruch, der an die Wissenschaft gestellt wird, das liefert die Wissenschaft nicht. Nicht, weil die Wissenschaft es nicht kann, sondern weil die Wissenschaft diesen Anspruch nicht hat. Die Wissenschaft hat nicht den Anspruch, dass sie alleine zu Wahrheiten führen kann und nichts anderes. Wir haben verschiedene Methodiken durchgesprochen. Die Induktion, die Deduktion und auch da haben wir gesehen, ja, ich will, ich habe wirklich Respekt vor allen Teilnehmern und vor allen Gästen, die im Stream teilnehmen und sich mit uns unterhalten. aber wenn man jemanden argumentativ ausgenockt hat und dieser Person nichts anderes übrig bleibt, außer zu sagen, ja, wir müssen da mal einen extra Stream drüber machen oder ihr versteht das nicht und man hat kein anderes Argument mehr übrig, außer diese Phrasen zu droppen, dann ist es für den Zuschauer eigentlich, liegt es ganz klar auf der Hand. Meiner Meinung nach, jeder kann den Stream sehen, nachschauen, zurückspulen und man sieht, wo gewisse Leute in die Ecke gedrängt wurden und dann sich in Widersprüche verwickeln. Zum anderen, ich wollte noch eine letzte Sache ansprechen. Was war das jetzt nochmal? Deduktion, Induktion, ach ja, genau, der Widerspruch nur Wissenschaft durch Experimente führt zur Wahrheit. Die Definition von Klaus. Das gute Beispiel, das sehr gute Beispiel von Erfahn, wo er das Beispiel gebracht hat mit, kann ein Auto gleichzeitig fahren und brennen. Okay, da hätte man jetzt sagen können, das kann man experimentieren. Okay, das kann man experimentieren. Du kannst in dein Auto steigen und versuchen, gleichzeitig zu fahren und gleichzeitig zu brennen. Okay, funktioniert nicht. Aber das Beispiel kann eine Mutter sich selbst gewähren. wie willst du das experimentiell nachstellen. Du kannst das nicht nachstellen und du kannst auch nicht sagen, dass das wahr ist, so rum. Also, du musst akzeptieren, dass man zu einer Wahrheit gelangt, ohne dass man ein Experiment liefert. Weil es ist Logik und das kannst du nicht experimentieren. Du kannst, kann eine Mutter sich selbst gewähren, kannst du nicht experimentieren. Und da hat der, das hat der Klaus auch gemerkt und hat auch gesagt, selber, in eigenen Worten, ja, durch Logik kommt man zu dem Entschluss. Nachdem er, keine Ahnung, eine halbe Stunde lang oder so, darauf gepocht hat und darauf bestanden hat, dass die Wissenschaft beziehungsweise nicht mal Empirie, er hat nicht mal die Empirie akzeptiert, weil die Induktion, die ich versucht habe, ihn darzulegen mit den weißen Schwänen und das, wenn man weiße Schwäne beobachtet hat und die Theorie aufstellt, die Hypothese aufstellt, alle Schwäne sind weiß, es genügt eine einzige Sichtung eines schwarzen Schwans und die Hypothese ist nichtig. Das ist eine empirische, gültige empirische Methode. Nicht mal das akzeptiert er, also der Klaus akzeptiert nicht mal Empirie, sondern er hat noch mal eine Sonderanspruch, eine Sonderbedingung, dass es experimentiell abbildbar sein muss. Und wie wir gezeigt haben, gibt es Beispiele, die du experimentiell nicht nachbilden kannst und trotzdem eingestehen musst, dass etwas wahr oder falsch ist. Nämlich wie, Klaus hat es selber gesagt, durch Logik. Und ich finde, alles, was wir heute eigentlich darstellen wollten, ich glaube, alles, was wir heute darstellen wollten und aufzeigen wollten, hat es, glaube ich, auch gelangen, oder? Oder Elefant? Erfant ist auch, wenn wir mich noch freuen, wenn er von Wasser zu sagen hat. Ja. Soll ich meine Worte jetzt? Ja, ja, ich gebe mal direkt an dich weiter, falls du was vergessen hast. Okay, Bruder. Hat es dir gefallen, Mustafa? Ja, auf jeden Fall. Mein Stream ist immer nicht. Also, das Erste, was ich sagen würde, ist, dass Unglaube, und wir sehen den Atheisten als ein Unglaube, also nicht den Atheisten, sondern den Atheismus. Das heißt, er ist ein falscher Glaube, er entspricht nicht der Wahrheit. Und bei Unglaube gibt es so ein schönes Prinzip, das man sagt. Und zwar, dass man sagt, Unglaube widerspricht sich. Das heißt, Dinge, die nicht der Wahrheit entsprechen, wenn wir ihn Lauf lassen, dass sie, ja, dass sie einfach ihren Lauf nehmen und schauen, was daraus rausströmt, dann sehen wir immer, dass Problematiken auftreten werden und sich diese Unwahrheit widerspricht in sich selber. Das heißt, wir müssen eigentlich nicht so viel tun. Wir müssen eigentlich nur da ein bisschen hinterherstechen und warten, bis diese Widersprüche sich zeigen. Und in dem Sinne denke ich, dass der heutige Stream richtig gelungen war. Nicht dank mir hauptsächlich. Breaking News, ein weiterer, also, ich will dich nicht unterbrechen, gerade jetzt kam ein Dauer-Supporter rein. Tarek ist soeben Dauer-Supporter geworden. Das müssen wir auf jeden Fall zelebrieren, geehrte Geschwister. Der Tarek hat den Supporter gemacht. Möge Allah Tarek belohnen. Danke auf jeden Fall. Werdet ihr mein Dauer-Supporter. Ich wollte das nicht so unterbrechen, aber es ist gerade Breaking News am Start und Tarek, kurz geht raus. Auf Distance-Style. Müsst du verraschen kann? Möge Allah. Amin, danke für euren Support, Leute. Danke für euren Support. Genau. Und was ich am Sagen war, Bruder, dass der Atheismus eine Form des Unglaubens ist. Unglaube widerspricht sich. Wir müssen dem einfach nur freien Lauf geben und die Laufbahn geben, damit diese Widersprüche vorkommen. Und in dem Sinne denke ich, dass der heutige Stream sehr gelungen war. Nicht im Sinne von, dass ich sehr gut performt habe oder Mustafa sehr gut performt war, dass wir für diesen, hauptsächlich für dieses Gelingen verantwortlich waren, sondern ich denke, die hauptsächlichen Gäste, die wir danken müssen, dass dieser Stream so gelungen war, um unsere Punkte zu beweisen, waren die Atheisten selbst. Denn wir haben klar und deutlich gesehen, wie auch Bruder Mustafa angedeutet hat, was für einen Preis ein Atheist bezahlen muss, um seinen Glauben aufrechtzuerhalten. Er muss, er sagt, also mit anderen Worten, Atheisten haben in diesem Stream gesagt, dass sie widersprüchliche Sachen nicht als unwahr erklären können, wenn sie keine empirischen Beweise haben. Der andere Atheist hat gesagt, dass Dinge existieren können, wo ein Teil von diesem Ding größer als sein Ganzes ist. Er könnte nicht mit absoluter Sicherheit sagen, dass es das nicht existieren könnte. Und andere solche Aussagen, dass Aussagen wie Richard Stalkins Aussage, Wissenschaft funktioniert, so und so, eine schlüssige Aussage ist. Das wurde befürwortet von Atheisten, natürlich nachdem sie die intellektuelle Antwort bekommen haben. Aber ich denke, das alles ist ein Gelingen für uns. Also ich denke, in diesem Stream haben wir selber argumentativ hatten wir es relativ einfach, weil die Atheisten selber einfach Dinge von sich gegeben haben, wo jeder beurteilen kann. Und die Dinge, die wir sagen, auch die Dinge, wo ich den Atheisten den Rat gegeben habe, sich recherchieren zu gehen und sich informieren zu gehen, nimmt nicht mein Wort dafür. Ich komme nicht rein und sage, ich bin Philosophielehrer Philosophielehrer oder Physiklehrer oder Islamlehrer. Ich sage, die Information, die ich nehme, geht, verifiziert sie. Schaut euch an, was Induktion ist. Schaut euch an, was Deduktion ist. Schaut euch an, wie die Wissenschaft funktioniert. Schaut euch die Debatte zwischen Karl Popper und David Hume an. Und ein Buch, das ich jedem empfehle, der die Philosophie der Wissenschaft verstehen will, ist das Buch von, habe ich David Hume gesagt? Ich meinte Thomas Kuhn. Ich glaube, ich habe Karl Popper und Thomas Kuhn. Und ein Buch, das ich sehr empfehle, ist Thomas Kuhns Buch über die wissenschaftliche Revolution. Lies dieses Buch, schaut, wie er das ausgelegt hat und wie er auch Karl Popper in seiner Falsifiziertheorie widerlegt hat und wie es auch gar nicht mehr angewendet wird. Okay? Und all diese Themen, also denke ich, sind einfach, also ich finde es, ich finde wirklich, der Atheismus hat nichts zu bieten, wenn er, wenn seine Leute, die ihn verteidigen, Fehler machen, die man in fünf Minuten Recherche beseitigt hätten können. Also ich finde wirklich, der Atheismus, so wie ich ihn sehe, ist bankrubt und ich sehe, dass der Atheismus schon, also in der modernen Zeit schon lange seinen Höhepunkt hatte und auch Studien, auch Pew-Reviewed-Studien zeigen das, dass der Atheismus am sinken ist. Was, was irrtümlicherweise zum Beispiel von vielen Atheisten getan wird, ist, dass Irreligiosität direkt mit dem Atheismus verwünden wird, dass viele Leute zum Beispiel das Christentum verlassen. Das stimmt aber nicht. Pew, wenn du Pew-Studien liest, die Pew-Reviewed wurden, sagt es, ist, dass die meisten Leuten, die irreligiös werden, immer noch an eine höhere Macht glauben, die mit dem Atheismus nicht kompatibel ist. Die ist dich oder was es auch immer sei. Und dann sehen wir die Atheisten, die kommen, um ihre Position zu verteidigen oder unsere Position zu widerlegen und sie bringen solche Aussagen, für die, für die also sogar die Zuschauer genug Verstand haben, um zu wissen, dass es unvernünftig ist. Von daher, es hat mir heute sehr viel gefallen. Es war ein gelungener Stream. Vielen Dank an den Atheisten, dass sie dem Stream so ein schönes Gelingen ermöglicht haben und vielen Dank an die Zuschauer und ja, es war wieder eine Ehre, dabei zu sein. Vielen Dank an Mustafa, dass er so ein schöner Partner war und Amir, dass er so ein schöner Moderator war und wenn etwas Gutes von mir gekommen ist, dann war es von Gott allein und wenn etwas Schlechtes von mir gekommen ist, dann war es von mir selbst und dem Teufel und verzeiht mir, wenn ich irgendwas falsch ausgedrückt oder falsch gesagt habe, das ist, dafür bin ich verantwortlich und ja. Ich wollte noch eine Sache sagen. Bitte, 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 bitte. Und zwar, es ist immer so witzig, subhanallah, der Stream ist zu Ende und es kommt schon dann und dann werden die Muslime widerlegt. Das und das wird widerlegt. Dann und dann werdet ihr sehen. Wir können ja einen anderen Stream dann und dann machen. Widerlegt uns doch im Stream. Widerlegt uns doch im Stream. Ihr steht im Stream immer mit dem Rücken zur Wand und jeder, jeder kann zurückspulen und sich diese Stellen anschauen oder vielleicht machen wir auch Clips daraus und posten die als Highlights. Dann müsst ihr euch nicht die Mühe machen, das rauszusuchen. Die stehen in den Streams mit dem Rücken zur Wand aber in den Kommentaren in ihrer eigenen Bubble haben die immer haben die immer ich würde es nicht böse formulieren, deswegen mache ich es nicht, aber da reden die immer groß und viel und sagen, ja, die werden, wir haben die entkräftet und auseinandergenommen. Die Argumente sind schlecht und die werden sehen und boah, wir haben so und so und eure Argumente sind schlecht und nichtig und nichtgültig und so weiter und so fort. Aber in den Streams sieht man irgendwie nie was davon. Wie kommt es? Wie kommt es? Ja, das wird ein Geheimnis bleiben, vielleicht bis zum nächsten Termin, der in 14 Tagen ist oder in 13 Tagen. Ihr habt also auf jeden Fall die Möglichkeit, jetzt noch Imantifa zu abonnieren. Bitte abonniert auf jeden Fall diesen YouTube-Channel, dann verpasst ihr auch nichts, wenn es wieder eine Diskussion gibt. Ich möchte mich nochmal bedanken bei allen Gästen, beim einzigartigen Chat. Ich muss wirklich sagen, trotzdem, dass es heute so eine aufgehitzte Atmosphäre war, war es respektvoll und war es barmherzig und war es auch von den Speakern und von den Gästen eine wirklich tolle Leistung. Von allen war es wirklich eine tolle Leistung. Danke auf jeden Fall, dass ihr, Mustafa und Erfan, diese Performance abgeleistet habt. Ich bin Allah sehr dankbar, dass er uns für die Dauer diese Brüder von dieser Qualität bringt. Ich bin Allah einzigartig dankbar, unbeschreiblich, weil wir könnten jederzeit ersetzt werden und wir haben hier Erfan und Mustafa, die vier Stunden mit Atheisten diskutieren. Nicht auf kleiner Ebene, auf großer Ebene und da möchte ich auf jeden Fall vielen lieben Dank an euch sagen, möge ich euch segnen. Live-Chat, wir sehen uns in Chaladam in 14 Tagen bei der nächsten Atheismus-Sendung. Wenn es wieder heißt, überzeuge uns vom Gegenteil. Bis dahin habe ich jetzt noch einen Punkt, einen Wunsch, wenn der Stream vorbei ist, direkt ein Kommentar schreiben von 1 bis 10. 1, katastrophaler, schlechter Stream. 10, absoluter Highlight-Stream, tolle Performance und dann natürlich schreiben, wie es euch gefallen hat. Das interessiert uns sehr. Wie hat euch dieser Stream gefallen? Bitte jetzt direkt einen Kommentar machen. Das hilft uns auf jeden Fall auch noch. Bis dahin, ich wünsche euch eine gute Nacht. Salamu alaikum und tschüss.